Oh hier muss ich noch Live-Chat stellen, zack nicht auf, genau, zack die Boom die Bohne, äh, läuft denn alles, ja, ne, seid ihr da, nicht da, äh, YouTube, nicht da, Werbung aus, okay, Twitch, okay, Werbung beginne kurz, warte, weil Twitch muss die Werbung noch ausmachen, wie ging denn das, da, ne, äh, automatisch, Werbelänge und Heifigkeit, oh, das machen wir mal aus, so, eine Minute, 1,5 Minuten, alle 18 Minuten, ja, Machen wir so, mach mal, nicht den automatischen Scheiß hier, so, die Boom die Deng, äh, das haben wir da, das haben wir da, jo, fangen wir an, ist doch keiner da, ich bin etwas, ähm, äh, verwirrt, äh, warum wusste ich, die kommt später, Netti ist nicht da, Schnellfuchs ist nicht da, ich bin ganz alleine, aber ihr seid da, zumindest der Rainer ist da, und der Mike ist da, und der Michael ist da, Hallöchen, Hallöchen, guten Abend, ja, ich warte noch ein paar Minütchen, Ja, aber ansonsten spiel ich schon runter, nein, oder so, müssen wir gucken, so, heute stelle ich das Bier ganz weit weg, damit ich mir das nicht wieder über meine Tastatur kippen kann, ja, ja, so, Rainer ist ja genau, Rainer ist da, oh, jetzt ist Steve, der Gamer ist auch da, und Michael und Mike, Aber noch keine Mitspieler, ich weiß nicht, wo sie sind, ob sie sich verabredet haben, später zu kommen, äh, Bob wusste ich, oder Bob weiß ich, wer hat gesagt, dass die heute etwas später kommt, ah, da kommt zumindest die Netti, guck mal, zumindest die Netti ist da, hallo, hallo, Ich höre nichts, Moment, bei mir hat sich alles umgestellt, ich müsste das Mikrofon eben auch neu einstellen Was ist denn das jetzt voller, voller Kacke? Letto, falls du was sagst, ich höre dich nicht, Ausgabegerät, äh, Lautsprecher, äh, den muss ich einstellen, na, sag nochmal was, bist du da? Ah, ah, jetzt, da, jetzt höre ich dich, ja, ich hab wieder Kacke, ein Video-Update gemacht, und der stellt mir in Discord immer alle meine Audio-Quellen und Eingabegeräte und so um, eben in den Voice-Check gegangen, da sagt sie mir das Programm erstmal, äh, wir können sie nicht verstehen, vielleicht haben sie was falsch eingestellt, Ja, ich schaue es schon an, aber war ja keiner da, ich sitze schon seit 10 Minuten hier, und dann waren 9 Uhr durch, und denke ich schon, fängst du heute mal alleine an, wenn keiner kommt, und wenn keiner mit mir spielt, dann spiele ich mit mir selber, also, äh, an mir selber Ach, nö, warum bist du denn nicht vorbereitet? Ich sitze seit 20 vor 9 hier und bin alles am einstellen Erstmal geguckt, ob Dix-Man-Update hat, und dann das eingestellt, und da eingestellt Und Rainer, ja, genau, Rainer ist schon wieder auf beiden Kanälen da Also für YouTube ist die Werbung raus, auf Twitch kommt alle 18 Minuten, 1,5 Minuten Werbung, aber ist so, Rainer, ja, egal, der hat ja hier Dings da Äh, Schwert, nein, äh, Dings Stern, Monats-Abo, wow So, was gibt's denn hier, Festtage-Event 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 Dir dein neugebautes Gerät im Truck Zerstöre alle tanzenden Schneemänner Freu dich über dein neues Festtage-Abzeichen, die dazugehörige Trophäe Okay, tanzende Schneemänner, okay Äh, Dix-Bar-Squad, ähm, Dix-Bar Dix-Bar-Squad Weiß ich nicht, weil kommt von anderen, die eben wieder am 11 Uhr sagt, ihr geht ins Bett Aber ich bin nicht alleine weiter Share-Code kopieren Discard Hab ich gesehen Das wird's 0.95 vor der Update irgendwas, ne Mh Create Ja, endlich Ja, endlich Aha, blub Hat das jetzt wieder automatisch funktioniert, oder muss ich das wieder manuell machen? Äh, ich Ja, okay Okay, das ist, äh Jetzt muss ich kein Copy-Paste mehr machen Wenn ich Dix-Bar über Twitch mache, postet der Bot automatisch den Link da rein Und der Ries-Squad Postet's dann über YouTube rein, dann lass mir das so, genau Die Moni ist gut, klar, mit Allöchen Ich hoffe, es geht gut Olaf ist auch da, Daumen ist da, guten Abend in die Runde, viel Spaß Bis später, oder bis zum nächsten Mal Ja, Olaf Ja, du wirst dich stehen, wenn du gleich irgendwas machen Keine Ahnung Ist dann die Meadows dreimal, okay Und zusätzlich haben wir ja auch noch die Äh, die Weekly, ne Äh, ne Das ist täglich Ich will den Geistertypen raus Okay, kauf Ich muss drei Gegenstände im Laden kaufen, um 100 Dollar zu kriegen Zehn Geister durch Salz wandern Und drei Aufträge spielen, okay Meine Mitspieler sind nicht zu hören, war es? Doch, noch was, so nett Och, scheiße, doch Oh, ich kann den Pegel nicht ändern Desktop, hört man auch den Spielton nicht? Hört man auch den Spielton nicht? Die Mitspieler sind nicht zu hören Und ich habe wieder lagts Mein Upload ist auch wieder für den Arsch Och Mann Ich kann den Regler hier nicht bewegen Eigenschaft Desktop Audio Monitor aus Da hat mich wieder alles verstellt Richtig Meine Fresse Hatte mich wieder Standardausgabe-Gerät geändert Oder was? Nee, war jo Input 200-3 Input Richtig Ah Test, 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 test Ich höre dich Ja, solltest du in die Netty? Warte, ich mache mich mal Hört das zu mir, die Hintergrundmuseen, Hintergrundgeräusche Mach mich mal Oh, nee, ich höre mich Ich, ich höre mich Okay, dann hatte ich hier Was falsch verpfummelt Okay, Hintergrundgeräusche hört ihr auch, ja? Wie das Rauschen oder whatever Oder hier, wenn ich rumlaufe So Hört man das, ja? Warum ist es so kalt bei uns in der Garage? Soll ich eine Dings aufmachen, eine Lobby? Ah ja, dann fangen wir mal zu spät an Lobby erstellen Private Lobby, vier Leute Lobby erstellen Äh, kopieren Äh Texten Ja, ich habe ein Update von Nvidia gemacht Das ist ja meine Grafikkarte Und ein Chipsatz auf meinem Board oder irgendwas Immer wenn ihr das Weil ich habe da so einen integrierten Nvidia HQ, bla, keine Ahnung Den benutze ich gar nicht Den internen Audio, keine Ahnung was Und danach stellte mir das immer überall um Windows hatte ich auch erst keinen Ton Und eben hier im Discord auch nicht Und wenn es jetzt geht, dann haben wir jetzt alles gelöst Okay Ich habe das auch über das Nvidia Tool hier mal optimiert für Also jetzt habe ich gerade in der Lobby 124 FPS, okay Gute Nachrichten bekommen Krebs im Magen ist weg Sehr schön Kleine OP-Leiter für eine weitere Simultere Wien Ah, okay Sehr gut, sehr gut, sehr gut Dann herzigen Glückwunsch Ja, da wollte ich zu früh Eine Mutter damit auch Die ist ja zu dritten Marzis jetzt Einmal im Jahr muss ich zum CD Und ja, letztes Jahr haben sie wieder Leber und Zwerchfell und wie ist ich wohl überall Naja Viel Spaß Du stellst jetzt nichts ein in der Ausrüstungsliste Dein ganz herzigen Sparten Aus Friese, moin Auf Profi? Ja, na Oder willst du Wo ist denn hier Auftrag auswählen? Gibt es hier den, gibt es hier einen speziellen Halbtraum, Wahnsinn Deja vu Ziemlich nostalgisch findest du nicht Finde den korrekten Geist der Typ heraus In Tanglewood Drive, okay Ich guck grad, ob es irgendwie Für das Event Ein spezielles Schwierigkeitsgrad gibt Nö Wo war ich denn jetzt eben? Wo hab ich denn das gesehen? Hier sind die mit dem Schneemann? Wo sind die mit dem Schneemann? Alle Karten, okay Bis auf Highschool Und Prison Und, und Okay Ja, dann lass doch gleich Highschool Hope ist schon im Chat Ja, Hope ist im Chat Stimmt, die hat eben geschrieben Sie nicht zu hören Ja, blöd Das auch zu machen Ja, kann Mach mal halt noch mal Wenn der ob dazu kommt Ja, willst du die Meadows machen Oder was Soll ich das verstanden haben Müssen wir erst Die Meadows machen Da irgendwas sammeln Ich wollte erst Auf die Mädels warten Mit den Oh, komm mal hier Kekse und Milch Wollen wir das was machen? Nö Nö Ja, fängt ein bisschen Komisch aus Ich bin der Weihnachtsmann Ich will Milch trinken Und Kekse essen Vielleicht auf der anderen Seite Na mach doch gleich Highschool Highschool ist die einzige Wo wir nicht hin müssen Ja, zum Warmwerden Nö Nö Huhu, Rainer Philipp Nabend Mal gucken wie das läuft Weil ein Videografikprogramm war der Meinung Ich könnte höhere Einstellungen bei Fastball fahren Gut, im Ladebildschirm 150 FPS Briegt mir nix Oben links die Ecke Seht ihr gar nicht 76 105 Okay Gut, dieses eine komische Schattenzeuge habe ich auch nicht Schon mal gut Nach der Zigarette mache ich die Webcam an So Graf Farbenhaus Zwölf Zwölf Mal Aufgaben Graf Okay Na knachen Ja, Tangle wollte machen Wer So Das ist jetzt hier Ich nehme ein Supidupi Zeug Brauche ich überhaupt Ich nehme hier, ne Nachsicht Brauche ich gar keine Taschenlampe Deine Haare waren eben blond Thermometer EMF Ich nehme auch EMF Dann nehme ich noch Du gehst rechts, ich geh links oder andersrum Ja Du gehst rechts, ich geh links oder andersrum Ja Warten du Wo gehst denn lang Warte mal, ich geh erstmal zurückgucken, wo der Generator ist Ja Wollte ich gerade sagen Links unter der Treppe Gehst du links? Ja Links rechts Aber lass mich kurz gucken, was für ein Item wir haben Wenn wir ein Item haben Ach du Scheiße Und? Ja, neblig So Was ist das? Also ich habe kein Item, was vorne anliegt Ich glaube, die Affenklaue liegt vorne, ne? Oh, man ist an Das ist schön Oh, Palim, der nächste Das ist mein Lord Schneefuchs Mein Overlay geht auch schon wieder nicht Ja, die Schneefuchs Hallo Habe ich gerade mit meiner Freundin telefoniert Ja, mach ruhig Wir machen gerade eine Runde Heißgut zu warm werden Ja Äh, die hat mir Wo soll ich die Polizei rufen, oder nicht? Ich so Warum willst du die Polizei errufen? Ja, mein Nachbar brüllt es ihr ein Kind an Das ist eine 5-jährige Kleine Und die brüllt er richtig brutal an Und wenn du denkst, dass das Kindeswohl gefährdet ist Dann rufst du die Polizei Ich habe den Nachbar aufstellt Ich habe den Nachbar durchs Telefon gehört Na, also das war wirklich schlimm Der hat die richtig angebucht Die Kleine, die Türen zugeschlagen Na, mit 5 Man hat sogar die Kleine durchs Geheulen hören So laut war das So, Philipp hat 2 Euro auf Ja, müsste gleich bei Palim kommen Danke, Philipp Na, hättest du dir gesagt Ja, wenn du denkst, dass das Kindeswohl gefährdet ist Dann rufst du die Polizei Hallo Schnee, ich habe Rainer Hallo Rainer Schnee und Fuchs Emoji, so Oh, und jetzt kommt die Werbung von Philipp, genau Dankeschön Oder Schemi, hättest du auch gemacht, ne? Ja, wenn du denkst, dass das Kindeswohl gefährdet ist Dann rufst du die Polizei Ich kann den Nachbar ja nur durchs Telefonen Ja, aber der Nachbar, so allein das Telefon Das hört sich so brutal an, wie der Nachbar abgeht Ja, und nochmal Palim, 2 Alarme, genau Super Ich hab überall warm, Netti 16, 17, 18 Grad Ich glaub, Hofer hat mich auch gerade schon anguckt Davor ich in der Gruppe schon geschrieben hab, dass ich gleich komm Ich war ja schon online heute, aber Ja, ich wollte die kleine Pause machen Und dann Ich hab gedacht, ich mach noch eine Stunde Pause Bevor das Swim losgeht Ne, noch was essen und so Oh Das hab ich nicht angemacht Was denn? Ganz hinten links der Raum Da brennt Licht Hast du vergessen, Licht auszumachen? Ne Denk hat die Stromkosten Ich war da noch nicht drin und da sind 5 Grad Ja, wegen Licht, da zieht ja die weg aus dem Raum Hier, hallo Erschreckt mich nicht Ich hab doch gesagt, hallo Ich hab doch gesagt, hallo Ja, hier ist die Öffel, du Gott Alles recht Ich brauch noch einen anderen Gewinnsquid, irgendwann mal einen größeren EMF2 Hab ich auch Was denn? Hier irgendwas, ne? Oh, hab ich ein Foto gemacht? Interaktion 1 Stern, okay Achso, ich lass mal Fotokamera Hast du auch Foto? Haben wir drei gleiche Items mitgenommen? Ja Das Licht hier immer noch an, okay Super abgesprochen, Jungs Ja, wenn halt jeder erst mal suchen geht Was hat er denn gemacht? Was hat er, was macht er denn? Was kann ich fotografieren? Hier am Schreibtisch irgendwas Ja, vielleicht will er was in dem Buch schreiben Ich wüsste ja, was ich fotografieren kann Er ist wieder weg, okay Ist das Bild irgendwie ver... Kommt das jetzt durch die, äh Achso, das ist durch diese komische Kamera hier Ist das Nachtsichtgerät Ja, tut nix mehr Ja, was hat er denn mit dem Buch? 2 Grad, okay Wird kälter Ich schmeiß mal alles hier vor die Tür Jetzt wollen wir uns 2 Scholen Oh, mit dem Flur müssen wir Licht anmachen hier Jetzt verlieren wir so viel Sanity Oh Gewöhnliches bedürftig ist das Grüne, oder? Wenn wir da schon dritte Handfeuer haben, warum nicht? Achso Die dritte Hand, die dritte Seite mal stillt Du hast drei Hände? So, so Ich hab mal Licht ausgemacht Mal gucken, ob du da was siehst Das wird dann die letzte KM sein, ne? Ja Ja Ja, 60, okay Hm, ein Ort haben wir nisch Oh, noch Dots gucken hier Wenn du willst, kann ich auch die Dots auf dem... Die andere Seite auch machen Ja, eigentlich, ja Du müsst ein zweites bist du rein, bei dem großen Raum, ne? Bisher war nisch Er hat auf jeden Fall eben was befähigt Sanity, ach, ich glaube, pass auf, dann nehmen wir hier erstmal Äh, wo ist es? Box? Machst du es dir auch in der Box? Ja Äh, UV-Lampe? Äh Ihr sprecht euch wunderbar ab, ne? Feuerlicht ausblasen, machen wir das doch Palim, palim, Natalia Danke schön Kanal Mitgliedschaft, danke schön Danke, 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 hu hu Es ist auch Dix-Bahn, also Dann müsst ihr nur auf Seraya warten Naja, später Machst du wieder abgelaufen? Ja Ich hab auch ehrlich gesagt meine Liste schon länger nicht mehr aktualisiert Kann sein, dass welche in der Liste stehen, die gar nicht mehr Mitglied sind Kann auch sein, dass welche, die mittlerweile nicht mehr Mitglied sind Äh, ich guck da so alle paar Wochen mal Aktualisier die Müsste ich eigentlich immer, sobald jemand Mitglied wird, aktualisieren, ne? Ja, ja, ja Er hat das Buch weggeschmissen Dann schreibt er nicht ins Buch Der will euch kein Autogramm geben Soll ich mal mit der Box? Ja, ich hab gar keiner dabei Warte, muss ich aber rausgehen, warte Bist du hier? Wo bist du? Gib mir ein Zeichen Wie alt bist du? Bist du hier? Zeig dich Jetzt fällt mir einfach zu schnell Gib mir ein Zeichen Ja, ja Wo bist du? Bist du hier? Wo bist du? Gib mir ein Zeichen Wie alt bist du? Bist du hier? Ah, das hab ich nicht hier gehört Box Habe ich gerade Thermometer aufgehoben? Mann, ich wollte es da mit aufheben Kann ich aber nicht Na, Mare würde ich ehrlicherweise ausschließen Oh, Minus Da Ja, doch kein Licht aufmachen Boxe, Gefrier Mimikonrio, Zwillinge, Moral Minus 7, ok IMF Zwillinge Ultraviolett Mimik Buch Moral Dots Raus Bob Annoio Oder auch Mimik Also der hat Lehrerpult Auf der Box reagiert Klopf als Fenster Oh, da hat wieder Licht angemacht Kein UV Oh, Futterapparat Ja, also hat wieder Licht angemacht Ob Ja, am Lehrerpult Gib her Ja, da oben Ja, kann jetzt aber Auch wenn da jetzt steht Annoio kann es immer noch ein Mimik sein Ne? Ja Oh Was würde für ein Mimik Jetzt hast du die Kamera Du kannst dich wieder drehen Das ist gut Was fehlt denn für ein Mimik UV, ne? Ja, Fingerabdrücke Wir haben ja gerade nicht geglaubt, dass das Licht angemacht hat Aber wer weiß Mach die Tür zu Close the door, please Oder shut the door Oder Soll ich mal reinkommen mit UV? Ich hab UV Da macht die ganze Zeit hier was am Pult, aber Ich weiß nicht, was ich fotografieren soll Weil ich sehe nichts und Wer weiß vielleicht Das ist ja ein verstorbener Lehrer Mach die Tür zu Oder klopp ans Fenster Mach Fingerabdrücke Bring mal Salz mit, Netti Da Wenn es UV ist, dann macht er ja Salz-UV Und ein Feuerlicht ausgeblasen hat da auch, ne? Ja Du hast Kamera? Ja, 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 ja Ich doch noch eine hier oben Oh! Geisterfoto! 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 Was hast du? Ich hab mich aber erschreckt hier, ne? Ah! Ah! Ich würd mal sagen Immer dasselbe! Immer dasselbe! Meine Fresse! Stimmi? Bist du gestorben? Ja! Wir waren bei Bei 55 Prozent Was war da Licht im Raum, Mann? Das hast du jetzt keine Sorgen gemacht! Verdammt eins, Mann! 55 Prozent, das ist ein Onryo Ja, oder ein Mimik, der tut, als wäre ein Onryo Soll ich nur Paparazefotos machen, aber ich trau mich schon für dich Du kannst ja Spritze nehmen! Spritze das wieder runter! Zwei bis auf hundert! Es geht voran, danke! Aber komischerweise jetzt ist der Onryo Aber komischerweise jetzt ist der Onryo und mich nicht mehr da! Ja, das fliegt jetzt woanders! Oder äh, außerhalb oder so! Das gibt es doch nicht! Verdammt, Axel! Immer dasselbe! Aber ist schon wieder EMF2 am Pult! Jaja, am Lehrer Pult ist ja richtig Ich hab mich erst erschreckt, dann hab ich das Geisterfoto gemacht Da bin ich raus und wieder rein und dann hörte ich singen und er war ist tot! Das Geisterfoto hat doch wunderbar gezählt! Ja, das war aber vor der Hand! Ich dachte, das wäre direkt das nächste Event! Aber dann fängt alles zu blinkern an Ja, und dann... Dann noch eine Guck, dass du fundert bist und dann bist du erstmal safe! Wie gesagt, die Vorlampe hab ich hier drin, aber das... Was er gemacht hat... Er hat ja nie die Tür berührt! Lichtschalter war kein... Der Finger ab, eben! So, heute hab ich mir wieder Dosenbier geholt Dosen fallen nicht so schnell um die Flaschen Ja, aber bitte nah genug wegstellen am... Jaja, ja, ja... Ab schon... Ab schon noch... Schwicht! Noch ein bisschen mehr Platz auf dem Tisch gemacht Ich bin doch ne Schadenfrau Irgendwann hab ich kein Geld mehr und dann muss mir anders was ich bezahlen, also pfff Können die Ritschkeis mal ran hier Meinst du damit mich? Nee, die mit 50.000 oder wieviel sie mittlerweile hat Ja, damit meinst du ja mich! Ach, hast du auch 50k? Ich hab jetzt noch 11k oder so Du darfst ja auch nicht immer sterben Ist die Ansicht so komisch als Geist? Oh egal Hier ist meine Leiche! Fotografier mich! Guck mal wie schön ich mir extra mit dem verdrehten Kopf da hingelegt hab Ne, verdrehte Arme... Ist alles verdreht Was hat die Tastatur das gibt so es gibt in der Tat so staubdichte Folien für drüber rein da gibt es Es gibt auch Tastaturen die nicht so angreifbar sind Für Wasser und so Unter anderem wird meine Da ich kann aber was rüberkippen, da wird nichts passieren Ja, das ist aber ganz normale Gelbig Tastatur von Razor, ne? Ne, ich war mir am Kunden zum Beispiel die haben die Schweißerei und so ein Kram Die haben da auch Computer stehen Da ist überall alles in Folie Da kannst du ja trotzdem noch auf die Tasten tippen, aber Da kommt nichts rein Aber die könnte man auch... Normale Tastatur kannst du auch einschweißen, ne? Du musst im Prinzip nur noch Fingeraufdrücke suchen, nett hier, ne? Wenn du keine findest, dann ist es kein Mimic Ja, die Tastatur an sich, die die da haben, ist dann nicht dicht, aber halt das Schutzding, was da dumm ist Normalerweise brauchst du ja keine wasserdichte Tastatur, weil so doof ist ja keiner, wie ich das dreimal im Jahr Bier drüber schüttet Ich geboren Rio ein und fahre Oh, jetzt ist Buch geflogen, jetzt ist äh Der ist auch vorhin geflogen An Rio? Ja, machen wir An Rio Der Stiftwuchs mit spielen Schimmi, ich hab Haustiere, die mir regelmäßig was umhauen Ja, ja, stimmt Ja, und deswegen, also ich hab zum Beispiel den Kanickel gehabt, das hat mir auf den Tisch gejampt und hat mir meine, ich hab damals noch Cola getrunken, hat mir meine Cola einmal kribbelig Tastatur gekippt Cola klebt aber auch noch so schön Cola macht es wie ich Auf dem Laptop Daneben Schönes Sektgläschen Mit Cola Und den Elbogen Gegen das Sektgläschen und voll aufs Laptop Ja Das kannst du mal nicht so schnell auseinandernehmen Bäh Danach war total Schaden Naja, ich bin halt komplett unalkohol, ich trink kein Alkohol Ach so Ja, geht doch mit Cola oder mit Saft Saft ist auch ganz schön wieder, so schön klebrigen, orange Saft Oh, hast du eingetragen? Ja Das stimmt, Saft ist echt geklappt Ähm Ähm Wenn's mummig war, dann lach ich mich eins ab Ja Ich kann das Buch upgraden Ich hab gelogen, ich hab gar nicht 11k So, ich muss drei Gegenstände kaufen Ja dann kauf doch Hier steht hier kaufen 1860, warum? Damit ich mein Vorrat wieder voll hab, wa? Ich hab andere Aufgaben Ich muss zehnmal Geist durchs Salz wandern lassen Das ist wöchentlich Und ich muss auch äh, drei Gegenstände kaufen Ja Binde Geistertype raus 1 von 1 erledigt Kauf Gegenstand 3 von 3 erledigt Lass alles durch Geist wandern Ach, hast du Salz eben gestreut? Ja Hab nicht gesehen 4 von 10 erledigt Also 4 von 10 erledigt Lobby hast du, Herr Schneefuchs? Nee Mach nochmal eine Runde ohne mich Okay Ich würd ganz gerne was kaufen, aber Äh Reiner Es war Die, äh Titaniumfragmente, die angezeigt wurden Hundefutter und Stahlplatten Ich hab Weil ich alles drei im Depot stapeln konnte Hab ich die Stahlplatten genommen Und das Hundefutter und die Titanfragmente sind ins Depot gegangen Ich hab einen Screenshot gemacht, aber gar nicht gepaustet Nett, die läuft auf die Stelle Ja, ja, ja Lustig Ich hab gerade Sachen gekauft Also ich versuch Sachen zu kaufen Ja, ich hab dann die Stahlplatten genommen Und die Fragmente und Und Hundefutter ist Und vielleicht bin ich schneller fertig als Nee, ich hab's Hundefutter, ich weiß es gar nicht Ich weiß es nicht mehr Also kein Lidler Ausweis leider Okay Eine kurze, wie lange brauchst du denn? Ach, gut, nur zwei Minuten Ja, dann können wir auch noch warten Hast du denn verstanden, wie das Weihnachts-Update funktioniert? Ja Wir müssen jetzt erst dann quasi Sunny Meadows Drei Items finden oder sowas Ja Damit was zusammenbauen Stand dann da Neue Waffe aus dem Truck nehmen oder so Neue Gegenstand Genau Und dann die Schneemänner in den anderen Maps schmelzen Genau Man macht Man muss in Sunny Meadows In einem normalen Sunny Meadows Also nicht dem kleinen Drei Items finden Genau Dann kann man die normalen Maps haben Und hat in dem Truck Ein Item, wo man die Schneemänner hat Mhm Du hast das auch verstanden in dem Text Weil hier ist, wenn du auf dem Brett guckst Ist bei Sunny Meadows so ein Genau Du hast für ein Icon Eine Flasche auf dem Ständer Würde ich jetzt sagen Sieht so aus Auf den anderen Maps stehen wir da dran Bis auf Maple Lodge Prison Sunny Meadows Restricted Und Highschool Das haben wir grad die Highschool immer gemacht Um warm zu werden? Ne Um warm zu sterben Ne Damit man Jimmy sterben kann Was nennt die denn jetzt? Bist du wieder raus aus dem Lobby? Ja Hört sie doch gerade gesagt Ich hab Gegenstände gekauft Und wieso bist du wieder raus der Lobby? Ja weil ich Ich konnte nichts Äh Kaufen Weil alles voll war Achso Du kannst schon was kaufen Bist du oben auf den Shop drücken Mal grad sagen Guck Ich räum mich so Ich dekoriere ein bisschen um Äh So Ui Ui Verloren Was machst du denn schon wieder? Ui fang Ja Boomen hat jetzt auch einen Weihnachtsupdate ne? Jaja Neuen Geist 1 Kettensegenfuzzi 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 Wie ich sie geschnitten habe So geil Was hast du Kamera geschnitten? Ja ich habe die Kamera geschnitten ich habe mich im Hochformat Achso Ich habe schon gar nicht geguckt Doch gestern, Path of Exile hast du die Tage gespielt, ne? Und was gab es da auch keines Game an? Doch, zwischendurch Ja? Ja, weil Toni wollte, dass ich trinke Guck mal Da Der tanzt Wer tanzt wo? Ah, da, ja, den müssen wir dann später irgendwann kaputt machen, irgendwie Wieso nimmst du nicht die Autoschlüssel mit? Ich geh nur aufs gucken Hier tanzt noch ein Schneemann, guck hier am Regal Ach, da sind da mehrere Schneemänner-Promen Hier oben am Regal, okay, überall tanzt die Schneemänner In der Garage auch Strom ist an Und auf dem Auto auch Spinde sind nicht frei Oh, da war die Tür Aber wo, aber wo? Hier, wa? Ne? Doch, ne, war 5 Hier drin haben wir immer 5 Ja, ich guck gerade unten Was macht noch? Du musst das nur mal ausrasten, das Ding Du, 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 du Du bist mit rausrasten, tut er, wenn er mehrere jemanden hat Gleister dich hat Bist du hier? Äh, Knochen unten Oder am Computer angemacht, lol Knochen unten Und Weacherbretter unten Wo bist du? Bist du hier? Überallt als du alt, das sind hier viele tasse Schneemänner Wo bist du? Wie alt bist du? Gib mir ein Zeichen Das wird aber trotzdem das gleiche sein wie jetzt im Ostsee-Event, das wir das letzte, den letzten nicht finden Das hätte ich mit dir Habt's noch gezählt? Ne, scheiße, das hat nicht mehr gezählt Du brauchst jetzt die Kamera eben hingestellt, ich hab die Kamera fallen lassen Ich hab die Kamera schon hier hingestellt Achso Ich hab gerade eben das Geräusch gehört Ich hab da auf der Kunde, ich war alt, ich stehe mir den Augen hier ab, ey Das ist nicht, sag ich, es wird wie Ostern sein, wir finden die letzten, stehen wir nicht Ich meine, du musst doch jeder mehr Geist, was du hier Gib mir ein Zeichen Ich nehm immer noch ein Zeichen Klopp ans Fenster Wo bist du? Bist du hier? Bist du hier? Äh, die Kamera wackelt komplett komisch Wo bist du? Gib mir ein Zeichen Wie alt bist du? Bist du hier? Wo bist du? Gib mir ein Zeichen Wie alt bist du? Bist du hier? Wo bist du? Aber eh mal fünf hab ich gesagt, ne? Klopp ans Fenster Zeige dich Er will nicht Er will nicht Jetzt hat er gerade das Fenster geklopft Wow Der Geist will dir was sagen Wo ist die UV-Lampe? Ach, die hab ich Fingerabdruck Ich mein, ich hab grad Dots gesehen War ich noch nicht ganz sicher Ich war gerade nicht in der Camp Ich hab grad das Dots erst hingelegt Wieder Tastatur angemacht, okay Vier Finger auf der Tastatur Ist doch hier Ding, ne? Nein 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 Du weißt, wie ich meine, ne? Ja, aber es ist es nicht Mit extra Finger Aber zwei Finger am Lichtschalter ist, ne? Nein Doch, normalerweise Du hast ja nur einen Finger als Abbruch Handy Handy Hat auch gezählt, Foto Interaktion Interaktion, wunderbar Tür Hier Mischte die Tür Eskalation 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 So Also wir haben nicht den Fünf-Fingermann Sechs-Fingermann So Barco meinst du? Genau So heißt er Ich hab das Buch Bist du hier? Wo bist du? Wo bist du? So ein ganz selfishes Wo bist du? Rede mit mir Töte mich nicht Töte mich nicht Töte mich nicht Es ist aber diesmal die Badezimmertür nebenan Wo bist du? Töte mich nicht Töte mich nicht Töte mich nicht Wo bist du? Hallo? Der Wikinput geht aber an, ne? Hallo? Wo bist du? Zeig dich Pass auf Komm raus Wir haben jetzt Finger und EMF Komm raus nasch was Oder willst du wieder sterben? Finger abgedruckst Ne Ultraviolett heißt es ja jetzt Gin Goyomeiling Obey Oh Backe Lecker Naschen Intravenös Naschen Wo ist mein Nipsel zum klicken? Musst du? Ich bin auf 14% Yes Was? Das? Hast du ein Geist im Wind abbekommen? Hm Nicht dass ich wüsste Er hat Türen aufgemacht Und Handy brummen lassen Und auf der Tastatur Und am Fenster geklappt Was für ein Geist hast du zur Auswahl? Cingoyo Meiling O Backe Ich hab äh Reutergeist Benji Ja, wer von Ultraviolett Achso Ja Okay Haben wir ganz am Anfang schon gehabt Ähm Vielleicht mal kurz verstecken Buch ist mein Und äh Ne Hand abwarten Da hättet Shimi nichts essen dürfen Das einzige was raus ist ist auch die Box Okay Buch die Strinnen Also wär das ein Goryo Dann hätte er sich schon längst gezeigt Bei Dot Nur wenn jemand nicht Wenn jemand im Raum ist Ich stand die ganze Zeit im Raum Lass mal hier auf die Kamera glotzen Ja, aber die Kamera steht scheiße Ja, ich hab sie da nicht hingestanden Ich lauf nochmal rein Also bewegen tut er sich Naja, Bewegungsbinder löst er aus Huhu Gigi Was Gigi? Wo? Bei dir? Achso, bei dir Ja, bei mir Will mir nicht Gibt auch sowas wie ein Multi-Stream Das Radio ist an Ich komm nicht auf das Bett da rauf, ne Scheiße Kann man da nicht mal irgendwo drauf? Ah, wollte ich gerade sagen Kann man da irgendwie drauf Zack Dann klären wir da noch einen Dots hin So Geht nicht an dem hier Sag Ja, sag ich doch Er kommt beide zu Genau Huhu Shimi Hallo Gigi Bash Hallo Mario Der Gute hat sich an der Hand verletzt Oh, Autschen Hm, ist gebrochen Ah, Autschen 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 Da ist nix mit Zocken, wa? Scheiße Aua Aua Ja, Aua Da ist auch nicht, wa? Jetzt habe ich gerade nicht aufs Buch geguckt Was war denn denn noch Side-West? Ja Bein in der Nähe, okay? Kommt euch wieder Äh, er hat die Tür aufgemacht vom Schrank Alle beide Die waren vorher zu Genau, ja Genau, ja Was toll Ich bin ohne Partei, Felix, sag die Was für die Wurst Da ist bei der Finger ab an der Tür Aber wir haben die Fotos ja schon voll Sollte ich der Scam sagen? Hat's gezählt? Überblick reinigen im Bereich, okay, ja? Ja, hat's gezählt Du hast übrigens noch Foto vom Geist Du hast übrigens noch Foto vom Geist Wieso muss ich Foto vom Geist machen? Ja Ach, was ich die Kamera hab, okay Mach dir vor meiner Nase Licht an! Hehehe Hallo Snipe Warte mal, wenn das ein Dings ist Ein Gin Äh Oh, okay Mach dir die Tür auf Du musst mal gucken, ob Strom aus ist Nee, sicherlich Er macht ja das Licht an Das ist ja egal mit Licht und den Verwechselt Ja, die Aktivität ist bei 8 Und er hat ordentlich wieder an dir gesaugt Warte, ich geh kurz da rein und ich bin auf 23 Guck mal, guck mal, guck mal Guck mal, Aktivität auf 10 Wie ist denn der eine, der einen leer saugt? Nee, das ist äh Das ist Hanto Der ist nicht dabei, ne? Wer er einen aussaugt, gibt's mehrere Aber ich hab ihn ja auch nicht gesehen Bei der Interaktion mit der Umgebung hinterlässt eine Obake seltener eine Spur Und äh, hinterlässt einzigartige Spuren Würde ich ausschließen, ne Quatsch, doch Ja, die würde ich ausschließen Also ich hab keine mehr Finger gesehen bisher Und immer Fingerabdrücke Hallo 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 Bin da Bin da Bin da Endlich Sorry, dass es so spät geworden ist Nö Das wird Ich hätte gern jetzt ein paar Dots Wollen wir gleich dann aber erstmal Labyrinthine oder äh, wie war der Plan? Ja Ja Ist glaub ich etwas spannender Ich hatte jetzt geschrieben bei der Hauptgruppe, mach mal Labyrinthine Machen wir Hallo Chichi Bärchen, grüße dich und Rainer Ja Der Geist saugt mir die Gesundheit weg Wenn nicht, dann machen wir eine Hand und Jetzt hab ich grad ne Spritze genommen Ist doch scheißegal Wolltest du noch das zweite Buch reinlegen gehen? Ja Der Geist sagt uns Der Geist sagt uns die ganze Zeit, dass Chimi nicht mehr ganz insane ist Überhaupt Chimi wird ausgesaugt Dankeschön, Chichi Bärchen Das ist nicht schon, ja Ich hab da eine Stimme auch schon lange nicht mehr gehört Die Frage ist, wo wollen wir uns verstecken? 0,2 Komm, mach Minus, Arschloch Oh, hier kann ich singen, guck mal Das soll ich heute übernehmen Singen? Minus 1,9 Zack, rechts zur Tür Wir haben die Knoche nicht und das alte nicht, ne? Hä? Doch, ein Gin Ach doch, noch Spides, Sabo Ja, 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 ist ja, Juh, ist ja Juh Knochen und ähh, Milcharbeit Albums auch voll, Geisterfoto haben wir nicht Lass mal auf, Geisterfoto Will ich beim Gin ein Geisterfoto machen? Und Hau, warum rufst du mich an, wenn ich in der Gruppe schreib, dass ich gleich da bin? Ich hab's nicht gelesen Ich dachte, du schläfst vielleicht noch Nee Das war ja davor, war sie auch schon drunter Sie hat eben Was war's überhaupt für'n Spiel? Generelle Schäu und für das geld das ist kann man das sind deine fußabdrücke ja also für knapp vier euro kannst du da nicht meckern bei dem spiel hast du da gesehen ja ich hab jetzt aber ist wieder so lootshooter dings da naja also ich hab spaß da ja ja kriegst du dann nicht was hast du ob wir von gg bärchen bald auf was hoffen dürfen jetzt schütte ich mir mal bier meine kaffeetasse ich bin so nah an der tastatur stand weil ich das glas extra weit weggestellt habe du mir mal gefallen steh mal auf geh noch mal ins bett und steigt mit dem richtigen bein auf das geht das gar nicht so oft dass ich bier trinke das machen dass die alkoholiker auch das auch vieles wie mal so war mit ihr halt ist wie ein darf mit u18 und 15 verlassen machen wir ja weil man darf ja oft wenn man unter 18 stream darf man kein alkohol drin es kommt immer drauf an was du in deinem land darf es gibt sogar kanadisches über die kiffen mitten im stream weil das dann egal ist ab mir kommt das alte an also deutsche streamer und die dürfen sogar ab 16 ja da hast du natürlich recht ja und die haben halt das haben wirklich die machen dann die alkohol in der tasse oder so wo man sich sieht dass die alkohol saugen ja ich habe das gesehen hatte ich weiß gar nicht wo und wann das war aber was du sagst du mit einem fettem bong sagst du weil die mitten im streamer einer quatsch ich denke alter ja dann habe ich das noch recherchiert männer dürfen ja auch mit oben ohne stream komm hör auf soll ich da etwas sagen ich identifiziere mich als mann vorjuh voll ist mit diesem scheiß als wer die männer in meine startseite gebracht hat der gehört verklagt auf die startseite meiner frau auch mal versaut auf tiktok das ding sag ich ja was ist wenn ich mich als mann identifiziere nur weil ich möbster darf ich dann hier oben ohne stream das weiß ich nicht es kommt ja darauf an was du zeigst wenn du als mann halt möbster hast darf sie auch nicht zeigen doch du darfst ich weiß es nicht ich weiß es nicht ist mir ich habe keine möpse jedenfalls nicht so große das ist nicht lohnt politisch zu zeigen natalia grüße nach dankeschön fürs mit dabei gewesen sein also horsten habe ich gemacht ne posten ja du musst horsten nur für freunde ja spiel erstellen ich hoffe wir können dann da weitermachen wo wir aufgehört haben fortsetzen genau so wo war denn jetzt hier die freunde da waren die da waren die freunde schneefuchs ich hab das spiel noch nicht gestartet zumindest auf der liste steht da als freunde aber ohne freunde sein weiß ich nicht brauche mich gar nicht einzuladen das ist jetzt praktisch der dikspa postet automatischen twitch den drop link rein und der restream bot der macht dann den dikspa bro noch nach youtube passt doch kaputt gemacht du kannst nichts kaputt machen ich kann nicht mehr aus spiel zugreifen geht zum laden wir haben ja noch nicht so nötigen sie ist da noch was kaufen ja ich kann nicht drauf zugreifen mir läuft das ist das echt ein bisschen verhext dieses spiel genau wir haben erst kaputt 1 fertig ne äh hope liebe grüße von meinem zuschauer der deine stimme so toll findet das ist ja süß hope ist vergeben ganz liebe grüße an diesen wundervollen zuschauer zurück aber hope ist vergeben da geht es nicht mehr so jetzt bin ich toll drinnen aber neulich geflasht von hoops stimme geflasht hat ein kompliment rausgehauen finde ich sehr schön danke sehr warum ist denn hier das müsste mein mann mal hören dem hab ich immer singverbot wach wir gucken mal auf fortsetzen mal gucken was passiert doch doch da waren wir fertig aber sowas von ach so schimmi deine stimme ist im stream etwas brummiger als sonst ja ich hab ein paar filter an gemacht die eigentlich immer an waren die komischerweise aus waren das heißt brummiger als ich hab ein neues limiter und ein kompressor drauf gemacht ja das ist schon ein bisschen basslastig und daran habe ich gar nichts geändert er macht nur leises lauter und lautes leiser und begrenzt dass ich nicht übersteuern kann ne du frech gerade hör auf ziel aktualisiert ziel drei hebel zwei von drei shit nein bitte nicht schneefuchs wo waren die hebel den letzten hebel brauchen wir noch verbleibende lebenszehn wir hatten noch unendlich eingestellt oder hast du vielleicht vergessen einzustellen das hatten wir bei dem anderen ich habe einfach nur unten rechts auf fortsetzen geklickt ich habe sonst weiter gar nichts gemacht sonst gehen wir noch mal zur lobby keine ahnung schimmi wie lange hast du heute bis heute live weiß ich noch nicht kommt vor dass zweitags schon mal zwei drei vier uhr wird und legend hört keinen unterschied okay wirklich sehr angenehm die stimme von hope ja das auch ja von den hope wird ja nie böse wie macht man die lampe an leute eins ah ok so war es genau eins und zwei genau eins taschenlampe und zweite knicklichter ich hatte grün ne die dritte hier befehlt noch geil wo war der dann hattet ihr gezogen hat sich noch um lief dann war das level zu ende eigentlich ja so eine scheiße hat er nicht gespeichert hoff hatte rot und ne fuchs hat blau aber eine frage an euch netti und hoff wo habt ihr die emojis her welche emojis bei twitch ich kann ja jetzt auch ich glaube ich kann neun emojis oder sowas erstellen oder hochladen ich hab ja nur dieses schimmi lol ding da was irgendwie von twitch automatisch ist da jetzt müssen wir wir müssen jetzt das von den hebel dieses runde finden damit wir diesen einziehen können der timer hat und dann muss einer zum ende laufen ja wo war der genau teile mal ich erinnere mich noch genau einer läuft mal zum ende wo vor hin das durchging einer nicht alle bei schneefox so und wir mussten da war der anfang da war der weg müssen hier links und hat den hebel und wir wussten ich hab ja noch einen kleinen freund mitgebracht versuchen sie nicht zu stören ich hab viel mühe gegeben die zu machen ich hab das Gefühl wir kriegen gleich besuch hier ist grad die tür ich bin nicht bei euch ich bin nicht bei euch dann geh den anderen weg dann geh den anderen weg und nimm gleich die erste abbiegung nach rechts hier ist aber nix genau hier teilt sich jetzt der weg genau und hier kommt er gleich durch den ersten weg rechts ich bin ja bei so komischen sarkophag dingern genau den ersten weg willst du nach rechts dann dann komm mal aus rechts 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 ne hier gehts nicht rechts komm mal hopp dann bin ich wieder rechts also ich komm am ende nicht durch jetzt bin ich wieder am anfang ich bin bei netti hallo hallo komm hier dann her wir sind im tiefsten albtraum die x chat okay okay das ist genau ich würde mir gerade auch gerne so emoji dinge irgendwie bei twitch machen aber ich weiß nicht wie habt ihr die habt ihr die gekauft oder ne 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 ich hab die nicht gekauft ich hab mir die herstellen lassen ja das meine ich da da gibt es doch was ich über fiverr oder was schon wir sind park da mal am besten nostr ich bin schon wieder hopp geh nicht weg bleib bei uns na gehst du da hinten lang hallo jassi hopp wo bist du abend was sie hopp jetzt ist nur hier lang laufen müssen hier lang ach ne äh schon wieder eine tür zu scheiße die selbe ja so ich bin im kreis gelaufen ja du hast gerade so tool dinge sie bums da ne da kann er sowas machen der kann dir wunderbare emojis machen und der kann die auch in perfekten größen machen so du kannst ja einen da müssen wir uns mal zusammensetzen ne wo bist du wir sind wir sind alle drei zusammen alle drei zusammen ja ich bin am ende vom tunnel ja zieh mal den hebel ich kann keinen hebel ziehen das ist ein labyrinth warum spiel ich das spiel mit euch du hast es empfohlen du hast 10.000 bitte ich kann nichts drücken weil hier zu ist das ist hier das licht ist schon mal gut hier war das puzzle das ist auch noch nicht erledigt nö dann ernst wir müssen alles wieder von vorne machen nö aber wie war denn die lösung denn in dem in dem sackel wo ich gerade bin da sind nämlich keine so ne dinger drinnen ich versuche mal das memory zu lösen jaja da habe ich richtig hallo chemie ach das rät sich dann auch wieder weg die richtige strategie dann wieder weg bist du auch am klicken ja dann klick du mal ja ich wollte doch reizen du willst reizen bitteschön könnte man ja gleich noch eine rauchen gehen ne ja da guck mal das ist das und das ich hab nämlich keine lust nochmal alles von vorne zu machen das ja darf ich kurz chemie ja drei habe ich schon richtig du hast gerade den gezogen das ist ich habe jetzt keine lust das alles nochmal von vorne zu machen ja anscheinend müssen wir alles wieder von vorne machen denn wir waren ja eigentlich bei dem rätsel mit den reagenzgläschen hast du das screenshot vorgemacht oder hast du das gemerkt oder was oder wie ich hab grad die seite aufgemacht ach so geht ne lösung so oder sie hat sich einfach das gemerkt was ich gedrückt habe ne ja ja zieh mal den hebel geht nicht ne wir haben ja schon zwei ziehe hebel okay ziehe drei hebel zwei von drei das kann ich nur noch den entkomme hebel das heißt wir müssen zu dem letzten das ist wie sag ich jetzt rot ich will nicht rot weil ich hab grün alter grün ist meine farbe aber wo sei dahin er kann ich wohl geschmissen hier kann ich ach so ich hab keine spure geworfen ist aber sackgasse den hebel kann man nicht mehr ziehen schock ich hab ja letzte woche schon lost da ist schüchchen ach es geht schnell die Tür hier zu Wie lauf? Wohin denn? Achso, ich bin mal am Anfang jetzt. Ne, Quatsch, ist nur bei mir. Die kann mich vielleicht aufheben. Komm zurück, komm zurück. Ja, ja. Ich sterbe. Jetzt bin ich. Ja, 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 naja, ja. Oh, Klapper ging's nicht. Das ging jetzt echt nicht Klapper, okay? Hast du überlebt, Jimmy? Ja, das war noch so ein Millimeter von dem roten Balken. Da bleibt der stehen, wenn du dann geheilt wirst. So, wo ist das Füchschen hin? Ich bin wieder in dem großen Raum, wo es nach unten geht auch. Wo man nach unten gucken kann. Oh, das geht doch so. Da, wo wir durchgelaufen sind. Oh, in dem ersten? Ja, ja. Okay. Also hier nicht laufen. Oh, guck mal, das ist die grüne Spur, das ist mein. Nein, okay. Das war extrem klar, oder? Das war extrem klar, oder? Äh. So. Nee. Ach so, aber nach unten gucken. Okay, hier? Nee. Aber keine. Ja. Auf jeden Fall komische Stimmen. Was noch sind hier? Hallo! Da ist sie ja. Ist der Chemie noch hinter mir? Nein. Ich hab' in I don't know where to go. Hier ist wieder bei der Memory. Der Spur zurückfolgen. Da, wo wir hergekommen sind. Wo wir hergekommen sind. Da ist die Tür doch zu. Hm? Da kann die geschlossene Tür drumherum gehen. Wer ist blau? Ich folge in einer blauen Spur. Blau ist Schneefuchs. Ich hab' dir ein rotes Pünktchen hier im Haufen gemacht, äh, wo wir rein sind. Gut, dass die Spur jetzt hier aufhört, ne? Ah, hier ist die blau, okay. Hier ist blau. Super, jetzt bin ich im Kreis gelaufen. Hier ist blau. So, da hinten wird... Hier ist blau. Auf der blauen Spur nach. Hallo! Nee, du bist es. Oben läuft, äh, Skelett rum. Jetzt ist wieder die Tür hinter mir zugekommen. Ja, 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 du mich auch. Ist ne einzelne blaue Spur, da laufe ich grad nach. Rob. Mhm. Halt dich da, nicht da, nicht da. Ja, ja. Muss ich doch theoretisch zu euch kommen. Super. Ich hab' uns nicht einordnen, wo er war, ob er jetzt von dort kommen, oder? Äh, nööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö Ich war nicht gerade, wir müssen noch. Da noch? Das da rum? Mann, ich bin schon zu schreckhaft. Na warte ab, bis die Reihe da ist. Wo bist du? Du warst aber noch hier. Boot hinterher. Stopp. Nicht weglaufen. Zurück, zurück, zurück. Meine Güte, Jimmy. Los, komm mit. Ich warte hier in diesem Raum auf euch. Ja, wir sind gleich da. Oh, hier ist was. Ja, da sind wir. Ist das der richtige Raum jetzt? Nee. Ich weiß, ich hab auch schon, aber da war kein Licht hier an. Ich hab schon gesagt, ganz vieles Akkophage. Oder war es wieder ein anderer Raum? Sieht alles gleich aus. Bon, boy. Hallo Don, grüße dich. Hallo Don. Weil da geht's runter. Wir müssen hier auf der oberen Ebene bleiben. Okay. Hier, fang. Hui. Wie wirst du das? Hm? Wie wirst du das denn? Gedrückt halten, Maustaste. Hui. Wie wirst du das? Das war kacke, dass er das nicht gespeichert hat. Hallo an die Mädels. Und natürlich an den Chat, genau. Wo müssen wir hin? Hm, der muss nicht eigentlich. Auch lost, wa? Geht das da runter oder bleibt das gerade? Bleibt gerade, würde ich sagen. Hier geht's runter. Ist das richtig dann? Du sagst, wir müssen auf der Etage bleiben. Ich verpiss mich gerade, ich das Schweinchen. Anderes Spiel. So, ich hab mich gerade verpiss, weil ich das Schweinchen hörte. Hier ist jetzt das Labyrinth-Dingen. Hier unten ist das Labyrinth-Dingen. Da müssen wir nicht hin, ne? Also das ist alles Labyrinth-Dingen. Das wo so Zäune sind, so Metallzäune. Wo seid ihr? Wir kommen wieder hoch, aber ich... An der Vorstellung, wo wir uns eben getrennt haben. Ne, das ist jetzt Labyrinth-Ding. Da haben wir letzte Woche zum ersten Mal gespielt. Da. Hier geradeaus geht's runter. Genau. Wir fahren eigentlich weiter. Hm? Da vorne ist hier der Licht. Ja, irgendwie hat's man letztes Mal nicht richtig gespeichert. Oh Gott, wir müssen das, was wir letzte Woche schütteln. Oh Gott, wir müssen das, was wir letzte Woche schütteln. Oh Gott, wir müssen das machen. Folgt er mir? Ich weiß nicht. Ich bin... Ah, in der Sackkasse! Okay, ich hab' abgehalten. Wer hat mich? Irgendwas hat mich gerade erwischt. Äh, was falsch? Aber da, wo der rauskam, ich glaube, da müssen wir rein. Wo bist du denn? Bist du... Liegst du noch? Ich bin da, bin da, bin da. Alles gut. Jetzt wird er da, wo Licht ist. Ja, jetzt mach' hier. Hier, hier, hier. Ich hab' euch verloren. Bleib da, wo du bist. Wenn's geht. Wir kommen zurück. Ja, sonst läufst du wieder wie ein aufgesteuchtes Hühnchen umher. Und wir finden dich nicht. Wo bist du, Robi? Äh, der blauen Spur zurück. Genau. Da. Ich versuche, Schimmie wieder aufzufinden. Äh, I don't know where I am. In dem Raum, wo die Sarkophage mit dem Licht sind. Okay. Ich mach' mir einen Schutzkreis. Hier geht's runter. Dann müssen wir da rechts rum. Ja, so in etwa dann. Was denn? Was schreibt er denn? Was seid ihr? Hilfe! Ah, hi. Hi. Jetzt hab' ich nur das Hüchschen verloren. Sehr süß. Das ist mein Schutzkreis. So, Füchschen, wo bist du? Ich bin grad ne Etage runtergelaufen, weil... Ich bin grad ne Etage runter, weil ich Schweinchen gehörter wieder... Ich hör' auch schon wieder was stopfen. Aber du hast keine Spur geschmissen oder doch da? Doch, ich hab' ne Spur geschmissen. So grün? ich bin gut dass sie hier nicht ich dachte du wärst hier wessen ist blau und das rot zurück rot aus hau blau schnee ich hab ein ganz dickeren joghurt gekauft übrigens wenn ich hatte smart joghurt im gebot wo bist du unten und oben und ich muss der schweinetyp und ich muss immer mein kater davon ablenken der will mal daran ja da würde ich auch angehen wollen ich habe auch laien joghurt hier ist eine blaue spur die hört aber auf hier ja hier geht es weiter glaube ich nö oder nicht weiter als wir den hielraum finden ist ja auch nicht schlecht so wird er sich so eine scheiße immer aus ich bin nur eine leichte schräge da unten gegangen ist blau ja 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 da wo ich jetzt hoch geht werfe ich mal pink da wenn ich drei pinke jetzt in hofer blau hinterher okay jetzt sind wir in dem raum unten hier stopp wir sind bei dir das sind drei pinke okay hier wie okay ich versuche gerade raus zu finden wo ich längst längst ging da noch da waren wir ja schon da waren wir ja schon nein hier ist schon grün, hier war es schon mal hat bei dir leider nichts zu bedeuten schmeiß dir das leuchtende stammkopf hier ab es ist hoch da zwischen gerannt sind wir etwa von hinten ein stöckchen reingesteckt ich wollte der schneefuchs aber hat sich dazwischen gemogelt nichts ich warte bis zwei herrschaften den hebelraum gefunden haben bist du am ausgang oder was na einer muss ja den hebel bist du zu dritt oder zählst du mich wieder nicht mit oh da ja hier wird aber auch das Gunsten lauter ja ich geb dir auch gleich zu verklatschen gt ist nur wieder hier leckenstoch wo ist er wo ist er wir sind wieder am Anfang da nicht langs komm zurück du kannst auch Dixbar verwenden ist der Startraum lol wo ist er ich höre ihm grunzen ist schön dass er zuhört wie geht's nicht weiter ich hab da gerade was gehört was mir nicht gefiel oder so ehrlich ne wisst ihr was ich hole jetzt Pudding Pudding was ruck denn jetzt hin Schnellfuchs hat angefangen also muss ich jetzt auch Pudding essen aber wir müssen durch den Fenster rum was ja ganz und müssen doch nach unten und da ist da ist auch die ganze Gitter beim Knochen ach so ja da wurde ich eben sagte ok wo wir nicht schlagen gelaufen sind kleine Zäune oder was genau wo die ganz kleinen Zäune sind wo auch diese 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 zombies skelettviecher sind da müssen wir doch durch mein Fehler der war wo hier war es jetzt laufen wir in verschiedene Richtungen oh oh wir haben Hoop verloren Hoop ist ausgesperrt ging da ein Tor hinter uns zu oder eine Tür oder Fallgatter um Hoop war ich für weniger Sorgen weißt du was ich nicht verstehe warum dein Stream so ein bisschen bei mir leckt äh nö bei mir nicht also nicht im Stream ich hab jetzt mein Stream pausiert Schweinchen höre ich jetzt auch wo bist du hin was ich da durch den Raum da irgendwo nö ne das war ich nicht bei uns hier irgendwo jetzt ist alles okay nö nö das hört sich falsch an das ist ja auch kein Wunder ich hab dich auf 1080p ja 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 von da auch Bonne Ne war das irgendwo. Nee, eben nicht da runter. Ich glaube, ganz weiter. Bleiben wir da. Oder hier? Nee. Irgendwann ging es runter. Hier geht es auch runter. Wo war man denn eben? Dankt. Wo bist du denn? Komm mal runter. Wo ist denn runter? Wie geht es sonst mal runter? Ach so, da in meinen Raum oder was? Wo die Knochen waren? Ja, die Knochen runter. Ja, aber da waren wir eben nicht. Ja, komm, die ist runter. Doch hier, nee. Jetzt bin ich schon unter den Füßen mit den ganzen Knochen. Ich halte die Effekte gerade ein bisschen runter. Hier ist ein komischer Stein-Ding drin. Das war nichts, ne? Na, das war der Hinweis für das andere Rätsel. Ich war eben mit Hope bei dem Ding da, aber ich weiß nicht mehr, wo ist das Boot? Das war. Alter, entweder dieser Schweine-Typ oder der Skelett-Typ, ne? Ja, ich höre irgendwie auch die ganze Zeit ein Skelett. Ich muss eine Knochen-Könlichkeit essen. Ja, gar nichts. Ja, nur unser... Unser Gehen. Oh, jetzt. Was jetzt? Habe ich was gehört? Skelette sind ja langsam, die tun ja nix, ne? Bis zum Beispiel, die sind Sprinten, wenn sie dich entdecken. Hier ist, äh... Sag, es. Nur wenn die dich entdecken, Sprinten die. Dann wird's öklapp. Ach, hier seid ihr runter. Da ist einer, da ist das Skelett. Ich verstecke mich hinter, Schneefuchs. Oh Mann. Aber hier ist noch Sackgass. Hier geht's nicht weiter. Muss ich gleich da lang. Wir müssen da lang. Ich will gleich so hin. Noch da? Toll. Jetzt habe ich zwei von denen am Arsch. Okay. Ich glaube, wir müssen dann nach rechts. Hier ist Sackgasse. Hier ist Sackgasse. Hier ist Sackgasse. Aber versteck dich hinter dem Schneefuchs, dann stimmt sie. Ich bin down. Oh, jetzt finde ich euch jetzt. Oh, das kommt hier rein, das Viech. Ich bin hin. Okay, jetzt drehen sie oben. Ich kann mich nicht bewegen. Ich hing fest. Ich hing fest. Ach, das ist doch drehen die gerade um. Ich kann gerade in den Gang reingelaufen. Das war alles doof, was du gesagt hast. Aber scheiße. Aber wieso haben wir nur noch acht Leben? Ich habe doch auf unendlich eingestellt. Scheiße. Zeit bis zu verblut. Bläh. So, ich warte. Jimmy, du musst auch gleich kommen. Da ist er ja. So. Alles Glück. Was scheiße, dass hier alles gleich aussieht. Seid ihr schon mal hier hinten durchgegangen? Was heißt denn hier hinten? Wir sind gerade am Start. Jaja, wenn du durchläufst, die pinke Spur, da gibt es zwei zwei Eingänge. Okay, ja. Das haben wir gesucht hier, ja? Ja, auch. Ich glaube, wir sind da. Einmal auf der anderen Seite. Da ist das Rätsel. Dadurch, dass Hope ja so schön schon die Zombies weggelockt hat. Ja. Ich habe wenigstens zu irgendwas nütze. Ja. Wir zurückgehen oder was? Nee. Hä? Du hast ja die andere Seite. Ich glaube, wir müssen dort hinten durch dieses Tor da vorne. Hier läuft auch nichts. Jetzt nicht links. Oh, oh. Hier ist noch irgendwas. Hier, sind wir hier richtig? Nö. Doch. Ja, nein. Vielleicht. Nö. Da kommt ein Skelett. Ah, hier rechts. Nee, Tüte. Doch da. Hier durch. Oh, wo's hoch jetzt? Tobi. Wir sind da im... Wir sind da richtig in der Tür gerade. Komm mal. Und hier mit hier? Wir müssen hier durch. Ja, warte es mal bitte, Schemi. Ich weiß nicht, ich werde verloschen. Spät ist an der Kreuzung. Noch geht's nur geradeaus. Das ist der Raum, den ich manchmal nicht gesehen habe. Genau. Was ist los, Gigi? Ich bin im Kreis gelaufen. Leise. Das ist chemisch ansteckend. Ja, muss wohl. Siehst du uns denn überhaupt? Ja, genau. Ja, das ist da. Oh, wenn der da alle juckt. Guck, da sind extra Kugeln obendrauf, damit man sich nicht wehtun kann. Also kann man rüberklettern über den Zaun. Und den Raum habe ich beim letzten Mal, glaube ich, nicht gesehen. Genau, und den Raum brauchen wir. So. Guck mal, steiße. Hä? Da musst du irgendwas drehen oder so, wa? Schlüssel? Ist ein Schlüssel drin? Okay. Muss ich machen. Ah, wir brauchen die Schlüsse. Was brauchen wir? Schlüssel? Ja. Haben wir doch. Sind die fünf Schlüssel? Fünf von fünf. Wir müssen nur noch den letzten herbeziehen. Wer hier findet einer? Was kannst du das? Was passt? Saft. Das heißt, irgendwo muss man einen Schlüssel aufheben. Oh, ernsthaft. Geht mal in Schlüssel so. Wir haben alle. Hier liegt nur ein Zettel. Ja. Ich habe alle gedreht. Das ist das dritte Mal, dass ich hier unten war und den Hebel gezogen habe, nur damit das letzte Tor von einem nasse Zufall das dauert ewig. Und den können wir jetzt nicht ziehen. Ihr müsst erst mal das aufregen. Dafür brauche ich nicht den Schlüssel. Das heißt, ein Schlüssel, das brauche ich nicht. Ich habe mal den Hebel gezogen. Okay. Dann war das doch auf. Cool. Das ist schon auf Durchschnettig. Die Sache Missionsziel hieß nur, zieh den Hebel, zieh drei Hebel, zwei von drei. Ja. Ach, du Scheiße. Dann hat sich die Sandu umgedreht. Genau. Dann hätten wir halt den Ausgang laufen müssen und hätte jetzt die ganze Zeit gewartet haben. Alte Käpperin. Die alte Käpperin. Und hier haben wir aber letztes Mal Schluss gemacht, ne? Genau. Beim Reagentieren. Vielleicht hätten wir... Ne, da waren wir aber schon lange durch. Nein. Das Reagenzgläschen war... Das kommt jetzt erst noch alles, oder was? Ne, das Reagenzgläschen war. Das war in dem zweiten Level. Sozusagen. Aber schon nichts für dich. Was steht denn hier? Sieht aus, als würde ein Sturm aufziehen. Am besten komme ich hier schnell durch. Ich weiß, dass diese Gebiete oft überschwemmt werden. Joanne. Achso. Textbar. Aber gleich. So. Und dann haben wir... Wahrscheinlich hätten wir hier noch irgendwo... Es wird weiterlaufen müssen, dass da mal ein Speicherpunkt oder sowas kommen kann. Aber ich kann nicht manuell speichern. Ich kann respawn, gehe zur Lobby-Verbindung trennen. Also selbst als Host kann ich jetzt nicht irgendwas speichern oder so. Gab's dir was aufzunehmen? Hier ist jetzt Sumpf. Supi. Oh. Bist du uns die geändert? Dann kommen wir aus dem Sumpf. Okay. Was ist denn? Blau? Was ist blau? Stackpoint. Jetzt ist Stackpoint gespeichert. Okay. Wenn jetzt was ist, dann machen wir ab hier weiter. Wir hätten am letzten Mal wahrscheinlich nur noch hier weiter rausrennen müssen, dass es speichert. Okay. Scheiße. Dann wissen wir Bescheid beim nächsten Mal. Vor wir aufhören müssen wir irgendwie ein Checkpoint erreichen. Der verdammte Sturm hat die Gegend wieder überflutet. Ich bin mir nicht sicher, wie groß er schade ist, aber es war wieder jemand unter Krypto. Es war wahrscheinlich Chip. Er ist der einzige groß genug, um in die Skiwerte zu passen. Ich hoffe wirklich, dass sie nicht beschädigt wurde. Wir halten sie nicht ohne Grund für Siegels. Ich werde morgen nachsehen, wenn das Wasser zurückgeht. Hat hier ist mir so ein Ding zum Anhören, ne? Nee, gar nicht. Das wäre die komische Musik. Wo noch ein irgendein Item? Achso. Wyatt. Wer ist denn Wyatt? Jetzt ist das der Polizist? Nee. Irgendwas zu mitnehmen gab es hier nicht, ne? Ich habe bis jetzt nichts gesehen in dem Haus. Neues Item. Ja, wir haben ja auch nie den Kompass benutzt, ne? Eine Höhe benutzt. Man kann springen? Ja. Guck mal, hier kannst du hoch. Äh, doch nicht. Okay, hier komme ich nicht weiter. Missionsziel geändert? Finde einen Weg durch das Tor. Finde einen Weg durch das Tor. Was für ein Tor. Wer ist denn jetzt bei dem Tor angekommen? Ich bin beim Tor angekommen. Was ist das? Ah, die pinke Spur, ne? Ja. Da geht's zum Dock, okay. Nein, 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 nein! Und hier ist ein gewissen Zettel. Zettel, Zettel, Pettel? Was steht drauf? Die Verkehrungsbeteilung. Aufgrund der schweren Sturms werden wir in einen Ort mit mehr Einrichtungen evakuiert. Bitte treffen Sie sich am Samstag um 12 Uhr und am Dock. Wir brauchen Freiwillige, die das Segelwerk am Laufen halten und die Schleusentore bedienen, um schwere Überschwemmungen zu verändern. Wer die Interesse hat, gibt uns mit dem Vorsamstag Bescheid. Wir werden erst zurückkehren, wenn der Sturm vorüber ist und die Bedingungen sicher sind. Kommen Sie nicht zu spät. Hier sind Krokodile. Ich geh mal vor. Krokodile? Krokodile. Dangar. Ach ja, die heißen Dangar, die Krokodile. Und die können nicht schwimmen. Das ist ein Häuschen. Ein Häuschen. Yay. Ja, wir müssen nur zu dritt. Wer fehlt denn? Ich nehme Gott. Blau fehlt. Schnee fehlt. Jetzt Zettel. Ich habe die Nase voll von diesen Alligatoren. Ich schwöre, diese Scheiße werden auch immer größer. Ich habe heute einen gesehen, der so groß war wie einige unserer Fischerboote. der Sturm kommt und ich möchte wirklich nicht, dass diese Dinger herumschwimmen, wenn es zu Überschwemmungen kommt. Wenn ihr einen kaputten Zaun seht, meldet es. Jim. Wer ist Jim? Ich habe was angemacht. Ich habe den Hebel da bedient. Ja, müssen wir gucken, wo der Strom hingeht. Ich weiß nicht. Ist so ein Sicherungshebel da. Hier ist noch ein Schloss. Das Schloss sieht ziemlich stabil aus. Ich werde den Schlüssel brauchen. Ja, da ist ein Wolzenschneider drin. Super. Du musst einen Schlüssel finden, um einen Wolzenschneider zu finden, womit wir ein Schloss aufkriegen. Und jetzt? Jetzt noch höher. Ne, da waren wir gerade schon oben. Jetzt hätten wir eben gut mal neu starten können mit Unendlich Leben, ne? Ja, nein. Was soll der? Kabel nach. Ach so, wo ist das Kabel? Warte, ah. Hierüber muss ich es los. Ja, das Kabel geht da zu dem Haus. Aber wie kommen wir da jetzt wieder hin? Ah, der Himmel. Das dauert nicht lang. Das hat mir ein bisschen Sausischokko gemacht, ne? Ja, springen wir mit dem Platsch und so. Jetzt hier rum. Das geht nur auf, wenn wir den Zeitzwitsch umlegen. Und wenn der Strom drauf ist. Na doch. Noch ein? Naja, da ist aber kein Strom drauf. Das heißt, wir müssen jetzt irgendwie erstmal... Gibt denn hier noch ein zweites Kabel irgendwo lang? Oh, 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 oh. Alliator. Tschüss. Hi,orf. Äh, 심hi, Jumi? Ich bin safe. Ich bin im Haus. Schnellhopfen. wenn man hier runter geht kommt es wieder lass mich mal auf den Platz, hör auf den Platz das Spieler ist gleich gestorben Startraum wo der Zettel und die Musik lief Meinst du es weg? Der Zaun entlang laufen oder was? Wannst du komm noch irgendwo hin? Kroki hol dir Chimmy Ach gut, ja Hallöchen Jaja, ich bin bestimmt der Nächste, keine Sorge Ihr seid mit dem Krokodil beschäftigt Ich laufe den Zaun entlang, ne? Ich bin ja auf dem Land Da war so ein riesen Viech gerade Ich hab glaube ich Nettis gefunden Wann häng ich denn hier fest? Ja ich bin im Haus Ich finde hier ist noch ein Haus, warte Aber hier ist nichts außer Zettel Bisschen Steg oder sowas, warte, komm ich da hoch? Zu dunkel Oha Mh Okay Äh Blutegel Kuckuck 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 Kuckuckuck Kuckuck 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 Kuckuckuck 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 Kuckuck Das sieht aus, als wär's was hier. Oh, hier, ein Brunnen. Ich hab ein Amulett oder sowas? Ja, zum Brunnen wollte ich ja. Aufheben. Eins von zehn. Ach so, hier hängen so blaue Amulette rum, okay? Ach so, da war ich schon. Da geht auf jeden Fall ein Kabel lang. Ich wollte rüber zum, ähm, da ist so ein Haus und da wollte ich irgendwie rüber. Da bist du auch Licht oder so, ne? Ja, oha. Aber ich hab mich da nie so erschrocken. So, aber wo, 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 welche Richtung? Aber hier ist mal zur Eucharistie safe vorm Kruppdier, wo wir draufstehen. Ja, wenn wir nicht im Wasser sind, denkst du immer safe, ne? Welche Richtung gehen wir lang? Du, da ist da? Keine Ahnung. Ach nee. Keine Ahnung. Okay, du, da... Da, siehst du hier, Yassi, da, hier, da, guckst du, da, riese Kokodil. Ja, sie hat meinen Clip gesehen. Ach du Scheiße, ich hab das nicht gesehen, ich hab nur mein Monitor, äh, Juggles in der Sprühen. Bist du down? Wo bist du denn? Ich bin, ich bin hier auf der Insel. Ach so, du bist safe, ja? Aber dadurch... Ich hab die Hütte gefunden, äh, für die wir dann den Vorschlag haben oder Brichstange brauchen, was in dem Schrank ist. Ja, äh, Clips, äh, Clips, äh, Clips-Ding da. Ich komm nicht weiter, ich hab Krokodil, ist immer bei mir. Ich lauf jetzt einfach, ach shit, jetzt geht es nochmal in zwei Richtungen. Äh, ich bin links von blau. Genau, jetzt hier gegenüber. Da, da, da war man ja schon, ne, war man, da war man in dem Haus doch schon drin? Hallo, Hubi! Hallo, Olli! Danke für den Klip, äh, GG. Hier war noch keiner, okay? Ich bin in einem Haus, wo noch keiner war, glaub ich. Also hier verfliegen ja keine Lampen, keine Lichter. Wollt jetzt hier die Richtung mal weiter? Genau. Warte mal, ich hab gleich, weiß ich nicht. Hast du, sobald ich im... ins Wasser gehe, äh, äh... Wollt jetzt hier die Richtung mal weiter? Ist Kroko Agro. Ja, muss ich... Ich hab ne Brechstange! Ja, die brauchen wir hier für die... Da, wo die rot... Das Haus mit der roten, äh, Spur ist. Da brauchst du die Brechstange. Ja. Ich hab ne Brechstange gefunden. Aber die kann jetzt jeder benutzen, ne? Die kann jetzt... Komm, wir gehen wieder zurück, hm? Okay. Was ist das? Was ist das? Brechstange mal hier rechts, Schobi. Hier ist doch extra ne rote Farb draußen daneben, oder was? Ich hab... Was? Das war zu laut, was? Das übersteuert. Ich hab mich mal keiner erschrocken. Warte, bis ich da bin. Lesen. Warte, bis ich da bin. Auf gutes Wert, Stoß, wenn sie verloben. Ich kann nichts mehr stoppen. Mach dieses ja mit Text nochmal. Bis Samstag. Mach auf. Oi. Ist egal. Norikata. Ich bin Samstagab, ja. Das Spiel hat grad gestorben, ach so. Das war ich. Jetzt hab ich mal Karte erschreckt. Komm von da, dann geh ich jetzt mal da lang, oder? Aber du hast dich auch erschreckt. Ich will mich auch erschrecken. Was macht ihr? Ja, lass dich vorm Krokodil fressen, Alba. Hier brennt was. Hier brennt ne Wagenburg oder sowas. Wir haben das schlussgefunden. Das heißt, im ersten Haus. Im ersten Haus können wir jetzt den Schrank öffnen. Ach die Scheiße, wo war das jetzt? Ja, das war nicht gerade hinzugehen. Hier noch was, Nina? Mhm. Hä? Wo ist der Heidi? Komm, komm mal zurück, komm mal zurück. Komm mal zurück, hopp. Les mal, was da drauf steht. Ich glaub, dass du irgendeiner blauen Spur hinterher. Also, ich kann das dann nicht, äh... Ein Papel machen? Das sind dann wo wir, ne? Ja. Da, da war ein Schrank. Da war ein Schrank. Da war ein Schrank im ersten Haus. Wo du die Schlüssel brauchst. Ja, um an, äh, ein anderes Ding zu kommen, ne? Mhm. Schlüssel gefunden. Hoffentlich den. Jetzt müssen wir nur das erste Haus wiederfinden. Einer von uns. Ich steh gerade vorm Schild mit, äh, Krokodil. Ja. Dann ist doch da das erste Haus nicht weit gewesen, oder? Nee. Ist auch nicht weit. Ist direkt vor mir. Sehr schön. Dann kannst du ja dahin. Sollen wir kurz hier warten, oder was? Mhm. Ich sei dahin. Während das Krokodil... Du kannst ja Beine abgeben, wenn du das Bein hast. Dann kannst du mit dem anderen weiterlaufen. Jimmy! Nicht zu alli. Insel war heute bei mir. Er hat Scum gespielt mit mir. Wer hat das Update gespielt? Ich hab das Update gespielt. Jetzt hättest du mir auch vorher sagen können, dass da ein Update ist. Wir wollten gestern Abend spielen und dann war das Update da. Hast du gar nichts mitbekommen. Ich hab hier nen unterirdischen Hebel. Möchte mal drücken. Mach mal. Ist grad irgendwas passiert. Ich weiß aber auch nicht was. Wo seid ihr? Im Sumpf. Ich bin grad unterhalb von dem Haus, wo wir grad drin waren. Da hängt an der Stirnseite ein blaues Medaillon am Posten. Ich hab hier was schon. Ich hab hier was schon. Ich hab hier was schon. Ich hab hier was schon grün. Ich hab hier ist ein Krokodil. Du bist gleich tot! Hier komm mal näher zu mir! Da steht nicht schwimmen! Das heißt einfach nicht springen. Na? Na wenn wir springen, dann weißt du doch das Krokodil wo wir sind. Ich spring die ganze Zeit ja mutterflockig rum. Ja, krieg ich dich? Halt ich bereit, du musst jetzt hier hoch springen. Wo sind die wieder? Oh mein Gott. Sind die schon wieder? Dankeschön! Yes! Danke! Oh, du siehst ja echt mal nichts als roter, ne? Ja. Und dann auch noch im praktischen Wasser, ne? Ja. Das Problem ist, wir sehen halt das Krokodil nicht, wo es lang schwimmt und so. Würden wir einen kleinen Anhalter sehen. Also, einen kleinen Hinweis. Das war gerade bei uns. Schwamm gerade in die Richtung Mitte. Hey, du doof, wer I am? Ist ja trotzdem doof, das können ja auch zwei Krokodile sein. Weil komischerweise, wo ihr vorhin woanders gewesen seid, wollte ich ja rüber auf die andere Seite, weil da war ja was. Und, äh, ich hatte trotzdem immer noch ein Krokodil am Hinfall. Ja. Ich weiß nicht, wie viele Krokodile auf der Nacken sind. Wäre so schön, ein Krokodil kommt selten alleine. Aber hier war ich schon mal. Ah, da seid ihr! Da, äh, ich möchte gerade roh... Hey, hallo, hallo, stopp! Wer, wer ist rot? Ja. Nach oben. Wait for mir! Hier ist zu einer guten Spur gefolgt. Ich glaube, ich bin jetzt einmal im Kreis gelaufen oder so. Ja, I don't know. Ich schlick's gut, Orientierung. Und nun? War schon wer in dem ersten Haus? Ich komme aus dem Sumpf. Ich finde einen Weg durch das Tor. War schon wer im ersten Haus oder das? Nein, ich... Okay. Ich war gerade in irgendeinem Haus, aber da war nix. Ja, das Haus, äh, wo der Brunnen war, richtig? Ach. Ja, da habe ich irgendeinen Hebel gefunden und gezogen. Aber was der gemacht hat, weiß ich nicht. Jetzt wird dir wirklich was gegattert und das war's dann. Hi! Hi! Ja... Oh, ich bin auch im Teal. Oh, ich bin auch im Teal. Na, ich war denn das hier? Geht eigentlich dein PC wieder, Olli? Jetzt lauft ihr dahin, wo ich herkomme? Oh, okay. Wir wollen machen. Ja, musst du ja. Dann haben wir auch schon. Olli sieht sehr männlich aus. Ja, der hat auch einen männlichen Charakter. Gibt nur zwei Frauen Charaktere. Damit wir uns nicht verwechseln. Ich weiß ja gar nicht, wie ich aussehe, von daher. War ich den Mann? Ja, doch, hätte man eben im Lockenscreen sehen können, ne? Ja, der Bär-Tiger wieder. Der Bär-Tiger. Ach, der Bär-Tiger. Der Bär-Tiger? Der Bär-Tiger. Ja, passt der zu dir. Ja, da ist das brennende irgendwas. Hm. Okay, jetzt kommen wir dahin. Jetzt da hängt zum Beispiel ein Amulett. Warum brennt das hier? Wir könnten so schön hier durch, wenn es nicht hier brennen würde, ne? Ich kann nicht weiter, bei mir ist gerade das Kroko. Dann können wir hier weiter. Hier können wir nicht weiter. Was ist das? Hm. Da muss man aber, glaube ich, noch hin. Äh, wirst du mich hier gerade ab, du doofes Kroko? Kabel hin. Hier, friss das. Ja, hau ab. Ich werfe dich mit Knicklichen ab. Hau ab. Boah. Wie gefährlich. Knicklichter. Der ist gerade zu dem einen Haus geschwommen. Da war auch nicht hoch, ne? Wer ist da? Wer ist da? Wer ist da? Wer ist da gerade, äh, pinke für die Lichter? Ich? Wo wirst du hin? Das war's da? Ja. Warum? Weil ich überlege, wie ich am besten ins Haus komme. Wo ist das Haus denn? Na, das hier vorne, wo, äh, wo man... Ich hoffe, ich sitze zehn Minuten im Wasser rum. Du hast Schiss jetzt hier, da zum Haus zu laufen. Und lass mich vorgehen, da wird nicht gefressen. Ja, ich hab Schiss. Ich hab gar kein Krokodil. Da. Hier das Haus müssen wir rein. Hier müssen wir rein. Ja. Ja. Ich bin gerade aufs Glitterhau. Ich bin jetzt da, wo wir den Bolzenschneider brauchen. Da müssen wir doch das, äh... Da, hier! Schlüssel! Schlüssel! Ich lass das auf! Jetzt hab ich den Bolzenschneider. Ich hab grad den Bolzenschneider. Ja. Oh, toll. Hier kommt man nicht hoch. Also dieses dicke, ne? Schlösserknacki-Dingster. Ja, dann müsste ich da jetzt... Das war auch ein bisschen komisch, dass jeder dann die Einträge benutzen kann, wenn einer das findet, ne? Oh, Missionstier geändert. Tor ist auf, okay? Ja. Wo ist das Tor? Jetzt muss ich zu euch kommen. Ja, wo ist das Tor? Das Tor ist bei mir. Ja? Wo bist du? Da läuft jemand. Wer läuft da? Ich, ich, ich erscheine, ich erscheine. Oha. Er kommt. Ja, genau. Zwei Frauen und zwei Männer-Charakter. Ja, genau. Gibt's doch, dass du heute den, äh, auch den anderen Männer-Charakter genommen. Ach, das war das Tor hier. Dox. Ah, okay. Ja. Die anderen? Wo sind die anderen? Ich hab grad einen Koko vor mir. Wie habt ihr die Koko? Ich will auch Koko haben. So ihr seid. Leider haben wir kein unendliches Leben. Sonst würde ich sagen, sterben lassen. Hm. Damit ihr hier vorne spawnt. Dann läuf ich mal auf Toilettchen. Wenn's recht ist. Tu das. Mach ich grad den YouTuber mal ne Werbung rein, weil die haben heute keine automatische Werbung. Ist der Hobby. Die Twitcher kriegen komischerweise automatische Werbung. Alle 18 Minuten. Wo geht zum Tor? Ja, boah. Ich bin gleich wieder da. Schnell Pipi machen. Wahrscheinlich da links, ne? Also rechts eher nicht. Sag ja hier links. Folgt mal am besten der grünen Spur. Ah, die grüne Spur die schon überall war. Ja. Ist egal welche das Schlammer nimmt. Sie ist immer verschissen. Ja. Aber hier ist doch das andere Haus, oder nicht? Hier ist der Zaun. Ist auch das falsche Haus hier. Oh, ich hab hier ne Not. Oder ne? Hier ist Netti. Komm mal zurück. Oh weh. Hier rüber. Hier rüber. Oh. Sehr Dank. Genau. Und da geht's nämlich weiter. Die lassen sich die mir einfach stehen, ne? Ja. Naja. Und hat überall seltsame Amulette aufgehängt. Wenn jemand eines sieht, bitte abnehmen. Man wirft uns schon vor, eine Sekte zu sein, weil wir hier draußen leben. Die sehen so aus, Wyatt. Ja. So ein Amulett. Mmh, lecker. Mmh, lecker. Da belebt noch was anderes als ein Krokodil. Ich glaub eine Schlange. Was war das? Es fühlt sich nicht lecker an. Hast du aber nicht gesehen. Ich auch nicht. Okay. Äh, was? Wie haben wir uns hier geändert? Seid ihr hin? Die Mädels sind vorgelaufen und ich hab auf dich gewartet. Hier. Zumindest haben sie uns eine Spur hinterlassen. Jemand hat überall seltsame Amulette aufgehängt, von denen man es erst sieht. Riesengroßer Wurm. Ja. Zwischen Jimmy und uns. Hä, 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 hä. Die sieht direkt gerade aus. Oh, ja. Siehst du das? Ja. Das liegt sich da. Achtung. Hat er ja eben gesagt, dass die Blutegel auch immer größer werden. Oh. Gibt das wie Netti. Äh. Super, Jimmy. Die können auch immer den Steg laufen, wie es aussieht. Sie hätte es nicht vergessen, oder? Liegt mal jemand zu Füßen. Ich glaub der hat den Kopf weggesnackt. Guck hier, guck. Äh, hier. Guck. So sagst du auch gar nicht aus, Netti. So ohne Gesicht und mit Beinen zwischen die Beine. Okay, Beinen zwischen die Beine. Das geht ja schon mal nicht. Egal. Am besten wir gehen schnell rüber. Ich seh den Weg. Komm, komm, komm. I believe I can fly. Oh. Oh. Geht mir anders vor. Nein. Oh. 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 Geht mir anders vor. Oh. Oah. Oh da. Hinter die Haub. Hinter die Haub. Nicht umdrehen. Nicht dann langlaufen, äh, eh. Schnee. Hm. Okay, na. Okay, die wiessefot. Beine, die wiessefot. Ach, meh, die wiessefot. Also ich glaub... Mal auf, ein Weihnachtslieder zu singen. Na, Peri. Necky, du bist auch auf Blau. Was darf ich schon irgendwie beruhigen? Ich muss mich auch hier gerade beruhigen, denn ich zeig gerade Eier. Oh, Tadezau, Tadezau. Mit der G-Bag oder dem Kopie rein kriegen wir schon mal keine Probleme. So schief wie wir singen, erkennt Content, da geht das eh nicht. Oh, ist das hier geändert? Finde das Dock, finde den Schleusentor, Teile. Ach du Scheiße, reparieren Sie Schleusentore. Ach du Kacker. Schließe diese Tore vorerst. Der Sturm kommt und ich habe keine Zeit, die Schleusenteile zu verlegen. Ich komme nach dem Sturm zurück und schließe sie wieder an. Ich glaube, es gibt noch ein paar Teile unten bei den Hütten. Ich weiß, dass ein paar Zahnräder gereinigt werden mussten. Vielleicht gibt es genug davon? Oh, kommst du mit? Hütten, hier ist Hütte. Ich gehe mal bei Hütte gucken hier. Ich gehe mal bei Hütte gucken. Hopi, kommst du mit? Wo ist es wirklich hin? Da ist es wirklich hin. Und hier ist Stachelbad, super. Auch hier kommen wir gar nicht lang. Okay, hier müssen wir das scheinbar drehen und da müssen wir gleich drehen, okay. Was heißt, wir müssen da wo? Finde Treibstoff für das Boot, ach du Scheiße. Oh, heilige. Wer wollte dieses Spiel nochmal spielen? Das ist so schönes Spiel. Oh, hier ist eine tote Kuh. Der tote Schwein. Hier. Hier ist eine Hütte oder sowas. Okay, ich habe hier einen Hammer. Oh, nee, was ist das? So, dann geht es hier nicht. Aufheben. Achso, jetzt machst du schneller. Wer ist schneller? Nett, hier war es schneller. Für das Boot, okay. Jetzt haben wir, was haben wir gerade gefunden? Gar nichts. Oh, den müssen wir auch aufmachen sind. Ja. Wir haben eben den Schlüssel aufgehoben. Peak Pen. Hey, Viat, ich dachte, ich hinterlasse dir eine Nachricht, da ich dich nirgendwo finden kann. Es sieht aus, als hätte der Sturm den Brutstreibstoff am Dock wegspielt. Es sollte ein paar Satzkanister nach Stadt geben. Ich habe jetzt keine Zeit zu holen. Ich muss den Schweinestadt sein. Ich meine, ich hol dir was. Hier ist noch ein Haus. Das ist ein Amulett. Checkpoint gespeichert. Okay. Das war dann, wo ich. Ja. Wo ist denn, wo du hin bist? Ich bin rosa. Ja, ich habe gerade noch ein Amulett gefunden. Am See. In der Stadt gibt es Treibstoff. Was für eine Stadt denn? Okay, hier ist wieder so ein Radio-Ding. Achso, das ist ja nicht die Checkpoint. Ich sah einen Mann, der mich von einem der Häuser aus anstarrte. Er sah aus, als hätte er einen Geist oder so etwas gesehen. Was ist das? Achso, das ist offen. Nee, aber mit Text. Ich habe auch Text. Ich habe heute Abend etwas am Dock gehört. Das klang überhaupt nicht wie ein Tier, das ich in dieser Gegend schon mal gehört habe. Könnte es das Ding sein, dass er von dem Kenny schwor, dass er es hier im Sumpf gesehen hat. Ich versuche mich zu erinnern, wie er es beschrieben hat. Eine Art Sumpfhund oder so. Andererseits hat er immer behauptet, er hätte eine Art Monster im Sumpf gesehen. Wie auch immer. Ich werde mich für ein paar Tage vom Dock fernhalten. Irgendwas hat sich an den Fischfessern vergriffen und ich will kein Risiko eingehen. Wyatt. Ich habe hier auch noch einen längeren. Von 19. Oktober 1891. Ich bedauere, Ihnen mitteilen zu müssen, dass Herschel Fear, während des Ausbaus des neuen Minenschachtes auf tragische Weise verstorben ist, seine Tochter Ethel Fear bestätigte heute seine Identität, da der größte Teil der Leiche noch im Gestein eingeschlossen ist. Frau Fear hat bestätigt, dass der Fear-Nachlass keine weiteren Arbeiten in der Mine mehr finanzieren wird. In der alten Silbermine, die jetzt in eine Reihe von Katakomben umgewandelt wird, sind noch einige wenige Mauerarbeiten möglich. Frau Fear plant, ihren Vater zur Ruhe zu betten, sobald das Projekt abgeschlossen ist. Alle anderen müssen sich leider anderweitig um neue Arbeiten mühen. Frau Fear hat erklärt, dass sie zu diesem Zeitpunkt niemand gewaltsam vom Land vertreiben wird, sondern dass sie den Menschen erlauben wird, zu ihrer eigenen Zeit umzuziehen. Fertig. Fertig. Man kann wieder Evakuierungsmetalle kennen wir ja schon, aufgrund des Schwere des Sturms werden wir. Be 뜻 economists immer f foll reich das Wasser. Aber sonst ist hier nichts, quoi? Kein Item, kein Gearnosch. Es ist ja doof. Ne. Wir können ja von der anderen Seite mal A рекel tudo anbauen. Birorgeous Checkpoint, halt. Also wir haben wahrscheinlich Spawnen mal jetzt hier, weil hier ist so ein Radio mit Musik. Ja. hier geht es doch durch dann jedoch nicht aber hier ist auch nichts zum sammeln das ist wie only up jetzt hier springen und hüpfen und elektrizität im wasser da wie sieht das wasser so komisch aus so springen war also das sieht aus keine ahnung ganz komisch ich will jetzt nicht versuch ausprobieren was passiert wenn ich ins wasser springen ich versuche überall drauf zu springen wir kommen gerade nicht zurück ich bin jetzt auch woanders also ich wollte den checkpoint aufmachen aber da sind die neuen häuschen moment vielleicht gibt es ja was und wo die medis vorhin durchgegangen sind da ist jetzt auch ein baum durch ich habe einen sicherungskasten moment text welcher idiot hat diese häuser verkabelt hier sind überall sicherung ich habe keine ahnung welche kabel wohin führen und wie ich überhaupt den strom in diesem haus abstelle das ganze ding muss neu verkabelt werden okay okay das ist schon rausgedreht dass wir müssen wahrscheinlich doch durch über dieses wasser ich gehe noch mal zurück was auch mal gemacht hat der strom ist aus vom wasser ja ich habe gerade so eine sicherung hier rausgedreht genau jetzt ist jetzt das wasser ist nicht mehr britzelig genau hier waren so kisten und planken und kaputte karren im wasser da bin ich gesprungen 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 bin ja in dem haus angekommen bin es schon rausgedreht jetzt ist das ist das strom im wasser ist weg das boot ist oder wofür wir den schlüsseln haben warte mal wo geht es denn hier hin oh 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 die türde war neu oh hier ist ein schleusenrad würde ich jetzt behaupten nicht weiter das habe ich gerade gedreht hier jetzt geht hier was auch und da hinten in dem haus da wo genau da wo ich gerade quasi her kam damit kommen hier runter ich komme hier durch ja das ist die merkt war grüße dich voxie das ist noch ein häuschen oder hier oder wo wo seid ihr wo sind sie irgendwas hat jim auf dem dog erwischt und in den stück gewissen bevor sie den sumpf gesetzt hat ich dachte es wird mich auch erwischt habe ich konnte mich in einer hütte verschlecken sieht aus als wäre ihr gehör nicht so gut ich werde versuchen zum boot zu kommen auf die hat das nicht genommen es heißt irgendwas wird reagiert auf geräusche erinnerung an mich selbst boot schlüssel bei nash gelassen er sagte er würde vielleicht noch ein paar teile für den schweinestall abholen ich hoffe er denkt daran das boot aufzutaten am schweinestall waren wir ja schon da haben wir ja den bootstimme da haben wir schon gefunden den boot schlüssel philip dankeschön läuft es bei euch doch ganz gut glaube ich gerade ich will keine ahnung wer kennt das spiel ja nicht aber ich glaube es läuft gerade ganz gut es ist viel rätseln philip danke für die 99 cent dankeschön hier war jimmy hier ist auch der sicherungskasten genau da hast du rausgedreht super chattet 99 cent oh danker hier ist schon wieder danker krokodile die nicht schwimmen können später oh ich habe es uns hier geändert ohne die anderen jungs ist es hier einfach so ruhig wenn alle wieder da sind werde ich wo wir suchen mehr für die leute hat verdammt ich werde sogar freundlich jetzt ins jim hier ist noch so ein amulett ja ich frage mich wie sind die zwei jetzt da durch das ist spurfolgen wir legen überall grüne und blaue spuren hin von da sind wir aber gekommen wir haben eben so eine schleuse aufgedreht da kann man drunter durchkriechen ist aber sonst nix mehr war ist mein zettelchen was steht da drauf ich gehe in die minen ich glaube ich kann das endlich beenden wir sind da am sicherungskasten ja da geht es jetzt geht er wieder raus und rechts rum da ist einfach der grünen blauen spur folgen ich gehe mal zurück ich gehe mal suchen ja das ding ist ist doch schon pink ach so hier ist ein baum ja und wir kommen hier nicht durch ihr müsst unten beim wasser kriechen da unten beim wasser geht irgendwo was ist eine schleuse halb auf und da müsst ihr durch hallo seht ihr mich? aah oh mein gott da oben das rädchen haben wir eben gedreht und da ging hier unten eine schleuse auf genau jetzt kann man hier durch so weit zurück ich würde vermuten besser als mit dem rätsel davor ja ja also das labyrinth davor war ich meine das spiel hasse labyrinthin aber ich hasse labyrinthin aber das war mit der grund warum ich das spiel ausgesucht habe oh ich hab das krokodil gerade vor der nase haha haha und hier ist jetzt wieder danger genau und das krokodil ist hier gerade vorsicht krokodil ist da vorne schups 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 ach scheiße hier ist bring mal ins wasser hallo krokodil bist du hallo krokodil bist du ist schon gerade weg nach Norden ist schon gerade weg nach Norden muss ich jetzt in die Minen oder was? vermutlich wo ist der Eingang zu den Minen? I don't know scheinbar ist das Wasser ist die Lampe heller? Ne, Taschlampe ist besser ne? also hier auf glaube ich Jacke wie Hose gerade ich bin aber totes mutig vor hier da kann man nicht so, okay aber irgendwas war hier von wegen das kann ich gut hören was kann ich gut hören? jetzt kommen hier gleich noch mehr Monster ne? ich seh gar nichts gar nichts seh ich weil da oben ging ja nichts weiter warte hinter mir nö ich bin jetzt hinter dir gehst du mal weiter? warte du bist? ich wüsste ich schlafe einfach mal hier ne hier gehts hier ist notsichtbarer Wand gehts hier nicht weiter, okay ne hier kann man drüber springen what? wir wollen irgendwas wir haben unterbrechen I don't know wer ähm Warte, I can see äh Fels oder so I think so hier hinten wieder fest, okay hier ist äh unsichtbare Wand scheiße ich hab das Ende des Spiel wird erreicht hier geht ein Schweiter, Letty hier ist ja gut ja ist ja gut scheiße, wa? hier geht ein Schweiter, Letty ja ist ja gut scheiße, wa? hier ist ja gut Ich muss... Ich muss... Ich muss mal... Uaaaaaah! Letty, lauuf! Mal gucken, wen's kriegt! Uaaaaaah! 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 Hehehehe! Mein Spieler ist kalt gestorben. Du hast sie im Leben übrig. Ach, du hast dich... Du hast dich wieder aufgegeben, ne? Äh? Ja... Was, ne? Ich kann dich nicht wiederbeleben. Er hat mich auch gesnackt. Sechs Leben übrig? Okay. Äh, ist von euch gerade auch einer gestorben? Jep. Ich sag ja, es ist Zeit nochmal vor die Tür zu gehen, ne? Ja, es ist Zeit für ne Zigarette. Wir treffen uns am Checkpoint. Ach, jetzt sind wir eher die hier. Genau. Bis gleich. Machst du mal ne Zigarette, Schatzi? Und ich geh mal für kleine Mädels. Das war jetzt aber Knall, 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 wa? So. Entkommen wir aus dem Befinde der Stock. Das Stock haben wir noch nicht gefunden. Schleusentorteile 0 von 6. Repariere Schleusentor. Schlüssel für Boot haben wir schon. Treibstoff fürs Boot 1 von 4, okay. Boah. Boah. Na, wüssten wir die Schleustorteile aus. Das müssten riesige Dinger sein eigentlich, ne? Musik ist auch Spacey. Geht das durchs Wasser weiter? Ja, irgendwann kommen unsichtbare Wände. Hier. Was kommt hier drauf? Erinnerung gar nicht selbst. Ach so, hier Schlüssel, genau. Haben wir schon, haben wir schon. Was sind wir denn jetzt hier? Ja. Okay, ich hab da mehr. Guck, dann kann ich mehr. Guck, dann kann ich mehr. Hier geht's auch. Ne? Hier irgendwo lang, wa? Aha, du bist noch hier, okay. Du bist ja wieder zurück bei uns. War schon da oben drin, ne? Ja, wa? Ja. 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 Ich vermute, wir müssen da irgendwo, äh, durchs Wasser, oder? Hm. Was haben wir denn noch für Hinweise bekommen? Das ist jetzt hier noch für einen Hinweis. Ohne die anderen Jungs ist es ja einfach so ruhig. Oder ist es ja einfach so ruhig, wenn alle wieder da sind. Wenn ich versuche, mehr über die Leute zu... mehr für die Leute da zu sein. Hm. Gute Nacht, jo! Um viel Arbeit nach, du scheiße, Philipp, jo! Dann, äh, ja, äh... Komm mal zurück, hier geht's noch den Weg weiter. Komm mal zurück, hier geht's noch den Weg weiter. Komm mal jetzt wieder ins Safehaus und aus dem Safehaus wieder hinten raus. Ja, da war ich eben auch schon, aber ich glaube nicht, dass es da weiter geht, ne? Hier ist ein Weg noch ohne Lichter. Was? Ein Haus, Moment. Mikro ohne Lichter, äh, okay. Okay, der hat immer seine Wäsche aufgehangen. Hier ist ein Haus. So, bin da. Kannst du mal reingehen? Was machst du schon wieder? Gucken. Hier ist so eine Kurbel, okay. Das war jetzt... Schleusentor Teil eins von sechs, okay? Das sieht aus wie große Kurbeln, okay? Kann ich lieber zurücklaufen? Ja, voll der blauen Spur. Nur der blauen einzelnen Spur, die da ist. Ich hab doch... Äh, ich... Ach, ich hab die Dinger... Ach, ich hab die nicht... Ich drück die ganze Zeit Maustaste und schmeiß keine Dinger hin. Oh, nein! Die Überkühlungsnotiz hier sind noch mehr Häuser. Jetzt in jedem Haus so eine Kurbel drin. Vermutlich, ja? Ne, hier ist ein Tank. Äh, ich bin da auch. Wo denn? Wo denn? Wo denn? Das schaffe ich's noch. Chemie, ich bin da genau. Ja, ich komme, ich komme, ich komme. Ich sehe dich. Ich sehe dich. Ja, 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 ja. Danke. Was denn? Krokodil oder Igel? Weder noch. Geh mal hoch da. Machste? Hier ist doch nix. Was war denn hier? Nächster Checkpoint. Da ist es. Britzel, Britzel, ja, ich hab Strom, oder? Ne, das war für sich so. Hä? Ich hab heute Abend wieder eine dieser Riesenfliegen gesehen. Das zweite Mal diese Woche. Sie wollte mich nicht nur, das war meine Taschlaube stark, um sie abzuschränken, als sie mir zu nahe kam. Okay, interessant. Ich hab mit der Taschlaube aufgezeichnet, da hat nix passiert. Fliegen, Riesenfliegen rum, okay. Nächster Gegner. Taschenlampe. Oh. Ich hab jetzt hier mit der Tür irgendwo. Die Evakuierungsnotis, okay. Da sollen wir das Krokodile, Egel und Riesenfliegen, ja? Hier ist nix? wir sind hier nichts dran ist schon geändert zweifach das ding gefunden ist nix drin in dem haus oder wenn ich doof fische auf der werkbank wir machen sowas ok jetzt höre ich auch muss aus dem haus raus gehen ins wasser rein nein nicht da wo das was auf der anderen seite ich hab sie noch nicht einmal gesehen grad die kanone wieder aufgehoben ja nö ich komm nicht zu dir weil da die 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 dort wahrscheinlich hat schon doch mit der taschenlampe drauf leuchten ich gehe jetzt mal hier hinten ist ein generator die laufen generator noch nichts zu machen ich bin schon wieder die alte oder nur dann wurde ja ich bin zum haus gelaufen hast du rutscht vorgelegt eigentlich eine pinke ja ich muss die fliege weg egal ich bin ich gleich das ist ja wohl eine fliege dann gute taschenlampe drauf leuchten schleusen teil ich bin steig vor dem haus ja hier ist ja gerade anleuchten wo ist sie gerade wieder beleben hallo nanny hallo nanny hallo nanny hallo nanny jaa helfe leg mich mal dazu das wird ja instant machst du denke anleuchten ok jetzt sind wir zu viert ha 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 jetzt liegen wir zu viert ha 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 irgendwie waren alle wann ja komm mit der taschenlampe drauf leuchten ja Michelle ja michkas oder die frage wer von euch zwei wird jetzt wiederbelebt alle aber wir haben x Después ja wir haben 0 Wer jetzt da unten geht H inhib Hopp! Frech! Für sonst keiner Frech Ja, vielleicht nachher bei Warte, ich muss mir noch neuen Kaffee aufmachen Moment Neuen Kaffee? Naja, zum Thema Bier Ich bin der Meinung wenn der Stream ab 18 ist kann man ruhig dann Bier trinken So, warte, Taschenlampe und Knicklicht Ist die Taschenlampe jetzt an? Ja So, wo waren wir jetzt eben langgelaufen, Schneefuchs? Achso, ne, könnte ich jetzt so schnell Nächste Checkpoint Äh Tür ist schon offen? Okay Da, Fliege Ja, Rainer Aber es geht ja Darum Man kann es ja nur vertragen Geht ja noch nicht warm Man hört es halt, man muss den Himmel gucken Und aus dem Wasser kann übrigens immer mal wieder einen Bluteggel rausschießen Ja, ja Das hat mich nicht gerade gegriffen Foxy Achso, du liebst Kaffee Pistisch 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 Schimmi, ich bin hinter dir Ja, ich leuchte die Fliege an Äh Wohl Vier Flügel Ist eigentlich mehr Hornisse Oder ähm Libelle Da oben fliehst du irgendwo Da oben fliehst du irgendwo Da oben fliehst du irgendwo In dem Text stand eben was von riesen Fliege, deshalb Ich glaube, hier war ich schon Genau, hier sind die Fische auf der Werkbank Hier war nichts drin Da habe ich jedenfalls nix gefunden Ich wollte da rüber Lass mal zusammenbleiben, damit einer leuchten kann. Da, da, leuchten, leuchten, leuchten. Ja, der verfolgt nicht, ja, nein. Ich leuchte noch an, ich leuchte noch an. Ich stehe das auch nicht. Machst du wiederbeleben? Ja. Schnell. Hier ist was drin. Ich geh drüber. Äh, wo ist die Tür? Hier ist die Tür nicht, wo ist die Tür? Warte, hinten. Die ist bei mir. Was ist das? Kanister, okay. Beziehung, Kanister. Ist jetzt der Treibstoff für das Boot. Wo ist Hoffnung? Ja, bei euch. Die ist noch bei uns. Okay, wo ist Nettie? Ich mach gerade Fliege. Die Fliege. Die drüben, äh, die gerade auf Sturzflug bei euch ist. Ich leuchte an, ich leuchte an. Ist sie weg? Ist über euch noch, ne? Ich geh mal hier, ich versuch mal ins Haus hier reinzukommen. Hier. Der da ist, der da ist, der da ist. Da ist wieder nix drin. Ich glaube immer, dass sie nicht ins Haus kommen. Sorry, sorry, sorry. Glaube ich auch. Aua. Äh. Okay. Was ist das für ein Haus, okay? Gibt es hier irgendwas? Nö. Tote Baum. Oh. Warte, sieh nochmal hoch. Nö. Nö. Hier. Hier. Ich bin mir über dir. Die schreit halt auch so. Äh. Komm, pisse dich. was gibt es hier nix super super was machen sachen brennen zettel auch wieder über kürzburg wo wo ja ja bis dich ich hab letztes sprit gefunden letzte benzin we know what if you need welcome the kindness last day on earth no we were playing labyrinthine kind of horror game also hier drin war letzte benzin zugemacht wieder ja ich lasse auf dem wirst du schon mal stehen wir hier drin oder was anderes drinnen ich habe hier nichts davon gar nicht das noch aus hier ist wüchschen ok ich bin jetzt ist noch so ein radding sie bums ich mache noch eine schlose auf da wo grüne spur ist also du kannst die ganze zeit reffen machen also schwarze fliegerbäuse da wo ich so gekriegt habe gerade eben ja aber hier ist noch so ein teil hier ist noch ein also ich habe gelöscht verdammt noch mal ich habe noch so ein teil gefunden ist noch ein kanister ok wir haben schon genug kanister und noch ein schleusenteil geil also auch immer chimie gerade hin findet alles ich glaube das war es jetzt aber alle das heißt ihr müsst wahrscheinlich den weg wieder zurück ich bin einfach nur hier sieht mich nicht ja ich wusste ich bin am nase putzen ich habe gerade ein bisschen problemchen mit der nase immer noch ach so ich habe hier noch so ein ding wieder hoch gemacht so drunter durchkriechen ich habe ich habe ich habe das rötliche problem gerade der kommt dabei konnten da hallo ist hier oben in dem haus da oben war ich genau da habe ich gedreht und es ist hier unten das aufgegangen hat oder durchkriechen das ist jetzt hier waren auch schon mal guck mal zum kreis gelaufen schleusentore finde das doch kommen aus dem sumpf wo waren jetzt die schleusentore zu reparieren ich weiß was ich weiß ich na wie sind wir die die blutigel naja ja 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 das war gut war Dixbar nein doch nicht jetzt, das ist wieder zum unpassendsten Zeitpunkt es hat Hope erwischt bleib liegen auch wiederbelebt, weil wir jetzt stürmen das Haus ach Nettie war es, ach danke Nettie ich bin schon dort ach so, da hast du Zeit Dixbar zu machen, ja? muss man hier lang hauen? ja, müsst ihr darfst du mal hier richtig hauen? war doch eben ein Schild mit den Docks, ich weiß es grad nicht folgt den Schildern, genau vielleicht gehts wieder unter Schleuse durch genau, ja, ja, ja aber ich wollte erstmal alle Teile finden, genau so, wo war denn jetzt die Dinger zu reparieren? war doch hier? war doch hier? hier ist zu, hier ist immer noch zu guck mal da drüben liegt doch ein rotes Ding das ist rosa das ist der Checkpoint ja, aber wieso ist jetzt hier zu? ach du Scheiße da, Docks hier lang, okay hier hier, hier war das, oder? ja, muss man hier, hier so Dingsen? nein, doch hier hast du schon? nö jetzt, jetzt, musst du mehrmals drücken guck, jetzt geht Schleuse auf und jetzt wird der Sumpf entwässert, oder was? und dann müssen wir da jetzt durchkriechen so ein anderes Schleusentor repariere die Schleusentore, okay naja weißt du, das war hier rechts hier warst du auch auf der anderen Seite, ja? da habe ich alles reingemacht hier ist noch eins ich weiß nicht, ob wir das machen müssen wieder zurück und dann rechts halten ja okay, geändert finde das Dock wo bist du jetzt? wieder zurück ah oder bleib da wo du bist hier bleib wo du bist, ich komme dich holen genau jetzt geht das hier jetzt läuft das Wasser da irgendwie weg, rein, raus da geht's nicht weiter jetzt kommen wir aus dem Sumpf findet das Dock, okay und passt, haha hier, Dock, da lang geht's zum Dock findet das Dock, aber äh Pickpen? ne, da waren wir schon aber zum Dock geht's ja nicht, weil da ist kaputt da ist warum müssen die Bäume ausgerechnet hier umfallen? müssen wir dann jetzt hier geschwimmen oder so? ich glaube da ging's eben runter, ne? hier war den ersten Dock warte mal, hier sind hier so ein Zettelchen hey hey Wyatt, ich dachte, ich hinterlasse dir eine Nachricht da ich dich nirgendwo finden kann sieht's so aus, als hätte der Sturm den Wurztreppscher vom Dock weggespült achso, da haben wir auch schon, der Satzkennister statt, bla 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 ok, ne, da haben wir auch schon jetzt schon wieder hin so, den ersten Tor mit den beiden da geht eine Treppe links runter und dann wird das zweite Tor meinte ich doch, ne, genau ach, jetzt ist hier, ach, jetzt ist hier ach, guck mal, jetzt ist das ganze Wasser weg, ok hier ist auch keine Treppe was, was, was ah, genau da links halten du hast keine Spur gemacht ja, ich mach jetzt ne Spur ich will ja wissen, was der Hebel eben war, den ich da umgezogen hatte da wieder hoch, oder was nicht? hier durch ah, ok zu den Docks zu den Docks hm für dich hui 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 läuft gut bei euch? pinnst du zurück zu den Docks? musst du prozent eine Spur jetzt hinterherlaufen ich werde jetzt grad von der Fliege belagert ah ja erhob macht das schon ja ihr macht das beide ah, Docks links oben hier ist ein Zettel hier ist ein Schild achso, ja, du willst ein Zettel ich guck mal das Schild an drum ist schrecklich ich habe es gerade noch über die Brücke geschafft bevor der Baum herunterkam sehr hilfreich ja dass wir jetzt hier den Zettel finden, dass die Brücke gesperrt ist ja, das haben wir schon gesehen aber was war da eben noch für die Rede von einem Monster? haben wir ein bisschen nicht gesehen, ne? Rokodile haben wir äh, Egel haben wir fliegen haben wir äh, Egel haben wir was haben wir da noch rechts? oh, Checkpoint, okay oh, Checkpoint, okay noch ein Haus wer baut denn Stress hier immer alles? äh, Gasmonster ich wollte... ich... warum hast du das gesagt, Jimmy? hast du es gesehen? ah... ja, geh mal rein, da in die Säune ich will hier raus hier ist ein Wagen ich habe es gar nicht gesehen da, pass auf, ich guck mal durchs Fenster ne, warte, ne, ne Guck mal schon mal Mücke da musste man leise sein, ne äh, findest du das witzig? groß geschrieben ich betreibe diese Fabrikzeit der Evaculung alleine das letzte, was ich brauche ist ein Idiot, der mir Streiche spielt der Idiot, der Regale und Fässer umwirft das ist deine einzige Chance aufzuhören bevor ich dir die Beine breche Big Jim der war doch quasi ein riesiges mit Stacheln auf dem Rücken weiß ich was, Fiesch bei dem musste man leise sein ah, hier da rechts da, ne, da, da da, jetzt kommst du zu uns aaaaaaah und Jimmy down und grob auch ich verblute ich verblute ich verblute äh 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 ich hab mich hingehockt ich hab mich hingehockt und mich nicht bewegt ich hieß doch, dass die sei taub blind blind ja, nicht taub ja, keinen krach machen wenn's taub ist, wär ja unnütig genau, ich meinte blind so Füchschen jetzt sind wir ich werd's nicht schaffen ich komm wirklich nicht rausfinden steh ich jetzt noch in welchem Haus? der auf seine Nase geputzt hat der war ja von da aus irgendwo nur geradeaus, ne? äh 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 T-Rex ja, so ähnlich kam die mir grad vor, Rainer, ne? ne, Hund kommt schon hin da war da eben die Rede von einem Hund, ne? äh ein riesengroß, halt 50 Meter ich hab grade zu groß Angst, dass ich überhaupt nicht zu Hause verlassen soll ich mich einfach sterben lassen? ja, sonst geh ich raus, lass ich von der Fliege fressen dann mach mal, äh, geh mal nochmal in die Lobby, da steh ich schon endlich Leben wieder ein keine Ahnung, warum das jetzt nicht drin war ich dachte, wenn ich noch fortsetzen mache, übernimmt der alles so wie es war wahrscheinlich da längst wart ihr, ne? ähm was hat's nur gehabt, Hope? Rot, ne? Rot und Grün musst du folgen ja, und dann links das ist rechts warum brennt das da vorne immer noch? keine Ahnung, es hat überall eben gebrannt hier, ne? oder ich will durch, ne? irgendwo gibt's jetzt noch ne Schleuse also so, so ein kleines Schleusending wo du drunter durch kannst da ist nur rot rot ist nur rechts rechts rum? genau da lang dann hast du meine grün, ich bin nämlich gefunden gehabt ja genau, da oben, da überall nur grün liegt links, da habe ich diese drei Teile und ein Benzin gefunden und jetzt da genau, geradeausweitern genau, da ist das Schleusending da kannst du links drunter ja, wo ist sie? wo ist sie? wo ist sie? nicht hoch nicht hoch ja, sowas leuchten hörst du hörst doch da musst du drunter durchstehen dann kommen keine Fliegen mehr wenn du dich leuchten bist, kommen keine Fliegen mehr da kommen wieder die Blutegel genau, da lang dann sind wir links rum, ne? ja sowieso liegen da trotzdem rote ich bin ja da auch lang äh, blaue Mann, ich bin ja auch hier lang ja, da sind wir ja ganz am Anfang lang und da bin ich ja hier von einem Schleusending ja, das ist bestimmt genau ich bin da rein gestimmt ich wollt grad sagen was ist dein Boden scheiß ich dachte, es wäre eine Wurzel ich dachte, es wäre ein Fass das wäre ein Fass das wäre ein Fass galt ich bin da rein gestimmt ich bin da rein gestimmt ich wollte grad sagen, was ist dein Boden Da kennt sich einer aus, okay. Tja. Ich bin jetzt tot und du hast keine Leber übrig. Okay. So, pass auf. Wie, sehr schön. Wo kann ich das jetzt einstellen? Ja, Ron, der Facecam, oh hallo. Hier. Und jetzt schließe ich da an. Verblassen des Leuchtstabes aus. Immer rennen aus? Steuerung, Ton, Anzeige, also. Das ist ja eine verfickte Wurzel. Wo war das denn mit Unendlich Leben? Das ist immer noch Kapitel 1. Ja, aber das hat er jetzt gespeichert. Ja, wo kann ich das einstellen mit dem Unendlich Leben? Hope? Hopi? Challenge Schnee. Das nervt mich gerade. Ich bin dem direkt ins Baul gesprungen. Ja, ich eben auch. Vor allem, ich dachte, das wäre eine Wurzel. Das hat sich ja nicht bewegt, nichts, kein Geräusch, gar nichts gemacht. Spiel starten will ich ja nicht. Ach, da unten, da, 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 da. Halt, wo war ich gerade? Hier, da ist das Knöpfchen, da, Unendlich Leben, so. Wer sitzt da vorne? Oh, meine. Wer war das jetzt? Wer war das? Wer war das? Du hast deine Laptop gearbeitet. Auf was hast du es denn abgegratet von? Da lacht Letty. Ich wollte doch mal gucken. Mach's ja. Äh, ich klicke mal auf Fortsetzen, ne? Da müsstest du eigentlich beim letzten Checkpoint wieder weitermachen. Theoretisch gesehen, ja. Das bedeutet aber auch Schreck, erstmal. Checkpoint gespeichert. Leben, unendlich, genau. Finde das Dock, entkomme, okay. Finden sie eine Route durch das Sägewerk, okay. Jetzt sind wir hier beim letzten Checkpoint. Wo sind wir eben langgelaufen, Hope? Hier seid ihr hoch. Ja, ne? Das ist das Sägewerk. Ja, Achtung, hier ist schon das, äh... Ja, Achtung, hier ist schon das, äh... Monster. Hier hinterm Fass, hier bin ich eben gestorben, hier. Das war blind, ne? Was hat mich eben noch nicht bewegt? Hier rechts, rechts. Der ist rot. Achtung, da ist es. Wollen wir jetzt weglaufen? Können wir uns jetzt verstecken, oder was? Guckst du es, was ich verstecke? Licht aus? Keine Ahnung, I don't know. Vorsicht, das Log kommt jetzt, glaub ich, in... Das kommt rein, das kommt rein. Wer hat's gefressen? Wer hat's gefressen? Wer hat's gefressen? Okay, das kann's scheinbar doch sehen. Na, ich hab mich nicht bewegt und ich wurde gefressen. Wir sind drüben auf. Wir sind zuerst. Na, ich... Hab halt nicht gedacht, ne? Stell ich mich mal auf mich hier oben drauf, damit ich mich versehentlich nicht an... Hey Jimmy, jetzt sind ein paar Anleitungen, falls du nicht weiterkommst. Ziehen Sie die Stämme mit der Winde hoch, erledigt. Öffnen Sie die Stammklammern. Verwenden Sie das Bedienfeld, um ein Holzstück in den Caddy zu schieben. Sichern Sie die Klammern. Schieben Sie den Caddy vorsichtig durch die Mühle. Verstanden? Klammern öffnen, Bedienfeld, Klammern sichern, durch die Mühle schieben. Erstmal da hoch. Was gibt's hier oben? Muss ich hier irgendwas machen? So, Klammern. Achso, müssen wir das Viech da durchsägen oder was? Nee. Was für ein Caddy? Der kommt doch. Okay, wir können von der Säge nicht sterben. Was ist das hier? Okay, ich hab irgendwas gedrückt. Jetzt kommt ein Baumstamm, okay. Jetzt müssen wir, glaub ich, einen Baumstamm hier drücken, oder? Warte, wenn er liegt, wenn er liegt, oder? Machste? Ja. Ihnen fällt, um den Holzstück in den Caddy zu schieben, sichern Sie die Klammern, schieben Sie den Caddy vorsichtig in die Mühle. Klammern sichern. Nee, die Klammern an der Seite, genau. Nee, kann ich nicht klicken, er ist durchgestrichen. Guck mal am Ende, genau. Ja. Okay. Okay. Und jetzt durchschieben? Ja. Okay, okay, da hab ich geklickt. Oder ihr habt geklickt, keine Ahnung. Ja. Und jetzt ist... Warum ist das irgendwie jetzt ein Baumstab? Warum ist das irgendwie jetzt ein Baumstab? Weil es war die Anleitung, die hier steht. Hahaha. Was zu tun? So, jetzt haben wir hier eine Baumstab, okay? Und jetzt? Genau, lauf durch die Säge. Oh, oh, ouchen. Jetzt doch... Ah, guck mal, da werden wir hier rüberkommen. Hier rüber. Ernsthaft? Hahaha. Äh, finde das doch. Okay, Säge weg ist ja nicht. Okay, cool, 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 cool. Ja, das hat man mal ein richtig schönes Upgrade. Hm, schön blutig hier. Was von hier passiert ist? Wer ist rot? Rot. Rot. Rot, 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 rot. Ja, genau hier ist der Waage hin. Und jetzt? Keine Ahnung, ich warte, bis die anderen da sind. Habt ihr hier schon ne Urkundes? Wollen wir drauf? Nö. Erfährt davon und uns weiter. Au, 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 au. Wir haben's kaputt gemacht. Äh, und jetzt? Müssen wir noch mehr Holz zersagen, oder was? Haben wir's kaputt gemacht? Anscheinend. Ja, ich kann's nicht mehr bedienen. Ja, da ist immer noch ein Zahnrätschen dran. Vielleicht hättet ihr da bis irgendwo durchfahren müssen. Hier gibt's Fisch. Der Fisch stinkt aber. Ja, und das nicht gerade wenig. Hättet ihr den Wagen vielleicht weiterfahren müssen? Ne, der wär ja nicht geschüttet. Wer, wo? Die Tür ist offen und da war gerade das Monster. Aber ein kleiner. Noch einer? Das ist kleiner, ja. Der Kleine bewacht die Tür. Wer ist denn jetzt gerade? Ist der bisher gestorben? Ich bin fast. Weil der Kleine uns gesnackt hat. Irgendwie redet dich gerade. Danke. Der Kleine ist gerade noch da hinten gelaufen. Wir müssen hier durch. Wo denn? Ach, hier. Hier ist der Kleine durchgeschossen. Wo denn die Warten? Ja. Das war doch nicht. Das war ich. Ich hab'n gar nicht gesehen. Okay. Hab'n nicht trotzdem gekriegt. Ist? Ja, jetzt nimmt er mich. Scheiss. Ich seh'n, hab'n gar nicht gesehen. Wir müssen jetzt an das Monster vorbei. Ja, vielleicht hat uns der Wagen irgendwie geholfen. Oh, Neuland? Der läuft gerade an der Leiche bei uns lang. Ich bin jetzt, warte ich auch noch, jetzt bin ich recht dort. Aber der rennt genau auf unsere Leiche. Gleich bei dir, Janine. Ich bin am Spawnpunkt. Hm? Ja. Ich kann kein E drücken. Goll. Ich warte hier auf euch. Wir sind wieder durch das Zielgewerk. Ja, ist die große jetzt weg? Ja, da muss ich... Das Tier ist gerade da durchgelaufen. So, hier müssen wir jetzt rein und dann nach rechts hoch. Vielleicht andersrum schieben können und damit die Tür... Ah, guck mal. Hier. Was? Dafür mussten wir den Wagen weg machen. Oh, da ist er, da ist er, da ist er. Bist du oben, oder was? Wo bist du denn? Nein! Ich bin linksrum, außen. Da ist die Tür jetzt offen, wo der Wagen vorstand. Ich will mir was auf das an. Hm? Bevor du in das Haus reingehst. Links. Da ist eine Tür, die ist jetzt offen. Wo der Wagen vorstand, den wir eben nicht weiterschieben konnten. Ach, da unten? Halt, bleibs hängen. Ist eben, ja. Oh Gott, ich bin schon wieder down. Oh, ich hab das letzte Ziel gehört. Ich hab mich gerade voll erschreckt deswegen. Wo, wo, wo? Hier. Jamie! Nein, wo Nettie da, wo Rope down ist. Ja. Hier. Ja, ähnliche Stelle wie grad eben. Ja, wo? Aber der Snake gerade zurück... Ich will, ich will dir retten. Oh. Ja. Da seid ihr. Ich seh euch. Hier, genau. Ja, 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 ja. Ganz knapp. Oh nein, 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 nein. Oh nein, der Balken war fast durch. Es gibt doch mal Gas hier. Jetzt ist es aber böse hier. Aber wir liegen zu dritt hier. Dann kennen wir jetzt den Weg, ne? Ich bin am Boot Ich drück mal Space Okay Ohne Licht Das mit dem Wir, meinst du dich, oder? Wir kennen jetzt den Weg Oh, wait Oh, wait, hier lang, ne? Hier, guck mal, hier, da, ne? Ja, genau Ach, dafür den Wagen und hier Oh, da kommt kein Boot Hier ist er, Alter, jetzt Du Scheiße Das geht ja ab Kleiner unten, großer, guck mal hier Soll ich da aufs Schiff springen? Ja, dann sind wir durch, ne? Du hast es noch immer durchgeschafft Über den Brücken-Dings da, oder was aber Ja Ich denke mal, dass da ein Level fertig ist Mach einfach Jetzt, ich bin verblutet Okay Ich kann's nicht machen, irgendwas fehlt mir hier Ich komme aus dem Sumpf Ja Machst du schleichen? Nutzt was? Ich hab hier zwei Taschenlampe und Klosse Schleichen sich so albern aus Ah Was fehlt denn noch? Ich muss erst mal das ganze Benzin rein Jetzt kann ich die Schüssel rein Jetzt kann ich die Schüssel rein Okay Fahr ohne uns, ja, fahr ohne uns Ja, okay Get out of my swarm Complete chapter 5, okay Meine Güte Das wäre sonst echt jetzt problematisch gewesen Ja, so haben wir die beiden Viecher gut abgelenkt Und Schneefurge konnte durch Ich hab die ganze Zeit auf euch gewartet Ich hab überhaupt keine Vieh mehr bei mir gehabt Vorher schon durchgekommen Mein Ladebalken wird nicht fertig Mein Ladebalken wird nicht fertig Mein Ladebalken wird doch durch Ah, jetzt Ja, jetzt ist er Oh, es geht noch weiter Erst mal die Lampe anmachen So, haben wir die Lampen an Ach du Scheibenkleister Ja, ist was Das ist cool, ich find's viel gut Also, für den Preis Gut, wir haben es jetzt zum Sale gekauft, ne Das war 5 Euro, ne So Was zum Aufheben hier in dem Häuschen Das Ruderwort ist fast auf halber Strecke gesunken Aber ich habe es endlich dahin geschafft Wo alles angefangen hat Wenn du das liest, bitte Ich kann das nicht alleine beenden Trifft mich in der Mine Ich habe Mücke gehört Du meinst aber nicht meine Mücke, oder? Das ist aber was geht Da hinten ist was Hier ist rotes Licht Hier läuft Hier ist rotes Licht Hier irgendwas zu greifen ist Okay, hier ist nix Hier geht Weg hoch Was war das für ein Spass? Was ist das? Was ist das? Wo ist das? Wo ist das? Die gescheitte Was ist das denn? Ich komme hoch zu euch! Ich komme hoch zu euch! Gibt es hier was? Hier Molzenstein, da brauchen wir nicht mehr. Läuft man hinterher? Läuft man nicht hinterher, okay. Hier, hier hat er. Komm da unten, guck dir das mal an! Iiiiiiih! Du kannst es doch bestimmt mit den Fässern da machen, oder? Ich glaube, das ist das Vieh, was nicht sieht. Aber es hört. Ich will nicht einen Zettel, warte. Achso, aufheben. Achso, hier ist so ein 2 von 20. Ja, okay. Ich verstecke mich gerade in einem Haus. Hier gibt es nichts, ne? Nö. Ölkännchen? Geht es runter? Ich weiß nicht. Kann man doch bestimmt mit den Dingen was machen, oder? Nee. Ich glaube, ich bin so gut wie tot. Ich bin so ein Weg in die Mine. Und ich bin festgestockt. Komm schon, lauf, 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 Tante. Okay. Wo seid ihr denn? Wo seid ihr denn? Wo seid ihr denn noch da in dem Haus da drin? Ja, ich bleibe auch im Haus und zeige dir, ganz ehrlich. Wieder runter? Warte mal. Überall bunte Lichter, guck mal. Ist Weihnachten. Da oben ist doch, glaube ich, was drauf, was wir brauchten. Das ist das Vieh, was blind ist. Okay. Das ist das blinde Vieh. Deswegen hat es uns gehört gerade immer, als wir gelaufen sind. Ich hab auch gedacht, wir könnten was machen, Nettchen. Aber irgendwie mit dem Kran hier kann man nichts machen. Da ist auch... Was ist denn da... Ne, ist... Was ist da drauf? Ja, da ist was drauf. Und wir können da aber leider nicht hinspringen. Es ist übrigens bei mir. Es kann nichts machen. Wir sind im Haus. Ich bin... Okay, jetzt geht's weg von mir. Ich bin auch in dem Haus drin, aber das kann ich mit rein. Aber hier ist auch was zum Aufsammeln. Da. Er kommt. Kann man auch nichts machen. Okay, Missionstie geändert. Ich stelle Thermit her. Eisenspäne. Abnässe im Streifen. Was findest du denn alles, okay? Ah! 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 Heilige Scheiße! Atmen! Atmen! Was war denn da? Aluminiumoxid. Was war denn da? Die Tentakel waren so fucking nah! Ah! Wer hat denn da jetzt alles gefunden? Schnee, du? Ja, ich. Nein! Bitte! Lötlampe, Aluminiumoxid. Der Sound dabei! Der will dich doch nur ablecken! Ja, bleib mal hier! Ich schmeiß mal ein paar Leuchtstäbchen hin. So. Guck mal, wie hässlich der ist. Das ist kein Zombie. Das ist... Ich weiß nicht. Ausgebot der Hölle. Hallo, hier sind wir. Hier. Wo müssen wir lang? Ich bin safe. Ich bin auf dem Turm. So, ihr Lieben, es ist so was. Hi, Rainer. Gute Nacht. Ah! Der kommt nicht bis hier hoch, Netti. Guck mal. Es war schön, dass du da gewesen bist, Rainer. Nachti, danke. Morgen bin ich nicht da, ne? Schon wieder nicht. Nee. Ja, ist Weihnachten. Irgendwann Weihnachtsfeier. Scheiße. Ja komm, Haupt. Dann mach ich morgen Visage. Dann hast du was zum Gucken. Oh, da ist er ja. Der war blind, oder was? Genau, der ist... Ne, ja, der ist blind, aber nicht laut. Der macht das Rende. Der macht die ganze Zeit. Guck mal. Ja, ja. Aber wo müssen wir hin? Wo ist Schneefuchs hin? Ich würde ganz gerne da hoch. Ach, da drüben ist so eine Hütte, wo so Scheinwerfer ist, und da möchte ich ganz gerne hin. Da läuft er aber hin. Bei mir ist auch gerade eine. Bei mir sind zwei. Genau, da wo du... Aha! Was? Wenn er die Dentaken... Wenn er davon einen spürt, dann... Oder wer läuft da gerade? Das bist doch du, Jimmy! Was? Ist er dir gerade gefolgt? Wo bist du? Ich bin irgendwie... Irgendwie... Irgendwie ist ein Zettel. Hier unten, hier unten. Ja. Die Tannen lassen uns nicht mehr rein, ne? Um unsere Ausrüstung zu holen. Und drohen uns zu verklagen, wenn wir... Wenn wir reingehen. Ausrüstung und Wert von Hunderten von Dollar ist weg. Wenn... Ich nicht wieder reinkomme. Ihr kommt da nicht hin. Das mit Dollar, dieser Tür ist zu dick. Wir werden etwas Termin brauchen, um uns zu verbrennen. Achso, das war hier mal der Text. Ganz oben war ein Ausweis. Das Ding ist nämlich, wenn... Die Dentaken einen erfassen... Dann wird er akkur. Das sind mehrere. Das sind mehrere. Das sind mehrere. Ich glaube, ich hab' mal mindestens zwei gesehen. Ja, es sind mindestens zwei. Dieses schmatzende Geräusch, ne? Was gibt's hier? Achso, ein Ausweis. Da bist du jetzt hochgegangen, okay? Als er sicher ist. Ja, da hoch ist er bisher noch nie gewandert. Die Stadt hier ne Weile schon. Hier ist ein Telefon, keine Ahnung. Ja, jetzt macht er wieder den Tag hin. Ach, scheiße, ich kann mich nicht verstecken, ich bin spinnt. Wo geht's hier, oder? Aber auf die Knicklichter... Oh, oh, da ist noch so ein Dackelviech. Doch, es sind mehrere. Definitiv mehrere. Auf die Knicklichter reagiert er nicht. Ist sonst die Gesicht... Was hab' ich erreicht? Keine Ahnung. Ahne, ich hab' irgendwas gefunden, okay. Ich sehen, hat was gefunden. Oh, das kann ich noch nicht aufheben. Da müssen wir das... Mal gesehen, müssen wir so reinschritten. Das heißt, hier müssen wir noch mal zurück, wo wir den Rest aufgesammelt haben. Die Eisenspäne führt jetzt noch. Ich kann unser Glück nicht hassen. Die alte Silbermine war ein Blindgänger, aber wir draußen gar haben wir Silber gefunden. Wenn wir Glück haben, finden wir vielleicht auch etwas Gold. Mama hat sich einen neuen Ofen gewünscht, Henry. Okay? Hier gibt's aber nichts, okay? Sonst bleibt Fögtchen mal bei dem Säßchen? Ne, da müssen wir gleich mal alle weiter. Ich hab' keinen Plan, wo ich bin. Ah, hi! Ja! Warum schreit der so? Hat der wen gekriegt? Hm? Hm. Komm her, komm, 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 komm! Siehst du hoch? Ja, ja, ja. Ja! Ich würde ja gerne ins Haus reingehen, aber er läuft gerade so bescheuert... Shit, hier ist kaputt! ich gehe um jetzt ist noch was ist noch was todesmutig wie immer schon wieder vor da kommt man hoch gut dass wir da rum gegangen sind was für nächstes hier vor der tür was fehlt denn noch eisenspäne werden die wohl sein hier ist ein haus hier war noch keiner drin oder hier läuft echt bescheuert hier rum hier was ist das aufheben ja weiß ich bin der gefunden wir können jetzt zurück und hier ist noch ein zettelchen warte lesen im lager heißt es dass john sich eine auszeit genommen hat simon hat gesehen wie er einen brief aufgehoben hat und als nächstes stürmte john los und freute sich über irgendetwas ich weiß dass er und seine frau ein kind erwarten ich frage mich ob es schon so weit ist rhetoric wer ist jetzt rhetoric hier oben auf dem bett gelackert eben das erste spieler so wo muss man das jetzt herstellen da wo das tirade ist müssen wir jetzt zurück kommen wir hier runter da vorne da hinten ist da irgendwo ein tisch gewesen da hinten da hinten da hinten da hier hier drin ne rechts weiter noch weiter Tisch hoch das ist ja mehr als klappt bei dir gerade und nicht bewegen jetzt blau hinterher ach so, da, okay finde ein wäge in die mine ich habe die mine gerade eben schon gefunden ich habe die mine gerade eben schon gefunden ich brauche gar nicht zurücklaufen kann irgendwas mit weg schmelzen mit dem termit jetzt mir brennt es gerade so auf der zunge zu sagen dass es demnächst ein lasse und alles auch mitgegeben was er hinter dem haus jetzt so kreis geliebt okay kann ja von den last oder das leute zu ja drei zwei jetzt bin ich so jetzt bin ich wo jetzt lang der macht hinter der linie gleich wieder zentakeln ich sehe wen ich sehe wen wer ist da wo bist du hoch da oben steht jemand ist das hier oben ist erstmal selbst und müssen nicht da hinten wo es wie gerade in 8e zertag die bei der woher ich kann der ist da müssen wir hin Geh weg! Geh weg! Der zertakelt! Nein, der zertakelt! Wie weit zertakelt er denn jetzt? So, lass stehen, lass stehen! Genau, und da hoch geht's zur Mine. Muss man hier die Tür aufschmelzen oder was? Ja, hier, die Kette! Oh! Ich hab die Tür aufgeschmolzen! Wenn da gleich noch ein Tentakel ist, springen wir runter und laufen. Ja. Aber geht nicht auf jetzt hier? Jetzt hab ich hier ne Kette weggeschmolzen, aber... Äh... Und jetzt? Wirklich Strom anmachen oder so? Guck mal, da gehen so Stromleitungen weg. Weil ich hab jetzt hier die Griffe waren mit einer Kette zusammengeschmolzen. Ich finde, ein Weg das Tor zu öffnen. Ja. Würdest du behaupten, mit dem Strom oder irgendwas, ne? Vielleicht müssen wir jetzt nochmal hoch in das Gebäude und gucken. Genau hier. Jetzt geht's doch durch, ja. Kommt man hier hoch? Wieso kommt man hier nicht hoch? Wieso kommt man hier nicht hoch? Wieso kommt man hier nicht hoch? Halt, ja. Oh, ich bin hier nicht hoch. Was löst? Achtung, Tentakel. Wo ist er denn? Ja, wo denn? Ja, jetzt hat er mich. jetzt noch weg man kann da nicht mehr weglaufen weil er das gekriegt habe es hört sich so lecker an hobnum ja total widerlich keine kinder machen deine kinder auch so schöne geräusche oder was jetzt nicht mehr das war das gleiche gewesen zentag der fußel läuft da er macht wieder zentag ich weiß es selbst auch nicht ich dachte hier der strom herkommt aber das ist hier ganz am anfang aber hier ist nix das ist doch ein wasserturm oder was ist das hier gehen die kamel alle hin ich dachte hier müsste man doch was machen aber nö achten zentag ich sehe noch nicht mal wo es das ist doch schon schaufelt ja ich schaufel hier irgendwas kohle keine ahnung moment aufheben was habe ich aufgenommen kohle oder so oder so das ist die stromleitung die gehen alle nach der augen hoch warum warum gibt es die pumpe hier ist das mal wasser einmal drunter ist ein bohrturm hier ne brunnen keine ahnung wasserturm das ist ein rohr an die erde geht aber die die hundefüchte sind weg hast du es überlebt hob ich bin am anfang äh da wo die vier hier auch sind kontake und bezieh nicht weiter bin ich drüber laufen ich würde ich wundere mich schon warum ein kater kein mux gibt aber der hat überhaupt gar kein hunger war ich bin tot hast du was gemacht ich bin einmal still afk mein kater ja ich die do mal vor der tür wieder gerade ich bin am spawnpunkt bis gleich er hat es gerade direkt neben mir gemacht hat keine schmerz ich habe gerade ein weihnachtsbaumkater liegt unter meinem weihnachtsbaum ich dachte der geht wieder weg das kann ich wiederholen aber nein leider gar nicht ich bin jetzt auf dem holzweg mit den kabeln keine ahnung ist noch strung dran muss für irgendwas aber du hast eine schaufel gefunden und kohle ausgegraben achtung der macht tentakel So, Hope ist AfKö. Ja, Hope ist gerade AfKö. Einmal vor der Haustür. Steht auf Spor. Einmal Pferdegucken. ich will noch mal zu dem tor ich habe die idee da steht so ein dampflok ding ich muss das über die schiene fahren gegen das tor das tor auframmen ja hier ja hier kohle ja ich habe die kohle eingefüllt und jetzt was muss ich hier machen okay müsst ihr es ist wertlos es kommt jetzt so auf genau das schienen lang folgendes tor gerammt okay das habe ich gehört ja ich habe das tor kaputt gemacht wir kommen rein die schienen lang laufen ich bin drin bin ich schon drin oder was ich habe es aber nicht gespürt alle spieler müssen hier sein wills mich verarschen das ist ja so ein ding nur schrubeln kann da steht alle spieler müssen hier sein da habe ich jetzt ich bin so flink dass das mexica nicht da muss ja einmal auf haupt warten und auf mich ich stehe gerade in der küche na wer hat das monster aufgeschreckt mich hat er aber er hat doch gerade den tag gemacht hallo freuen des gepflegten wetterumschwungs alles nötig gepflegter wetterumschwung okay allüche 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 was ist hier noch hier ist noch hier ist noch ein zettelchen warte oh karte kriegst du was zu frissen bitteschön ich warte jetzt einfach auf ich hörte dass er nachts hier herumlief als wir schliefen ich weiß nicht was er vorhatte aber ich aber er verursachte einen einsturz in einem teil der mine alles was wir sehen konnten war seine hand mrs ferr achso das ist hier genau der hüschel war der typ da ne mrs ferr bestätigte anhand seines des rings an seinen fingern dass er es war wir versuchten seine leiche zu bergen aber wenn wir noch mehr gestein verschieben könnten wir alle umkommen ich weiß nicht wie es jetzt weiter geht aber wir können es uns nicht leisten arbeitslos zu werden jesse jesse alle ganz viele verschiedene namen bist du ein zettel jetzt da wir unseren gesamten betrieb hierher verlagert haben müssen wir entscheiden was wir mit der alten silbermine machen um ein teil unserer verluste auszugleichen bevor wir das land kauften war es für den bau eines kathakompensystems vorgesehen soweit ich weiß haben die einwohner der stadt keinen richtigen friedhof für ihre angehörigen vielleicht ist das keine schlechte idee es müsste nur den weg zu mir finden ich gehe bestimmt nicht mehr raus wo das sich da rumläuft ich habe blöderweise auch keine grüne spur gelegt muss ich gerade gestehen ich habe ja den weg gefunden das problem war leider dass jetzt wohl wurde sie gesteckt müsste prinzip nur nur den schienen vor oder er hat doch schon wieder auf den schienen okay wir müssen schienen folgen da stand so eine mini lockung da habe ich drauf geklickt dann habe ich kohle eingefüllt dann fuhr das ding los ja ich bin auch noch nicht am pc ich bin gerade in der küche das ist hier ein rätschen wenn ich dran gehen will sagt er mir alle spiele müssen hier sein dann machen wir fassen wenn wir hier mal durch sind wir haben ja eben fast wo gemacht ja und wir haben die wirklich noch nicht gemacht wir haben das weihnachtsupdate haben wir noch nicht so wirklich gezeigt außer die schnee ja müssen wir gleich dreimal dings da ne irrenhaus wieso kommt keiner von euch hier ja ich warte auf hohe sonst geh ich auch noch mal pipi ja dann geh doch geh ich noch mal pipi mach ich den youtube zu schauen noch mal werbung rein und geh noch mal pipi klo dann sehen wir uns gleich wieder was haben wir überhaupt da zwölf leute okay und twitch ich hoffe mal dass wir dann gleich im wirrenhaus da nicht ein demon erquischen ne ich bin mal klo bis gleich äh so so Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. So, hast du euch verpasst? Ich hab's Tor aufgekriegt. Also Haupt, wir beide müssen jetzt durchlaufen. Denn Jimmy kann den Behäl... äh... nicht bedienen. Da er alle Spieler braucht. Ich bin auch noch nicht da. Ich hab so eine Art Minilock auf den Schienen stehen sehen und da hab ich die Kohle eingefüllt. Dann ist das Ding losgerast und hat das Tor aufgemacht. Gut, das haben wir gut. Im Prinzip musst du ja nur den Schienen folgen. Ja, gut, dass Hof die Kohle gefunden hat, ne? Ja. Und jetzt ist am Ende halt so ein Rädchen, was ich drehen könnte. Und wenn ich draufklicke, steht da, alle Spieler müssen hier sein. Ich bin aber auch gerade Pipi-Potty, hab Karte gefüttert. Alle Spieler müssen hier sein. Das Ding sieht dann, das ist kaputt gegangen, das Ding sieht dann. So. Ich weiß nicht, wo der hier ist. Ja, der hier rennt auch die ganze Zeit einer Patrouille an den Gleisen. Ja. Fikari, nein. Oh, er macht Fikari-Tentackel. So grün, Jimmy? Ja, ja, immer grün nach. Stop, 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 stehenbleiben, 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 stehenbleiben. Ja, wie gesagt, richtig, die Gleise einfach weiter folgen. Das Ding stand da hinten in der Scheune rum. Da musste ich dann, hab ich draufgeklickt, hab ich die Kohle reingemacht. Er kommt zu uns. So. Nein, 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 weg, 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 weg. Nein, 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 nein. Ja, keine Wicht, okay. Jetzt da hinten rein. Wieso schmeiß ich eigentlich weiter die grüne Knie, ich da hierhin. Ich die ganze Zeit linke Maus. Nein, 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 nein. Hier ist ne Kurbel. Oder ein Fahrstuhl. Müssen wir rauf und runter fahren, aber klick mal drauf. Okay. Alle Spieler müssen hier sein. Wir müssen jetzt auf Schneefuchs warten. Ja, ja, ja. Das guckt, das guckt. Könnt ihr mal ein paar Droppies machen, wa? Wo ist Silvergirl? Wo ist Silvergirl? Wo ist, äh, Saraya? Du stammt nach Arbeiten. Du weißt doch. So, ich bin da. Jimmy. Ja. Zurück. Alter Mann, komm zu uns. Muss ich das auch noch holen, komm. Habt ihr alle beiden auch gerade geholt. Ich bin doch hier, komm zurück. Ach, du bist schon hier am Fahrstück. Ich dachte, du bist wieder da, also da. Ah, nicht mehr AFK, okay. Ich bleib hier. Ich will hierbleiben, ich will hierbleiben. Ich kann nicht springen. Ich bin nur mit vier Mann hier auf so'n klein Ding. Das bestimmt so'n Fahrstube dran, steht maximal zugelassen acht Personen oder sowas. Ich glaub, der hat gerade abgeschüttet. Sie geht nicht mehr hoch. Ich hab's nicht kaputt gemacht. Ich hab's nicht kaputt gemacht. Das sagen Sie alle. Ist die geändert? Finden Sie eine alternative Lichtquelle? Wieso Lichtquelle? Wir haben nur Licht. Achso, fängt noch zu flackern hier, wa? Oh. 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 Ich hab noch eine dritte Lampe. Ist die besser? Ja, guck mal, wie weit die geht. Und jetzt, äh? Oh, Safe-Punkt. Äh, äh, ja, Checkpoint, aber... Ja, guck mal, Vorschlaghammer. Brauchen wir nicht. Gruben-Lampe auch nicht. Finde. Hm. Wollen wir hier mal lang? Hier wollen wir hier lang. Ach, hier ist was, äh, gottig. Achso, das ist jetzt, äh, bei mir ist es 4 von 20. Wir haben bestimmt schon 35 verpasst, oder so. So leid war ja. Und gehen die Gleise lang hier? Da kommen wir ja her. Hier geht den Weg rein. Wo ist hier? Oh, die Knicklichter, ey. Ich weiß gerade nicht so viele Knicklichter. Ja, schmeißen wir nicht immer. Aber ich geh vor. Oh, guck mal. Der hat's auch nicht geschafft. Wie lange geht das Kapitel? Ich muss sagen, nach dem Kapitel machen wir ein Fassmo, oder was? Nett hat eben auch schon gefragt. Oh, Missionsziel geändert. So, jetzt ist die Frage, aufteilen. Also, ich würde sagen, hier links darfst du kein Licht anmachen. Warum? Weil hier so ein Symbol an die Wand gemalt ist. Oh! Der hat auch Licht. Guck mal. Oh, der hat einen dicken... ...dicke Arm. Oh, der hat so... Oh, Pats. Okay. Wollst du mal gucken? Der hat eine Spitzsacke als Arm. Okay, der nächste. Alter, der macht ja einen bewusst los. Und dann tritt ihr den Kopf kaputt. Lebt noch jemand? Ja. Ja, die Mädels. Wir sind in der anderen Richtung auch gezischt. Warum hat mich keiner wiederbelebt? Weil wir weit weg sind. Weil wir jetzt ziemlich weit weg waren. Kasse? Hier ist ein Ausweis. Wo gehst du denn da lang jetzt? Wo gehst du denn da lang? Wo war das denn jetzt? Ne, nicht da. Sind wir runtergekommen. Wo war denn das jetzt? Okay, also Licht ausmachen bringt nichts. Mich hat er nicht gesehen! Sollen wir ihn richtig, Nettie? Ja. Glaub ich richtig hoch? Nein. Ich sehe auch... Ja, da, genau. Mich hat er nicht gesehen! Ich stand hier gegenüber von der anderen Ecke. So. Wo willst du lang? Ich stand hier hinten auf dem Stein. Ich stand genau hier. Hier, der ist nicht gesehen. Gut, ich kann aus. Und ich stand hinter der Wand, so ein bisschen. Und, ja, egal. Wahrscheinlich wegen deinem Licht, deinem Licht gesehen gehabt ist. Hier kommst du auch nicht mehr weg. Ich hab's ja ausgemacht. Oh, er kommt wieder. Oder bist du das? Nein. Ja, komm, nimm mich hier vorne, bitte. Es ist scheißegal, wie ich gelaufen bin. Ich komm zu deiner Spur. In deiner Richtung, Füchschen. Wo bist du lang, Jimmy? Grün. Wo bist du? Da. Ich wiederbelebe den Schatten. Ging's durch? Ja. Ja. Ich bin grün, Nettie. Ja, ich folge dir. Der ist da vorne noch. Licht aus, Licht aus. Was machen wir jetzt gerade, Jordan? Ein Roller? Nee, was ist denn das hier? Ja. Wo lang? Wir kriegen hier überall unsere Glostics. Hier ist noch eine Karte. er bringt hier so eine kerze wer hat die kerze angemacht ich muss recherchieren wie lange kerzen halten da hast mich fast erschreckt ich bin unglücklich wer wo 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 erlaubt aus da ist ein Fall da kommt der Grubenmann der Grubenmann kommt wenn er bei dem ist dann können wir was geben wenn er bei den beiden ist können wir was geben oder ja wahrscheinlich nix die verdammte Wand ist über uns über mir zusammen gebrochen das ist das vierte mal das uns diesen Monat passiert ich bin nur mit einem gebrochene Knöchel davon gekommen andere hatten nicht so viel Glück hier links von uns ist ein Tuch das ist also was oder und Sackgasse, Ausweis Wir markieren die Sackgasse mal mit, äh, welche Farbe haben wir nicht? Grün, Rot Wir haben nur vier Farben, ne? Ja Dann lege ich ganz viele, äh, Rote hin Ich schlafe mal in die Sackgasse rein Hinter mir ist zu Hä? Gehst du hier weiter? Ne, hier waren wir schon Hier müsste Ende sein Ja Da ist wieder umgedreht Warte, Hopi, langsam, langsam, langsam Es gibt zwei, es gibt einmal einen, der hat auch so ne, so ne, so ne Schürze Hier ist ein Rätsel Ich seh hier grüne Glowsticks Ach, du Scheiße Der kommt zurück Ja, vielleicht sind die anderen ja hier, weil hier sind nur Grüne Ja, aber hier ist noch ein Weg ohne Glowsticks Okay Okay, hier ist ein Rätsel Ähm, das ist wie aufgebaut, da ist so ein Schlüssel drauf Und der Schürze Und der Schürze So, wo wird der da? So, hat er irgendwas doch geschafft, ne, oder? Ähm, ich bin gerade am, ein Rätseltarno Grün los Ja, meine Frau kommt auch nach Hause Aber ich kann also nichts bewegen Und Hinter mir ist auf jeden Fall ne, äh, Wand zugefallen, also Das Schlappe geht gar nicht Das ist gerade zu lösen, aber irgendwie geht's gerade nicht Ein Ausweis, du hast zu lesen Ich habe in letzter Zeit einige Geräusche in den Wänden gehört Der Boss sagt, wir sollen sie nur reden Ich weiß nicht, was es ist, aber es ist nicht natürlich, sag ich dir Ach, komm mal her Ich hab's da nicht, ne? Nö Ich weiß die ganze Zeit rot, wieso schmeiß ich rot? Manche war noch kein, doch, was pink Du siehst mich nicht, du siehst mich nicht Er hat mich gesehen Mal, jetzt geht's überhaupt nicht besser Ich kann mir nicht helfen, aber ich fühle mich verantwortlich für das Was mit ihm passiert ist Ich kam hierher, um Vaters Überreste zu besuchen In der Hoffnung, etwas Führung zu finden Aber er ist weg Ich weiß, dass ich am richtigen Ort bin Sieg bei dir, Hope Aber ich verstehe nicht Oh, ich lag bei dir Wie er bewegt werden konnte Und, und, und Ich habe ein paar brennende Laternen in der Mine gesehen Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass einer der Bergleute seine Überreste abholen wollte Ohne uns Bescheid zu sagen Ich sollte mich mal umsehen Was ist hier? Wieder am Anfang, Füchschen, oder? Ja, ja Du hast so eine rote Lampe, aber da kannst du nichts mit machen, ne? Nö Ich glaube, ich bin auch gleich am Anfang Sag was Warte auf dich dann Geht vorbei Ich habe ja auch gedacht, er geht bei mir vorbei, aber Da ist viel umgedreht Ich stand direkt neben mir Ich glaube, Hörschle verliert Verstand Missionsziege geändert, okay? Ich habe schon Ich habe gerade die Zwischenvideosequenz Ich auch Dann werden wir uns bezahlt, nehmen wir alles in Kauf, okay? Kurbel habe ich gefunden Ja, wir müssen vier Stück davon finden Drei Jetzt noch drei Insgesamt vier Bin ich jetzt schon wieder? Scheiße Ne, da war schon jemand Da kommt jemand Hallo Ihr das? Nein Okay, er ist es Oder? Hier war schon jemand Pinke Spur, okay Dann gehen wir hier lang Oh oh Mit dem ist gerade ein Stoll zusammengebrochen Ja, ja Ist bei mir auch gewesen Täuscht jetzt schon wieder? Ich sehe eine grüne Spur Ich meine Oh man Boah Schöne Abzweigung Das blaues Licht, okay? Ich habe ein grünes und ein pinkes Licht gefunden Ja, so blaue Deckenbeleuchtung Das Pfeil zeichnet in die andere Richtung Na super Arschloch Haben Text gefunden Seit dem Hörschel und ich Von jenseits der Tore zurückgekehrt sind Fühle ich mich seltsam Jede Nacht Wenn ich meine Augen schließe Sehe ich diese Kreatur Und ihre Abschiedsworte Verfolgen mich Ich habe das Gefühl Es ist jetzt ein Teil von mir Beobachtet jede meiner Bewegungen Manipuliert meine Gedanken Und Gefühle Ich muss gehen Bevor noch jemand verletzt wird John Okay Ich habe die grüne und pinke Spur gefunden Spiel, das krieg gestorben Ja, das war ich Aber ich weiß nicht Wo die Kurve ist Wir müssen vier Stück finden Das ist erstmal unser Missionsziel Ja Ich habe das Licht Ach, das ist immer Licht Das ist eine Karte Ich habe keine Spuren Und ich laufe hier irgendwo lange Wo noch niemand war von euch Ich habe eine Kurve gefunden Okay, schnell aufheben Aufheben Bevor mich hat Er hat mich jetzt sowieso Aber egal Ich habe eine Kurve gefunden Der wollte die Kurve mit der Schütze, was? So sieht es aus Was macht das Blaulicht? Das weiß ich Es leuchtet blau Es leuchtet blau Richtig, genau Das ist blaues Licht Was macht das? Es leuchtet blau So, aber wo bin ich gerade lang gelaufen Wenn ich das jetzt wüsste? Da kennst du dich aus, genau Der Kopf Wir stehen hier Hallo Da bin ich Ich habe gerade wieder rumniesen müssen Hier war ich noch nicht Jetzt wo wo nur grün ist Dann war ich da Ich bin gerade zehn Minuten irgendwo lang gelaufen Wo noch niemand war Wo bin ich denn eben lang gelaufen? Hier? Hier ist der Start, ne? Ich verlaufe schon am Start Ich laufe einfach dann immer den Gängen nach Hier haben wir angefangen, ne? Hier ist der Weg eingefürzt Okay Ganz schön Ja Na da bin ich gerade lang gelaufen Guck mal hier War noch keiner Doch Stehen bleiben Wer auch immer da gerade war Stehen bleiben Wer denn? Moment Hier? Ah ja 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 Was will ich? Gott sei Dank Ich komme gerade da vom Start Okay Ich komme gerade von hier Ich wollte es wieder hier lang Okay Gucken wir mal, ob ich meine Spur wieder finde Ja Muss ich mal da war Doch da Nö Ja, nein, doch Oh Kriegt er dich oder mich? Oh dich Oh, mich auch Nee Warte Ich nicht. Oh, mich auch, scheiße. Warte, ich habe einen Startbaut. Ich dachte, ich könnte hier direkt wiederbeleben. Ja, genau, wir sind gleich da. Kommt der wieder zu mir zurück? Warum sieht aber eigentlich so toll aus wie nach einer Technoparty? Wir schmeißen die ganze Knicklichter. Das ist so eine Art Brotkrum. Wir können Knicklichter werfen, um unseren Weg zu markieren. Das sieht so aus wie nach einer Technoparty. So kommt es natürlich auch bei den, ne? Red Damus, hallo. Red Damid. Nee, doch, Damus. Ach, ich dachte, ich dachte, aber Diamond, okay. Nee, das ist wie anders. Das ist Red Diamond 99 normalerweise. Hier, guck, jeder hat so Knicklichter. Ich habe zum Beispiel die Grünen. Ich weiß die ganze Zeit so eine grüne Spur. Ob hat die rote, Netti hat die pinke und Schneefuchs die blaue Spur. Ja, und deshalb sieht es hier aus, wie es hier aussieht, weil wir überall die ganze Zeit eine linke Maus aus der Hämme haben, um die Dinger zu werfen. So, wir haben jetzt zwei von vier Kurbeln gefunden. Ich seh die in einem Stollenlabyrinth. Danke, keiner. Eine braune Spur liegt, das ist alles gut. Die haben wir auch schon. Die ist in der Hose. Hier, die ganze Zeit, das sieht man nicht. Aber ich drücke die ganze Zeit immer die linke Maustaste, um die die Dinger um den Boot zu werfen. Um zu markieren, wo wir schon waren und wer wo war. Wo seid ihr jetzt lang gelaufen? Man kann die auch quasi werfen, so Schub. Na, wer ist gerade bei mir? Wir alle. Nee, nur ich. Warte, ich komme zurück und hole Netti. Aber alle vier zusammenlaufen, weiß ich nicht, wie viel Sinn das macht, ne? Red Diamond, was genau. Halleschön. Ja, aber es gibt auch Red Diamond 99, ne? Da vertue ich mich da gerade. Aber auch in Klammern geschrieben. Das ist das zweite Account, oder was? Achso, hier ist der Startpunkt. Kann das sein? Ja, hier sind wir hergekommen. Guck mal. Hier sind wir runtergekommen mit dem Fahrstuhl. Umbenannt. Ah, okay. Ganz lange, so zwei Red Diamond, ne? Wie Diamant. Und dann 99 am Ende. Oh, mit Klammern drumherum. Okay. Deshalb kam mir den Namen gerade so bekannt vor. Ist Red Diamond denn richtig ausgesprochen? Diamond, ja. Da, 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 da ist Diamond. Hier ist... Hier ist ein Speicher. Gibt's mir hier lang? Was ist der Fuchs denn jetzt? Stehen geblieben. Bin noch nicht hier daher gegangen. TNT braucht man nicht, ne? Nö. Ist wieder so... Ich fand den Sumpf besser eben. Ja, hier ist halt absolut wieder Nullorientierung. So, wo seid ihr hin? Seid ihr vorwärts oder seid ihr zurück? Äh, da gibt ja im Prinzip nur einen Weg rein und dann kommt die erste Abzweigung. Die Frage ist es nur wieder, wer geht wo lang? Also da ist blau gewesen. Genau, also Füchschen und ich fahren links rum. Wo ist denn der Hauptgang? Wir sind beide hier langgegangen. Warte, warte, ich komme zurück. Da, wo die ganz, ganz vielen liegen. Warte. Ja, 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 ja. Ich weiß ja nicht, warum man unendlich viele Knicklichter hat, ne? Sollte ja auch sowas wie... Ach NEEEEEEEEEEH! Er hat aufgehört uns zu verfolgen? NEEEEHeEMAE! Ich muss aufhören zu rauchen, da habe ich mehr Luft für Nö zu schreien. Schon tot, wenn er einem gekriegt wurde? Ich komme dir wieder, wir leben. Gut denn. Ja, okay, scheiße. Der Spieler ist gerade gestorben. Warum liegen hier 10 Milliarden Grüne und keine anderen Farben? Ja, aber du kannst nichts machen, wenn der Lampenmann nicht hat, dann hat er dich, ne? Und ich habe keinen Bock da hier blind rein zu laufen. Ich mache jetzt aber die Knickdichter liegen, okay, da kann man blind lang laufen, aber da kommt doch schon wieder, oder? Ja, links da, ja. Wieso weißt du, wo ich bin? Ich habe das Licht ausgemacht. Wieso bist du schneller als ich? Oh, ich bin rausgeflogen. Oh, hallo? Was war denn jetzt kaputt? Keine Ahnung. Das Gut war weg. Und ich sage doch, Netti bleibt hier, da ist das Vieh und, hm, die lassen wir vorbei. Dann sind wir ja fast alle wieder da. Ich habe nun gehört, Palim, wie ihr beigetreten seid, ich war aber selber nicht im Kanal. Ja, ich habe nur das Palim für einen Austritt gehört. Die war auch eben noch bei mir. Die Kompass, habe ich den Kompass schon irgendwann irgendwo mal benutzt, nö, ne? Ich vergesse da mal aufzugucken. Ah, das ist zumindest schon mal der Chemie? Füchsen war doch hier eben auch am Spawnpunkt, oder nicht? Ne, die ist doch gerade nicht gestorben, oder? Ich bin bei Netti. Und Netti ist gestorben. Ich wollte gerade längs, aber da wurde Schimmi gerade getötet. Bin ich natürlich wieder rückwärts gedauert. Netti, Stream ist endet. Ah, da ist es noch. Hä, was ist denn los? Das ist alles abgekackt. Gekackert. Ah, dir. Hi. Na? So. Na? Machen wir das nochmal, ne? Ja, aber wohin? Wohlang? Die Gefühle, die wir noch nicht hatten. Der grünen Spur lang. Da war ich zwar, habe ich ein paar Abzweigungen gehabt, aber ich musste mich entscheiden, rechts oder links. Okay. Ich meine, ich konnte nur wirken. Sprechfuchs, wir hatten fast alle, ne? Wie war es alle? Alle Abzweigungen. Weiß ich nicht. Ich musste mich ein paar mehr entscheiden und bin dann halt in der Richtung weitergelaufen. Hier bin ich sogar schon zweimal lang gelaufen, weil hier so viele Grüne liegen. Ach ja. Wieso ich wieder? Da war doch ein Schnellfuchs mal auch da. Warum, warum ich? Ich habe sogar mein Licht ausgemacht. Warum zertritt er mir immer den Kopf? Der tritt mir immer auf den Kopf. Lass die anderen vor, dann stirbst du später. Gute Idee. Gute Idee. Gute Idee, Don. Oh, Sven hat ein... Achso, wir haben ein Uhr. Sven hat auch eine Sponsorverlängerung. Dankeschön dafür. Ja, ich bin da leider schlaufe immer vor. Hat ja nichts für die Sterbe. Ich reg mich trotzdem auf. Vor allem konnte mich keiner retten, weißt du? Dann opfer ich mich schon für alle anderen. Wer läuft da vor mir? Hobby! Wo ging es lang? Wenn wir nochmal unsere Wikileaks folgen und dann... nochmal... Hier ist der Start, ne? Der Start. So, und ihr wollt mich jetzt alleine lassen? Ich weiß ja nicht, wo du längst bist. Na, ich bin hier in der Mitte stehen geblieben. Guck mal, hier können wir noch durch. Nicht, 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 Jimmy! Weißt du, was du meinst, wenn du sagst, nicht, 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 nicht? Ich hab' mich auch grade gefragt. Ich komm' mir hier entgegengelaufen, nur mich, nicht, 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 nicht... Oh, 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 oh! Oh, 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 oh... Missionsziege geändert, drei von vier, okay? Gut, dass hier nochmal hin sind. Eigentlich gibt's denn hier nicht mehr. Da war ich zweimal. Hier ist nur rot und pink, da geh ich doch mal lang. Da war ich schon, hier war ich schon nicht. Hier war nur pink. Hier war ich wieder grün auch. Hier ist nur der große Raum, glaube ich, noch, oder? Auf jeden Fall war ich an einem Rätselpunkt. Da war Sackgasse, Schatzlein. Hi. An einem Rätselpunkt, wo... Was für ein Rätsel? Also wir haben bisher die Räder immer so gefunden. Ja, ich habe ein Labyrinth gefunden. Okay. Wo man halt... Wo man halt... Puzzleteile. Lauf, Jimmy, lauf, 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 Jimmy. Ach, nee. Hier warst du. Was ist denn hier gewesen? Linksrum war ja dieser große Raum dann, oder nicht? Genau. Wo wir beide... Mhm. Ach genau, hier können wir noch links. Da bin ich rechts gegangen, dem Fall nach. Okay, er kommt zurück, ist aber immer noch aggro. Ich habe so eine Art Labyrinth gefunden mit Puzzleteile und die muss man irgendwie zusammenfügen. So, und da will ich ja eigentlich hin. Was hast du für eine Farbe? Du hast Pink, ne? Ich habe Pink. Ich weiß, wir müssen da jetzt wieder rüber, ne? Okay, okay, okay. Okay, 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 okay. Piss dich, piss dich, piss dich, piss dich. Spiele mal, komm. Da ist bunt, was ist hier? Ich bin überlebt. Achso, hier geht's auch zu bunt. Ist so ein Rundgang. Die Lampe ist voll viel Arsch. Ist doch Arsch, egal. Das ist echt... Wir müssen vielleicht die Rubenlampe nehmen. Ganz von links, ne? Der Unterweisung auf Twitch, okay. Es lauft gerade eine rot-blaue Spur hinterher. Da drüben ist noch nichts. Da hat jemand rot im Kreis geschmissen? Ja, Sackkasse. Da, wo Sackkassen sind, wo nur Ausweise sind, haben wir... Glut. Lass die anderen vor. Warte aus. Meins. Da ist eine rote Spur, da ist eine blaue Spur, okay? Hier ist rot-blau zusammen. Ich lauf die rote Spur. Nein. Ach, du bist noch hier. Habe ich mich, dass sie gerade erschreckt? Und da ist wieder grün. Na super. Hier ist der Stollen, der eingestammt wird. Ist pink. Okay, hier ist nur pink. Da kannst du. Aber kein Ausweis. Bin jetzt gerade auch da, wo nur pink ist. Da wirft gerade einer pink. Hallo. Hallo. Da hinten ist Sackkasse oder was? Ich suchte da eine pinken Spur von eben, aber keine Ahnung. Da war ich zum Beispiel noch nicht. Achso, da war Sackkasse. Wo kamst du jetzt her? Von da? Ich kam von da. Da war nix? Ne. Ich kam von der anderen Seite, da war auch nix. Oh, hier vorne nicht noch ein Durchgang. Hier, hier. Hopi. Hopi. Ja, ich komme nicht. Ne, da kam ich her. Hier kam ich gerade her. Grün und pink. Hier ist rot. Oh, hier mal lang. Achso, hier wäre auch noch ein Gang. Hier bei mir auch. Guck mal da. Nein, oder hin und zurücklaufen. Fehlt und zurücklaufen. Das heißt, guck mal da, wo bist du denn? Jetzt folge ich gerade der roten Spur. Sag mal leise, bitte. Ja, leider nicht, wo der genau herkommt. Ja, der hat sich eingeschissen. Sackkasse, Shimi. Mitten auf der Kreuzung war ganz, ganz viel rot gelegen. Ja, dann ist der Abzweig in unserer Kasse. Rot und blau, hier war die zwei schon. Achso, hier liegt ein Ausmaß. 8 von 20, lol. Wie da hast du 8 von 20? Ich habe es erst 7. Ich habe es einen mehr gefunden. Dann gehen wir doch erst rechte da rein, oder? Nee, ziehe, aber egal. Und er hat sich auch für mich. Nee, komm. Mach nicht da, ich schlafe da andersrum, dann kannst du mich wiederholen. Ja, da rein andersrum. Rechts oder links, was sagst du? Hol mich, hol mich, hol mich. Ja, ich komme. Reicht, wenn du zu mir erscheinst. So, was sagst du, was sagst du? Mal hin, her. Drei, zwei, ich sterbe. Eins. Ich schaffe es nicht. Eins. 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 Hey, da ist es gerade durch. Scheiße. Das ist jetzt die Frage, wo er gerade lang gelaufen ist. Ja, andersrum. Habt gesagt, er geht weg. Das ist der Weg übrigens zugegangen, Sobi. Ja, mitgekriegt. Wie viel Hass auf die Menschheit muss man als Programmierer haben, um so ein Spiel zu erfinden? Nothing? Ja, das heißt, so, was heißt. Ist die irgendwo weit? Nee, ne? Wo ist denn da weiter? Wo ist denn grün hier liegt? Ist ja überhaupt noch niemals so oft gestorben wie ich? Oder schmeißt du nicht kontinuierlich die Lichter? Doch, doch. Permanent. Ich sehe hier nicht mehr das Blaues. Ja. Hier ist unsere Spur. Oh, nein. Oh, nein. Danke, Jimmy. Oh, warte mal. Nicht so schnell. Jetzt bin ich da. Boah, da drüben, da drüben waren doch noch ein Weg, wo wir noch nicht waren. Genau. Da waren noch mindestens zwei Abzweige, wo wir noch nicht rein waren, ne? Das ist jetzt ungünstig. Wenn hier die Landebahnen so richtig krass markiert sind. Mit ganz vielen Knicklichtern, da findet man die Mikrohle-Lampe. Und sonst bist du voll gearscht, wenn der kommt. Hier von hier kamen wir doch. Hier ist ja auch eine Sackgasse. Genau. Ist er das? Ja, ist das. Jawohl, er ist das. Ach, ja. Von hier. Hier ist ein Aufschweiß drinnen. Ja, er ist hinter mir. Ist der Sackgasse, hier ist Sackgasse, hier ist Sackgasse. Lauf! Ja, woher hier ist Sackgasse? Wenn er in der Animation ist, einfach laufen. Ja, das hat er nicht gesehen. Das hat dann natürlich auch gleich wegschnackt. Ja, das hätte wohl vorbeilaufen können, ne? Ja. Da müsste doch irgendwo, glaube ich, noch ein Weg sein, wo wir ja längst kommen. Ja. Da müssen wir andersrum nochmal rein. Warum bist du immer bei uns? Ist gut, so können wir in Ruhe... Ja, wo seid denn ihr da? Ich glaube, hier lang, ne? Ich weiß nicht, wir sind hier in einem Aper. Ja, alles von grünem Licht hier. Ich wollte eine Zigarette haben. Nee. Okay, jetzt zurück. Deswegen bin ich nicht vorgelaufen. Okay, hier war da nichts. Nee, nee, da muss ja irgendwo noch ein Weg sein, wo wir nicht waren. Also, wo ich vorhin durchgelaufen bin, da ist der Weg hinter mir zugegangen. Genau, dann ist der zugegangen hier. Dann war das da. So, und deswegen komme ich nicht mehr an diese Stelle. Warte, Jenny. Dann haben wir doch hier alles abgegrast, oder nicht? Warte, Jenny. Hm, du darfst falsch. Ja, da ist der Eingang, ne? Ja. Und hier waren wir. Ich glaube, ich habe einfach bei der Hohle in der Musik stehen, im Radio. Richtig, an dem Telefon vorbei. Dann haben wir hier alles durch. Alle Möglichkeiten. Richtig? Hm. Wir sind hier von beiden Seiten an die Stelle gekommen, wo der Tunnel eingestürzt war. Außer wir haben hier irgendwo einen Gang noch übersehen. Es sind ja nur die beiden Gänge rein. Du kommst von der einen Seite und von der anderen Seite rein. Und wir waren jetzt in beiden Seiten in allen Richtungen unterwegs. Sollen wir mal der anderen Spur von Nettie hier folgen? Ja. So, da bin ich lang drauf. Ja, vier Familienarbeiter. Hier ist nämlich jetzt deine Spur. Na, hier ist der Gasse. So. Hier ist auch meine Spur. Ist auch schon grün. Ich glaube, der ist eben hier durchgelaufen. War ich auch schon überall. Hier ist der Gasse. Oh, nö. Ah, hier ist auch was. Geht doch woanders lang. Warum denn hier, wo die Sackgasse ist? Er ist gerade an hier vorbeigelaufen. Was ist denn der Sackgasse? Was habe ich wieder gekriegt? Was? Wo hänge ich ihn jetzt hier? Ich belebe dich gleich wieder. Ja, pass auf, er kommt zurück. Jetzt steht er da und guckt rum in der Gegend rum. Nee, jetzt geht er andersrum. Ich kann mal versuchen, zu dir hinzukriechen, aber ich bin durchweg. Zusammengestürzt. Schnell, schnell, drei, zwei, zwei, eins. Das war ein Pixel in der roten Leiste. Das war ein Pixel in der roten Leiste. Ein Pixel. Das war jetzt mehr als 0,1 Prozent. Weniger als 0,1 Prozent. So, der ist da lang. Achtung, der kommt wieder. Ich bin dann wieder in derselben Sackgasse. Oh, scheiße. Oh, nö. An der Bergfang snackt er keinen weg, irgendwie. In dem roten Lichter stehst du da, oder was? Und läuft da hin? Er guckt gerade wieder zu mir. er hat sich gesehen hat der leuchtet auch mit seiner lampe darum der hat mit seiner lampe hat er auf mich geleuchtet ja wenn im lampenschein stehst dann sieht er dich das ist der lampenschein ist quasi der tag von eben dem typen jetzt überall grün aber wenn es so weiter geht habe ich bald keinen bock mehr blauer gang irgendwie ist das gerade deprimiert ja es war ein rätsel so ein bisschen so die mechanik von den typen der da immer der ganze gang ist grün ist halt ätzend na du kommst halt nicht weg du hast da nur den kacken gang komischerweise unser startbereich ist irgendwie safe vor dem hier kommt ja erst das symbol von wegen lampe aus dem ab hier wird der boss erst aktiv sein oder gegner oder whatever ich habe mich jetzt mit jimmy so kooperiert dass er nur leuchtet und ich habe keine lampe an ach so das war der deal aber wo lang das hat immer die frage hier waren wir noch nicht oder ich war hier noch nicht hier liegt nur pink und blau und rot weiter ich stehe doch hinterm pfosten hier war ich doch nicht genau wenn man nämlich so ner ding so ner werkbank findet einfach hier hinstellen dann snackt da einen irgendwie nicht okay habe ich jetzt so das gefühl gehabt er hat mich halt gesehen weil ich das licht anhat ich bin in die sackgasse gelaufen er ist mir hinterher gelaufen hatte ich halt vorher nicht gesehen habe ich dich ja ich stand genau hier der hat mich nicht ich hab schon auf der anderen seite der hat mich nicht erwischt und ich stehe hinterm pfosten und er nimmt mich ja ich auch schon und ich stand hier der hat mich nicht erwischt ja da ist er wo lang da lang achtung ach saggasse was achtung ich höre ihn dahinter dahinter höre ich ihn ja rumläuft so bleibt die einzige hier durch wir haben auch schon weil ich war hier auch schon das licht habe ich gesehen auch hier lebst du noch dass die windel aber voll hier muss man irgendwo gang geben wo noch nicht waren oder was das licht kurz auf lass das licht also lass sie deshalb weg gehen super ist der kasse wir sind gerade in gängen wo niemand war die windeln voll würde er hat ganz gerne zu diesem labyrinth kommen sehen wir den ich muss für den ja sehen den lichtschein ja deshalb bin ich ja ja dann siehst du verdammte fans zusammengebrochen und abgestellten holzlatten ob man sich da rein stellen kann und ob man denn vor dem ist wahrscheinlich auch mal aus oder links ja hier in der schlucker habe ich 29 so hier war ich zum beispiel noch nicht ich war hier noch nicht ach so hier zum kreis dahinter hatte vielleicht ist hier so ein ausweis ding ich war nicht hier unten gepisst nee kein ausweis ich bin raus jodon danke fürs mit dabei gewesen sein ein schönes morgen ende tschüss dann morgen bin ich nicht das ortdach muss ich mal gucken und jetzt ist die frage wo wir lang gehen was ist da oben rotes leuchten ach so oh das war so scheiße aber da ist eine stürre spur so ein bisschen auch doch noch ein guter checkpoint ok warte mal wenn die jetzt ein checkpoint gesichert haben bei wir kann es nämlich nicht sein ja hier sind wir gut sind wir gut dann können wir uns ja dann können wir uns ja sterben lassen und am checkpoint ja es fehlt trotzdem noch eine kurbe weiß dann wo die kurbel ist wahrscheinlich hier hinten bei uns vor allen Dingen wo... und dann sind wir in einem bereich gekommen der mein gott ich finde hier überall nur grün ich weiß ich war gefühlt schon überall ich laufe erstmal den weg wieder zurück da ist schon wieder der mit der wand rechts ist hat eine weile gedauert aber wir haben endlich die minenwagen schienen fertig schält der herrscher wollte was auch immer gefunden hat es muss gut sein denn er hat uns schon lange nicht mehr wegen einer solchen fris in den hinteren getreten und wenn es kurz doch nicht der ist weggegangen ja ja der ist da gewesen aber der hat hier nicht hingeguckt er ist einfach weitergegangen wo willst du hin wir können wir sind gegangen dabei war das ja okay aber wir finden unsere spuren wo zum geiler sind wir sind in einer einzelnen pinken spur gefolgt es gibt hier noch eine spure ich doch nicht gewesen wenn ich sehe hier nur überall grün grün grüner ist kein grün 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 ich sehe es nur blau und rot ist schon mal gut oder ja das ist ja das sind wir das heißt ich kann gerade nicht gucken da kommt da kommt da kommt da kommt da kommt das war nur blau und rot und rot hier liegt auch gut dazwischen ja guck mal hier waren wir alles gut hier ist noch ein ausweis da drüben wird es ja ich glaube er ist jetzt heute einige genauer schon aber guck mal wie dicht chimie hier an diesem checkpoint waren er ist nicht durch diesen gang gegangen ja waaas das ist ja wirklich so du bist eigentlich einen gang vorbei gegangen da brauchst du doch gar nicht mehr hingehen ich will die notiz jetzt nochmal lesen kannst du ja da warten ok wir brauchen doch noch eine die letzte kurbel irgendwo muss die letzte kurbel sein sonst kommen wir hier nicht weiter weil hier geht es nur weiter wenn wir alle kurbeln hier ist nur blau ist der kasse ok hirsch und john kamen von der expedition hinter den messen türen zurück die wir gefunden hatten wir hörten wie die türen zuschrugen und sie kamen wie wild aus dem gebiet gerannt sie weigerten sich zu erklären was mit dem rest der gruppe dort unten passiert war und verbaten uns verbaten uns durch die türen zu gehen während sie daran arbeiteten sie zu versiegeln oh mein gott ich bin aber mal tot ne da zeichnen pfeil lang soll man da jetzt lang laufen oder nicht hier waren wir schon hier waren wir schon hier waren wir noch nicht hier komplett hier lang hier ist aber noch ein ding 11 20 da können wir nicht längs seiten hier irgendwelchen feiern gefolgt so hier war ich noch nicht wieder ab und zu mal oh da vorne ist er der ignoriert uns hier weil wir am safe point stehen ich gehe trotzdem hier ins dunkle loch wir sind doch keine pfeile mehr ach du dunkle löcher sind da waren wir noch nicht auch das liegt aus weil ich so viel angst habe doch ich war hier schon guck warte das wollte die eben ich hätte ich eben nur abbiegen müssen oder nicht wo seid denn ihr jetzt hier da hier das hier lang gehen aber hier fallen hier ist dicker feil kann man an die wand malen oder hier ist noch kein grün ok alle farben außer grün da bin ich zum beispiel noch nicht so halb lang gelaufen genau da rein wo kein pink ist siehst du schon pink so hier ist blau in dem anderen gang war doch kein pink oder nicht das ist nur blau aber das sagt klar wie du da links gehst was wo da kommt er läuft hier ja ja als ob ich jetzt irgendwie hier irgendeinen weg finde achso ich wollte zum anderen checkpoint könnte sein wir stehen hier gerade hier müsste es irgendwo hier in der nähe sein wir haben relativ hallo ja es ist ein labyrinthspiel aber es ist halt nervig labyrinth mit dunklen kombination hier geht es nicht runter auch nicht dafür brauchen wir erst die letzte kugel so dann können wir uns ja hier ausloggen oder war das ein checkpunkt oder war das ein das ist ein checkpunkt also ein speicherpunkt da läuft er doch guck mal hey diggi du bist hässlich komm kill uns mal alle kann er nicht das ist ein grabstein hier oder was ist das hier er kann hier nicht herkommen da es unser checkpoint ist oh diggi geht's mit dem feuer oh da kommt er der hat Augenhüterkopf hey die er einfach wieder umdreht ja aber ich wüsste ganz gerne warum der so aggro ist wenn er uns in seiner lampe sieht oder unsere lampe sieht als wir jetzt eben ein paar mal herkommen da habe ich meine lampe ausgemacht bin einfach irgendeiner spur auf dem boden gefolgt um eine ecke gerannt um aus seinem lichtschein rauszukommen da habe ich ein paar mal überlebt eben ja deshalb das dicke symbol hier mit lampe aus ja wollen wir dann für heute hier an der stelle mit dem ich bin ich das machen ja bitte aber dann haben wir noch ordentlich potenzial ne da ist ja noch äh und das ist nur der story mode danach gibt's ja noch die so einzelne missionen und so ein kram ne ja aber reicht dann für heute ja also ich hab hier jetzt keine speicherfunktion oder sowas also wir müssen uns jetzt drauf verlassen dass das hier mit dem mit dem checkpoint funktioniert hat das können wir ja gleich äh testen ja gut in dem wir kurz rausgehen und wieder reingehen das wird dauern in der lobby ne mhm ja und fortsetzen weil ich kann bei mir entweder das spiel starten oder fortsetzen drücken aber jetzt habe ich glaube ich wieder vergessen die unendlichen leben anzumachen das ist ja egal da muss ich beim nächsten mal nur dran denken weil wenn das checkpoint eben war dann ist das checkpoint dann ist da quasi ladepunkt ja drei von vier kurbeln für den weg tor zu öffnen genau ja duty aber jetzt habe ich ja 11 von 20 von diesen ausweisen wo auch immer jetzt wahrscheinlich schon wieder 20 durch verpasst ich hab auch elf mhm geht doch ja ja es hat eine weile gedauert aber wir haben endlich die minen die minen fertig gestartet so ist aber eben schon der text ja auch der europäische raub ne netti ist schon raus hier gibt es auch noch so andere missionen aber das ist kapitel 1 abgehackt kapitel 2 noch nicht und es gibt sechs kapitel der geschichte und den spielmodus verlagten gastgeber kontrolliert die pinwand aber jeder kann jederzeit einsehen also wir haben noch ordentlich ist doch nicht bei uns ja 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 was war das? was war was? gehört das gerade zum spiel oder war das nixbar? hm 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 du bist schon halb zwei ach du scheiße ja deswegen ja das Scum muss schon wieder ein update ziehen also wieder fast wo ja oh doch da zack Kategorie ich find's krass mit Scum also ich komm immer noch nicht drauf klar ja pfff dass alles weg ist nicht dass alles weg ist das sind wir ja gewohnt von Scum aber dass die Puppets jetzt mittlerweile Türen aufmachen können ja das lass ich sagen das das hätten sie vor zwei Jahren machen müssen war ja easy du springst durch das Fenster durch das Ding ist die können jetzt auch durchs Fenster auch noch springen ja das hätten sie schon vor zwei Jahren machen müssen ja sie geben den alten Hasen gerade wieder einen Grund äh Scum wieder neu zu spielen weil das war ja absolut lächerlich du bist von der Horde verfolgt worden du bist durchs Fenster gesprungen hast du mit dem Speer durchs Fenster alle kaputt gemacht das war ja lächerlich ja ja ich konnte da mal so easy locker Speer bauen und dann hatte ich ein Zombie vor der Haustür und den habe ich locker äh wie sagt man ähm soll ich aufmachen äh Lobby abgecheatet ich habe schon eine Lobby gemacht ich habe aber keinen Code im Chat guck mal wir haben vorhin ja Ziele gemacht jetzt sind die Ziele wieder neu ja ja Tageswechsel haben wir nur durch ja also wochen Ziele müssten äh öffentlich hat sich auch geändert ne 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 es hat sich nur täglich äh geändert so ich bin dann nochmal vor der Tür sei denn Schneefuchs haut den Code rein ähm ich hab den Coach Helaines geschrieben guck mal den Texten das ist aber nix letzte Texten ist von mir Fasmo texten ich hab da was ich seh den hier ist ein Dixbox Code und hier ist mein Lobby Code ich seh äh 1 2 3 Test nö warte achso meine Nachricht wird auch nicht meine Nachricht wird auch nicht verschickt ok doch jetzt ist meine Nachricht verschickt 1 2 3 Test habe ich geschrieben das ist nicht ganz so sicher ja deine Nachricht sehe ich nicht oh nö ich seh nämlich deine Nachricht jetzt auch nicht der Lobby Code ist 8 2 3 ähm 3 6 1 8 2 was? 8 2 3 3 6 1 genau ja Dixbox hat gerade ein Problem ähm Discord wa? ja da sind so einige Discord Server die gerade down sind ja wenn Discord ein Problem hat dann haben alle Server Probleme wahrscheinlich naja deiner hat kein Ausrufezeichen Ausrufezeichen? ja du bist geboostert also dein Discord ist geboostert und deswegen äh aber mein Discord den ich hab also mein eigene der hat auch kein Ausrufezeichen und der ist nicht geboostert ich hab überhaupt nicht ich hab nirgends von Ausrufe was ist hier ein Ausrufezeichen? also ich seh bei mir das haufenweise Discorde von also wo ich ja gejoint bin dass die hier Ausrufezeichen haben ja im Icon oder wo ist da ein Ausrufezeichen? im Icon im Icon ja ja ich hab hier nirgends wo ein Ausrufezeichen ja ja zum Beispiel und meiner ist nicht geboostert und meiner ist nicht geboostert doch wohl ein von zwei boosts stimmt ja das hat mit dem Boost nichts zu tun weil der Discord von meiner WoW gilt ist auch geboostert und die ist gerade down denn Gigi Bärchens Discord äh hat man mich auch ausrufezeichen ausrufezeichen ja eben sind wir ja alle aus dem Voice geflogen also ich war da auch äh dachte das wäre nur bei mir ne äh haben wir anscheinend grad viele also eben sind wir auch alle gleichzeitig irgendwie aus dem Discord Voice-Chat rausgeflogen bei mir mit Diamond oder Divers ich würde ja gerne bereit machen also go machen ja aber ich schaue aber ich schaue ne der Hope ist vor der Tür nee es ging ging um mich ich hab nicht bereit gedrückt ich auch nicht hm aber Hope war doch gar nicht bereit hä Hope war bereit und du warst auch schon ready so warum mach die die Chemie hatte sich geanredd also du kommst jetzt um diese Uhrzeit damit heben dich ok ok das ist ja mal interessant ja das ist das ist der wöchige wiki heißt déjà vu ja ja das zeigen also die sachen wie sie damals so gab in fast nur als damals auch das ganz altes anime das war du kannst auch nicht sprinten ne der geist ist auch ein bisschen langsamer na gut irgendwie muss man dem geist ja trotz dass man den spritten kann abbauen können oh oh Sam du bist gemein jetzt darf ich nicht fluchen danke hehehe scheiße jetzt darf ich dich fluchen hehehe so Richard Brett fotografiert haben wir schon Strom? ne ne ich glaube ich glaube Stroh äh Strom ist im Garage mach ich aber an und und was muss ich machen wenn ich geflucht habe? gmf3 das gmf3 Garage ja direkt hier an der Tür ja aber keine keine Fingerabdecke Ründe sind voll Tastellampe vergessen hey Knochen so Garage EMF3 ok und kalter Atem 4 Grad der Moment liegt auch im Auto und wir haben keine Daten 2 oder 6 Grad ok ja die gab es damals nicht mach mal das Licht bitte aus in der Garage und wir können die Lampe wieder senkrecht hinstellen und wir können die Lampe wieder senkrecht hinstellen das heißt wie komm ich jetzt raus ich hab keine Lampe dabei ist hier kein Orf? ok ist hier kein Orf? wenn nicht dann fragt das Reacher-Brad sicher der ist ja da war eben auf 3 ich habe hier wo sowas auch kalt bist du hier bist du bist du bist du bist du hier wo war kalt wohnzimmer fernseher die fernbedingung vom fernseher aus ihm geflogen die stürmer singt bist du hier wo bist du box was hat die box da flog doch was ja aber der geht nicht auf die box so was sie wo wir haben in der stupe imf nein haben wir nicht dass sie hier bisher aber nichts weiter als den ort und kalt ist es hat foto was ist das thermometer geschmissen da ein grad thermometer hier am tisch noch kalt werden kann ja noch kälter werden können wir nicht spenden nein Achso, Ohrpampa. Das können wir noch nicht. Wir haben keine Dots. Also, der Orp ist am Tisch. WMF? Äh, ja, hatten wir irgendwo. Wenn nicht, EMF liegt noch in der Garage. Bist du hier? Bist du? Gibt mir Zeichen. Bist du lieb? Bist du freundlich? Wie bist du gestorben? Wie alt bist du? Wo bist du? Mit mir magst du auch nicht reden. Okay, mit Stiftung willst du auch schon nicht reden. Dann tschö. Wie ist das Buche? Ich habe das auf dem Boden gelegt. Ich habe eins auf den Boden gelegt, vor dem Fenster. Oh, durchgelaufen. Zweimal hier. Zweimal. Ja, er ist durch ein... Wo ist es so? Achso. Juhi. Da ist Juhi. Äh, Futterberat, Futter. Hier liegt Futter. Warte, warte, warte. Ja, Futter. Ah, ist Fenty's weg. Wollt nochmal. Der hat sich Strom ausgemacht. Warum habe ich gerade Hantu-Vibes? Es könnte aber auch ein Benji sein, also... Wenn er auf die Geisterbox antwortet, kann es ein Mimic sein. Probier nochmal die Switbox. Und währenddessen mache ich mal die Benji. Ist das hier? Äh, wo ist das EMF? Das ist in Ressource. Hier, Foto. Hast du Futter? Futtertuch? Ja, ja, habe ich. Bewegt er hier und der, der Arm hat er hier. Die Kamera umgeschmissen, okay? Ja. Der... Schneemann. Das machen wir damit. Da müssen wir erst später. Das machen wir nachher. Erst die Weekly. Das ist das Event. Wir müssen erst nach Sunny Meadows uns ein Eid zusammenbauen. Mach dir mal bitte, dass die Strom wieder an. Was ist denn? Wie alt wirst du? In der Garage. Wie heißt du? Bist du männlich? Bist du weiblich? Oh Mann. Wo bist du? Oh, hab ich gerade... Wie alt bist du? Wie alt bist du? Ich glaube, ich habe gerade den Benji-Scream gehabt. Oh, hier Geister. Event? Oh, ich schmeiß erst mal alles weg, okay? Darf die Kamera wieder richtig stehen? Nee, das war kein Benji-Scream. Denk ich schön. Bist du hier? Wo bist du? Warte, ich gehe raus. Bist du hier? Wo bist du? Wie alt bist du? Hast Licht ausgemacht? Wird wieder ein Strom ausgemacht? Ja, Strom. Laufen. Wie alt bist du? Wie heißt du? Wo bist du? Bist du männlich? Bist du weiblich? Drum an. Bist du hier? Wo bist du? Sprich mit mir. Klopf an das Fenster. Wo bist du? Wie alt bist du? Oh, nee, das ist doof. Oh, der sieht schief aus, oder? Da ist der Event. Wo bist du? Bist du hier? Wird kein Mimik sein. Ey, ich... Machs Licht an, der machts Licht aus. Ich fotografe hier instante Lichtschalter. Guck mal nach dem Spieltemperaturen. Mach mal nach dem Spieltemperaturen. Mach mal nach dem Spieltemperaturen. Ein Grad. Kruzi brennt. Kruzi. Das ist ein Grad. Da ist die Foto. Na, Foto ist voll. Allerung ist voll. Haupt ist voll. Komm raus und Jimmy auch. Ihr nascht jetzt was. Also, Temperatur ist ein Grad. Mach doch mal zu hier. Ist das? Oh, oh, ach se. Ist doch meine Tür. Ich sage, das ist Hanto. Ich habe bisher kein Benji-Squeen bekommen. Box ist eh raus, ne? Ach du, die Tür eben aufgemacht, oder? Ne, Fuchs? Ich habe keine Tür aufgemacht. Dann war der Geist es. Bist du im Haus? Nein. Ich bin hier leider mal. Das haben wir aber, ja, ja. Aber wir haben im Van gehört. Ja, wir haben im Van gehört, wir haben eine Tür aufgemacht. Und jetzt hat er Bewegungsschmöde ausgelöst. Ein Grad. Fairytales. Bist du hier? Wo bist du? Gib mir ein Zeichen. Na, da hat er das Buch gebrochen. Schmeiß nicht das Buch. Also, unser Buch hat er geschmissen, ne? Genau. Wo bist du? Bist du hier? Gib mir ein Zeichen. Wie alt bist du? Sollen wir wieder gehen? Bist du böse? Bist du lieb? Stehst du auf Frauen? Stehst du auf Männer? E-MF-5 hat er auch noch nicht, ne? Das war ich. Ja. Äh, 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 äh. Das war ich jetzt nicht. Das war hoch. Ach, hoch? Die kleine Freiche. Ja, ja. Gar kein E-MF-4. Ein Grad. Erinnert sich das denn nur, wenn man es in der Hand hält oder auch wenn es im Raum liegt? Tür. Ohne Tür. Cruzi brennt. Cruzi brennt. Äh. Lichtschalter. Oh, oh. Wo ist das E-MF? 5! Sehr schön. Nein, ich kann mich nicht bewegen. Wer war's? Netti, danke. Ich wollte gerade rauslaufen. Lass mich nochmal 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 rauslaufen. Ich hab gehört, du liebst kleine Kakerlaken. Äh, Raichu oder Obake? Nein! Äh, Obake. Oh, nöt. Wenn du sie schlappen könnte, weißt du? Jetzt setzt dich hier so ein blaues Gesicht. Mein Herz. Nehmen wir 5, Obake. Aber dann hätten wir doch die komischen Fingerabdrücke sehen müssen, oder? Nein, das hat er ja nicht immer. Das ist eine gewisse Chance. Was? Hast du was gehört? Okay. Aber? Ich wollte mich gerade verstecken gehen. Limi, du weißt doch, ich hab dich lieb. Obake. Nein, das war, weil ich die Tür vor die Nase zugeschlagen hatte, der Dach ist in der Hand. Also ist es wirklich obake. Ja. Okay. Oh, arme Schimmi. Hier, riech mal. Stüffel mal. Das ist viel, viel, viel besser. So, ich hab, äh, deine S-Taste auch noch blockiert. Ja, aber die Rückmesslauf-Taste. Obake des Körpers. Successfully identify your first or back. Yes. 615. Boah. So, dann jetzt, ähm, hier Sunny Meadows, um das Ding zu holen. Dreimal. Oder was? Hä, warum ist die Sunny Meadows? Was soll ich mal machen? Wir machen jetzt gerade erst die Weekly. Wir machen erst die Weekly und danach machen wir das Event. Dann gehen wir ins Bett. Morgen? Gar nicht. Keiner will mit mir ins Bett gehen. Okay. Das Problem kenne ich. Wenn es 2.25 Uhr ist, dann bin ich schon 24 Stunden wach. Oh, hui. Hallo, Hope. Hallo, Sasse. Ja, ich kann zur Zeit schlecht einschlafen. Ja, komm, gut schulden. Aber nicht, dass dein Hund dann eifersüchtig wird. Oh, nein, 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 der geht. Weg da, Jimmy. Wuff, 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 wuff. Hallo? Jimmy. Ich dachte, du kuschelst immer mit mir. Er kann bei zwei Frauen schon wieder stehen. So, wo sind wir denn, Jimmy? Oh, ja, nicht ausfassend. Nehmen wir das mit. Und das... Hab ich das jetzt? Ich wieder oder das schlapperein, na, egal. Ich fang an. Es war wirklich... Oh, ist das eine Hand? Könnte sein, es 10. Ja, ist, äh, Hand. Das ist ein Dämon. Dämon. Dann bin ich tot. Ich wusste es, yes. Der kam aus der Küche. Dann hast du, dann hast du den Erfolg. Dann hast du den Erfolg. Es gibt den Erfolg, äh, sterbe in der ersten Minute, wenn der Dämon hat, fängt zu handen. Ich war gerade am Stromkasten, hab den angemacht. Und der kam aus der Küche. Jetzt krieg ich den auch noch. Da komm, jagd, du Arschloch. Dämon? Okay. Auffahrt? Oh, Dämon. Warte, Schneeprocks will noch sterben. Ja, ich glaub, das ist jetzt schon zu spät. Bis jetzt schon zu spät. Naja, macht grad nix. Ein bisschen was, aber... Ja, jetzt ist es schon zu spät. Recht. Guck, die Minute ist schon um. So, habt ihr alle Dämon eingetragen? Ja. Das ist nämlich der, der am schwersten zu bekommen, der auf Schieb mit ist. Weil der Dämon muss halt seine Spezialfähigkeit einsetzen, dass man mit 100% seine Tüge jagt wird. Und diese Spezialfähigkeit hat ne gewisse Chance, dass er die trägert. Also, Dämon und go. Alle ready? Ja. Ja. Ja, ja, aber ja, 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 ja. Und wer ist es kein Dämon? Wer ist es Mimic? Dann bin ich umsonst gestorben. Wieso? Dämon. Ich hab den Erfolg nicht bekommen. Okay. Hast du den schon? Weiß ich nicht. Ich guck mal. Ja, wir hatten ja schon mal so eine Situation, aber ich glaube, es war Schmie, der da gestorben ist, oder? Hab ich da einen Erfolg bekommen? Keine Ahnung. Oh ja, Drop, stimmt. Keine Ahnung, habe ich denn damals den Erfolg bekommen, oder wann auch immer das war, damals, gestern. Warum ist die Heizung aus? Nee, ist so warm, okay. Also, ich hab noch vier versteckte, aber wirklich dieser D-Ball-Erfolg ist eigentlich dazwischen. Ich hab 32 von 54 Erfolge. Und ich hab noch nicht meine Ahnung, wo man das sieht. Bei Steam, äh, Errungenschaft. Also, bei Phasmo raufklicken und dann, äh, runterscrollen auf Errungenschaft. 26 nur. Mach mal ready. Jetzt hab ich den Erfolg gekriegt. Ah. Okay. Mit dem Dämon? Mhm. Es hat nur eine sehr gewisse, geringe Chance, dass der Dämon das macht. Da siehst du halt ja immer von wegen, äh, 0,5% anderer Spieler haben den Erfolg oder sowas, ne? Aber es ist schon eine zweite Dämon hinter einer, der es gemacht hat. Bei beiden waren alle nicht gestorben. Verdammt. Willst du einmal sterben, wa? Ja. Erkomme mit dem Geist. Treue Licht ausblasen, kurz fix, okay? Er hat was geworfen. Oh, er ist ja richtig aktiv. Wo denn? Wo denn? Wo denn? Wo denn? Oh, hier? Hier ist eine Gabel, Gmf3. Gabel? Was? Oh. Poli? Alter, ist sie denn weit geflogen? Wo denn, Gabel? Wo ist die Gabel? Ah, da. Warte doch. Foto? Na, natürlich nicht gezählt. Achso, warte. Guck mal, die Gabel ist hier vom... Sag doch, sag doch, wenn ihr Fotos macht. Entschuldigung. Er hat vier Fotos im Album und keiner hat was gesagt. So, Polti, oder was? Bin mir nicht sicher, warte mal. Beachabrett unten. Na, wo hat er den Teller hingesegelt? Hier ist kalt in der Küche. Ja, hier ist er. Der Teller habe ich fotografiert. Mit der Aktion drei Sterne. Ist das kein Fünfer, ist das nur ein Dreier? Ja? Ja, damit wir haben aus dem Raubox. Du musst hier lassen. Dass du nicht sprinten kannst. Ja, ich drücke auch die ganze Zeit über die Stücke. Ja, hier ist das Licht an, warte. Oh, Box. Ja, Box. Nicht gleich hier. Kann ich hier wieder anmachen, ja? Und kalt ist auch. Ist ja kein Orb. Und Knochen auch schon? Ja. Warte, lass mich erst gucken, bevor ich was... Hast du? Nee, Knochen noch nicht. Irgend ist dein Tier. Buch, Buch. Wo ist das Buch? Ja, hier auf der Theke. Auf der Theke. Box. Ja, ja. Ja, ja. Wir nähern uns dem Poltergeist. Nee. Es fehlt noch UV. Doch da wohl. Ja, UV hab ich dabei, aber... Oh, wo ist er? Guck mal, Arschloch. Oh, fuck. Vorbei. Ja. Läuft auf mich zu und ich schaff's nicht, ein Foto zu machen. Läuft auf mich zu und ich schaff's nicht, ein Gasterfoto zu machen. Verdammt. Das war die Mikrowelle, ne? Ja. Ja, das war die Mikrowelle. Wo ist er, das UV? In meiner Hand. Guck mal bitte auf die Mikrowelle. Aber nicht aus. Nö. Müssen wir warten, bis der hier durch Salz läuft. Da ist er. Oh, kein UV, ne? Da auch. Ich seh keine Fußabdrücke. Aber muss voll, ne? Das ist wieder was geflogen. Wieder was geflogen. Aber hier ist kein UV. Also ich seh keine Fußabdrücke. Nö, ich auch nicht. Tür? Dann ist es kein Polti. Welche Tür? Keine Tür? Ich hab ne Tür im König. Jetzt nicht mehr einer. Drück immer Tab. Meine Güte. Pottel ist bei Hamburg heute hier, okay? Ist der Mikro noch drin? Ne, ne? Ne. Wir haben kein Orb. Dann bin ich wieder da. Ja. Hier? Ja, so. Bitteschön. Wut, das war. Bitteschön. Können wir den Moroy haben. Moroy, Deogen und Spirit ist noch offen. Spirit bräuchte von EO5, Moroy braucht weil Freezing und Deogen braucht man 2. Dots. Entschuldigung, Temperaturmessige getrunken. Dots haben wir nicht. Dots haben wir nicht. Wir haben kein Orb und wir haben kein UV. Wie geht der Tür? Wie geht der Tür? Hab schon mal Pillen genommen. Wie sieht das aus? Wo war die Sicherung? ich habe jemanden gemacht ach so ist aber im keller okay ist wieder drin im f3 die tür hier dankeschön gerade oder so mit zwei oder macht ja ordentlich rabats in ihrem geschäftszimmer ja vier grad okay sinkt ich weiß nicht du hast einen frechen mod 2 wieso ich mach doch gar nichts also uv würde ich ausschließen wollen und 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 oder event event so gut dass ich das weggeschmissen habe wo ist im f2 euer licht ist aus alle beide 3 4 grad wird nicht wird nicht geschrien im f tickt grad aus 2 und 3 da fliegen Teller ja jawohl keine 5 ja bist du hier wo bist du da haben wir ja schon Vox haben wir schon ne Vox haben wir schon Vox haben wir schon Idiota ich glaub aber nicht dass wir Mo Reu haben Idiota was macht sich da so sicher weil meine sende ich die nicht ganz so schnell gesunken ist wie bei den anderen oh hat man schon geguckt mhm nur die Gabel wächst das Feuerlicht aus ach ja bin raus geflogen ach genau 2 Uhr wa mhm doch kein einziges doch kein einziges Kruzi ausgelöst ne dadurch dass ich raus geflogen bin muss ich ihn nur noch einmal machen macht er wieder gar nichts ok F3 mhm 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 3 Grad komm wir auf Minus er würde sagen Polti und Abfahrt ich mag grad ich hab grad hier nen Stapel geschmissen aber der mag gar nix gerade ich versuch grad ne Polti Pfanne zu bauen nimm die Gabel nimm die Gabel nimm die Gabel nimm die Gabel ob nicht da ja wie's nicht ok ob das ist weder Spirit noch Mo Reu was ist wohl noch über Gut, sie brennt. Als wenn ich hier draußen stehe. Wir werden's ja sehen, wenn er gleich jagt mit dem Tempo. Genau. Da hatte ich jetzt auch so drauf gehofft. Irgendwie kann man sich nur verstecken, ne? Das ist alles voll. Wo kann man sich denn hier verstecken? Oh, Knochen. Hat keiner aufgehoben? Haben wir uns schon fotografiert? Oh, das ist ne voll, ne? Ja, ich glaub, das ist das, was ich nicht genannt hab. Guck mal, wie die beiden wieder reinkommen. Sie sah ihr. Hm? Mit den beiden? Welchen Beweis brauchen wir denn jetzt noch? Ja. Also, ich sag, das ist Dotz, was uns fehlt. Ja, die haben wir nicht. Warte, jetzt ist Dotz, was wir verstecken. Oh, guck, sie brennt nochmal. Alter, da ist alles voll. Ach, ich finde... Ja, da habe ich keine Lust. Ja, früher konnte man sich... Hat ein Schlappflasch. Hat ein Schlappflasch... ... hat ein Schlappflasch... Wann habe ich keine Lust mehr? Ja, früher hat man sich... du kannst dich auch in der nursery da hinter der krippe verstecken du kannst dich im esszimmer kannst dich hinter der kommode verstecken oder die jürgen ist doch der deine ehe findet genau davon laufen würde ich verstecken das war der wachter und der ist das das heißt er ist super langsam wenn er bei mir ist soweit die hoffnung habe ich dings an kopfding habe ich jetzt an oder ausgemacht es ist an trinken vorher schimmi der kopfding ist an du solltest es ausmachen damit ich mich beobachten könnte weil wir doch über den stream chemie so aber dann seht ihr das ja mit verzögerung das bild von der wand gefallen hast gesehen ist das ein event oder hand die wände wo ist er denn aber es ist eskaliert das ist kein deogen ich will den gleich kiten ich will den gerade gleich hier so hier rum hallo hand dir mal ja oder wir sagen die deogen ist abfahrt aha die schlafanzugtante ist es ah kursi brennt ok jetzt endlich durch jetzt sind alle durch jetzt weint sie jetzt haben wir rotes licht ich hab schon wieder kack gänsehaut meine fresse timi wie lange spielst du das spielst schon das ist immer noch pussy style hier ich verstehe dieses licht nicht das ist halt ein geistert wie ein kack aber muss man deswegen rotes licht machen haben wir jetzt eine hand ja oh ist der langsam nö ja danke danke hoff kack gänsehaut ich muss ins stream nachgucken oi dein ernst jetzt wer ist der letzte wo ich erwartet hätte und wir müssen jetzt langsam jetzt ne ja er ist ein deogen danke ja er ist ein deogen neuer auch ein kringel drum abfahrt na ich hab vorhin nur um die kücheszeile rum zu kiten was ist mein bild dreht sich und ich sehe gar nichts mehr und weiss du was Inga, Gott sei Dank um nix. Genau deshalb, ja. Und lieber jetzt, als wenn du. Money verlierst. Keine Hand, fängt an. Money verliert an, Alter. Okay, trotzdem nur die Hälfte, ne? Von dem, was wir hier kriegen. 310, 335. Ja, zack, die Hälfte. Aber die 5000 immerhin, okay. So, jetzt müssen wir das Ganze noch mal für Nettie machen, ne? Ne, nur einmal. Nettie ist rausgegangen. Bin ich rausgegangen, ich bin rausgeflogen. Damit Nettie auch den Bogen... Du hast gesehen, wie der Zeitlupe auf mich zukommt? Ja, hervorragend. Selbst da habe ich es nicht geschafft, wegzukommen. Hast du auch gesehen, wie schön du gestorben bist? Nein, mein Bild war ja nicht da. So, so eine schöne Brust, die mein Zohn gehabt hat. So, so eine schöne Brust, die mein Zohn gehabt hat. So, so eine schöne Brust, die mein Zohn gehabt hat. Ja, ich hab's gesehen. So, dann wählt mal aus, dann mach ich bereit, dann geh ich mal kurz vor die Tür. Ja, gleich noch mal, ne? Das ist ja wieder ein Instant-Dämon. Aber es ist blöd, wenn du keine Dots hast und deine Geister hast mit Dots als Beweise, ne? Dann sollten sie auch die Geister rausnehmen, die es dann halt damals nicht gab, wenn das Ganze Déjà-vu heißt und, äh, auf damals bezogen ist. Okay, wir sind hier. Schauen wir uns an das Equipment und preparen accordingly, bevor wir die Investition starten. Es gibt neue Beweise von ein kursiertes Objekt nebenbei. Das muss sein, warum wir hier sind. und rein da Knochen gefunden, Übergang zur Garage, einen kleinen Räumchen Ach, ich habe einen Fotooperat, warte So, fotografiert, hat eingesammelt Feature-Brett fotografiert Hast du das Licht hier angemacht? Ja, ja, ja Hast du irgendwo was gefallen gerade? Das ist ein Bad, das ist ein Schnee Habt ihr mal Licht angemacht? Ja Soll ich nachher Obst gucken? Soll ich wieder ausmachen Da ist EMF, wo? EMF 5 Wo? Was hat er denn gemacht? Im blauen Kinderzimmer Im Babyzimmer Nancy Was hat er denn gemacht, Nettie? Gar nichts Ja, ich muss irgendwas gemacht haben Ich will was fotografieren Ich habe gar nichts gemacht Nein, was der Geist gemacht hat, nicht was du gemacht hast Weiß ich doch nicht Ich habe gar nichts gemacht, gar nichts Damit ich ein Foto machen kann Warte, ich gehe mal raus Was muss irgendwas gemacht haben Warte mal Der Geist will nicht mit mir reden Was haben wir dann am Brett noch Feuerlicht Auto Anwesend hat Bewegungssensor Bewegungssensor sind die Dinger hier, ne? Feuerlicht Es regnet, natürlich regnet es Achso Ist ja déjà vu Da kann man ja mit der Kerze so rumlaufen Ne, doch nicht Na, warten jetzt Brauchst du zum Das ist nicht der Geisterraum Hier ist gerade über 11 Grad drin Das ist hier das Badezimmer Ja, hier ist auch Eisatom Mit 3er EMF Ne, wir haben ja EMF 5 Und geisterlich ausgepustet Äh, Feuerlicht Und Box Obwohl ich mit im Raum bin Äh, haben wir nicht da mit Belling gespenst Und, äh, es wird UV ist raus Buche, Spirit Gefrier, Zwillige Dots Jetzt haben wir nicht Ob, ist raus Buche, der Gefrier Oder dort Wieso denkst du, dass das keinem Gespenst ist Hm? Du hast eben gerade gesagt, dass Gespenst raus ist UV ist raus und Orbe ist raus, mehr habe ich nicht gesagt Das müsste ein Gespenst sein Der hat schon zweimal den, den Dings getriggert Wirkosensor? Ja, ohne dass es ein Salz getreten ist Darf ich mal das Salz haben? Danke Hallo, Seraya Hallo, Seraya Hallo, Seraya Hallo, Seraya Hallo, Seraya Wir haben schon auf sich gewartet Äh, Tudelblick So Äh, Gespenst 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 Ja, dort haben wir halt nicht Gespenst Es wird ein Gespenst sein Da guck mal, wo ich das Salz gelegt habe Im Eingang des Badezimmers Dann trampelt nicht durch Ja, ja, ja Im kleinen Raum hier Oh ja, hier ist ordentlich Rabatz Äh, Futterparat Haben wir Futterparat hier? Nee, haben wir nicht Futtertür Ist er einfach noch nicht reingetrampelt? Nö Das ist ein Gespenst dann Weil guck mal, der hat schon wieder ausgelöst Der muss da reintrampeln Tür Welche Tür? Welche Tür? Weiße Habe ich da was von Gespenst gehört? Ja Ah, die Tür Zack Und BW Jawohl, jawohl Hallo, hallo So, Sereya ist durch Dann auch ein Hallo an alle Silence, alle shit Hier muss er wieder bei der Darstellung Schön Euch Wir haben euch schon vermisst Dicksal ist an Ja, da habe ich schon direkt gemerkt Da warst du gerade noch AFK Dicksal habe ich schon gekriegt Ja, da muss ich mich schon einmal ohne euch killen Da Buch Ich musste ich schon einmal ohne euch killen Was da Buch Was? Im Flur hier oder was? Ich habe hier geworfen Achso, im Flur Ich habe schon ein Foto gemacht Okay Da, hier Der Paterwanne Eigentlich Wir sind gerade noch bei der Weekly dran Vielleicht machen wir gleich noch ein bisschen was vom Weihnachtsevent Wir haben eben erst mit ein bisschen Phasmu angefangen Dann haben wir bis Halb zwei Labyrinthine gemacht Und jetzt sind wir wieder auf Phasmophobie Labyrinthine ist echt nervig auf Dauer, ne? Oh, Tür Interaktion Jawohl, sehr schön Was, was, was jetzt noch? Welche Beweise? Oh, das war keine Interaktion, okay? Was hat er gerade geschmissen? Ja, wir haben eben eine 500 Geißerbox Was hat er gerade geschmissen? Ich weiß nicht Hier im Flur wieder was Flackert Und dort kriegen wir halt nicht, äh Was wir bräuchten Aber er läuft nicht durch Salz Deshalb Gespenst Oh ja, zack hat unser Buch Oh Tiki, wir hoffen, Buch zu schmeißen hier Ein Foto noch Komm, ein Foto noch Gib mir ein Foto Was sagt dann die Sanity? Ich weiß es nicht Keiner im Traktor gucken kann 58, Chemie ist ganz low Ja, klar Bin ich ganz low Komm, komm mal, Pille futtern Nur noch ein Foto machen Silence Seraya, Hallöchen Ich muss das Foto eh freilassen Muss ich noch ein Geisterfoto machen, oder was? Ach du Scheiße, okay Ich muss kein Geisterfoto Ja, bist du zwei Im Kleinen Zimmer, oder wo? Im Badezimmer Direkt vorne am Eingang Was soll kein Foto Außer Geisterfoto kein Foto mehr machen, ja? Nee, Fingerabdrücke haben wir nicht Also wir sind so Leute, soll ich über 8% safe, dass es Gespenst ist, wegen des Salzes Er läuft nicht durch Salz Knochen, Breacher, bei uns haben wir auch schon ein bisschen Geisterfoto Komm, ich bin so viel verärgert, bist du hier? Wo bist du? Gib mir ein Zeichen Zeig dich Manifestiere dich Töte Hope Nur weil sie dich getötet hat Töte Netti Nimm Teddy mit Und Hasi auch Warte, erst Teddy wegbringen Hier, einer zum Truck tragen So, ready Hasi nehmen wir auch mit Oh, er macht die Dusche an Nutzt ja nichts, ich will ein Geisterfutter Dusche nutzt doch nichts Oh, Geisterfutter bitte Ja, Tür kannst du auch auflassen Bitte, danke Oh, Hasi kommt auch mit Lass doch die Tür auf Nö, ich will, dass die Tür zu ist Bloody Mary, Bloody Mary, Bloody Mary Hör auf Guck mal, ich stehe vor dem Spiegel Und sehe im Spiegel Durch mich, durch und durch die geschlossene Türe hinter mir Den Heizkörper Übrigens, äh, day before brauchst du nicht mehr zu spielen Ja, ach Entwicklerstudio hat sich aufgelöst Und das Spiegelzimmer ist ihm gar nicht mehr zu kaufen Ja, sonst ist es selbst schuld Ach, Sicherung ist raus, guck mal Wo war die Sicherung? Ich lache die aus, die sich das Spiel gekauft haben Das löst doch nicht was Kruzifix aus Ich will doch nur ein Geisterfoto haben Soll mal fahren? Ja? Die 50 Dollar sind jetzt auch egal, oder? Ja Komm raus Und ich glaube, dass Hope auch bald ins Bett will Ja Jetzt dreimal Sunny Meadows Und dann die ganzen anderen Laps auch nochmal durch Das ist richtig passiert Dreimal einmal Sunny Meadows Das Spiel, Red Diamond, hatte nach 24 Stunden nach Release Ähm, äußerst negative Bewertungen Mit 20.000 Bewertungen auf Steam gehabt Daraufhin, äh, hat das ein Ficklerstudio gesagt Wir sind pleite, wir machen dicht Ja, auch kein Wunder, wenn man eine, äh, sehr krasse Wartezeit hat Die haben ein Open World Zombie MMO Survival angekündigt Und haben einen Extraction Shooter draus gemacht Das, was es eigentlich schon gibt Mit Assets aus dem, äh, Unreal Shop für 300 Euro Äh, ja, das ist, ich hab mich da auch ein bisschen schlau gemacht Ich hab das Spiel ja nie spielen wollen Aber aufgrund des Hypes, der da war Und des großen Absturzes des Spiels Ja Das war, also, die haben ja fünf Jahre gedauert, äh, gebraucht Bis das, äh, released haben Die meisten der Mitarbeiter waren auch noch freie Mitarbeiter Das heißt, Leute, die ohne meine Gitarre geoutet haben Ja, ja, ja Und ja Quasi ein riesengroßer Betrug Vor allem, weil es im Early Access 40 Euro gekostet hat Das ist halt sowas von vor die Wand gefahren Stell dir vor, du wachtest auf das neue Auto von Ferrari Keine Ahnung Angekündigt mit 300.000 PS und, äh, 500 Liter Hubraum Von 0 auf 100 in 0,1 Sekunden Und, äh, weiß ich was Und du kriegst einen VW Käfer Ja So, ähm Folgendes Ich hab jetzt einmal was eingestellt Sanime, der ist Benutzer definiert Mhm Okay Und da muss ich jetzt auf bereit klicken Ja Wenn du auf Benutzer definiert stellst Okay Ja Äh, gefällt mir nicht Liki raus Nein Wir gehen jetzt rein mit Instant Hand Und du willst irgendwas rauskriegen, richtig? Nö Nö Hopp Geh mal Ui Das ist geil Das kannst du immer lassen Ach, du hast es uns besonders easy gemacht, oder was? Sprinte mal hoch Oh Gott, Fee Ja, mach ich doch Oh mein Gott Fällt dir über das Aufrauchbeschritten? Ah, bist du besoffen worden Weil du kannst immer weiter sprinten Irgendwas kann ich müde So Alter Wieso haben wir denn da auf die Karte gucken? Wir müssen doch irgendwas finden, ne? Ja, komm mit Aber wir haben nur Level 1 Äh, wieso haben wir nur Stufe 1 Thermometer? Es ist doch egal Komm einfach mit Wir brauchen den Geist ja nicht finden Nur die Items, ja Ja, komm Kommt, kommt, kommt Jeden Raum durchsuchen. Du hast dich schon wieder gespoilert, du weißt, was wir machen müssen, ne? Nö. Sag dir nur, jeden Raum durchsuchen. Wonach gucken wir denn? Das weiß ich selbst auch nicht. Ich weiß nur, was wir bekommen. Was ist das denn jetzt für ein Ding? Was ist das denn für ein Ding? Nein, ahne. Dixby Bro, alles in Ordnung? Seraya send us love. Alter, was ist das denn? Gut, also, okay, danke, Seraya. Das hab ich noch nie gesehen. Äh. Bitte menge Liebe in den Chat. Wer ist unten? Und du uns lieb in den Chat. Ich nicht. Keiner. Wonach muss ich Ausschau halten? Das weiß ich selbst auch nicht. Ich seh nichts, ich bin so schnell. Unten sind Schritte. Ich weiß nicht, wo wir nach wie Ausschau halten müssen. Sieht euch einfach in jeden Raum reingucken, mal sehen, ob dir was... Linksraum. Ähm. Okay, haltet Ausschau nach Schneemänner, die deuten auf was. Die deuten auf so ein blau-weißes Teil. Die Gitarre hab ich gefunden, ich kann wieder singen. Ich hab gerade das erste Teil gefunden, das war im Innenhof. Ich bin links, ne? Na die. Oh, ich hab's einfach gefunden. Ich bin so schnell, da komm ich gar nicht drauf. Klar! Ja, das ist krass. Hier geht's runter, okay. Oh, ich bin in der Leichtstahle hier, wo die Fliegen sind, okay. Hier sind schon alle Türen auf, hier war schon jemand, wa? Hallo? Buh. Was ist denn hier? Ja, von oben komm ich. Ja, da bin ich gerade runtergekommen. Brauchen wir einen Eimer? Bist du rechts durch? Ready? Ja. Ich glaub aber, wenn ich den Text richtig verstanden hab, müssen wir dreimal. Oder? Der alte... Also wer auch immer oben links war, in dem Männertrakt, der hat den Schneemann mit dem Teil nicht gesehen. Auf dem Klo. Er war unten links. Ich kann sagen, dass ich das war, aber wie gesagt, ich wusste ja nicht, woran ich gucken sollte. Ich bin einfach immer reingelaufen. Ja, aber was fällt... Ich hab auch auf den Boden geguckt. Ja, aber das fällt auf. Aber oben ist durch, das heißt, der letzte muss unten sein. Einfach auf dem Schneemann auf. Ich war doch links, ne? War ich links? Du warst links dann, ja. Ja, wenn du oben links sieht man, warte, warst du das, ja. Also, ihr müsst sehen, das ist ein Schneemann und der deutet auf was. Unten im Keller, den hab ich jetzt auch gesehen, ja. Ja, und der hat auf was gedeutet. Im Flur oder wo? Ja, guck mal, wo er hingedeutet hat. Ja, ich suche gerade, wo er steht. Der deutet hier hin. Wo ist denn hier oben? Guck mal, guck mal in die Badewanne. Wo ist denn... In der Badewanne kann ich nichts aufheben. Ach, da, okay. Oh, der deutet doch da hin. Ja, jetzt haben wir alle drei. War ich hier? Ja, war ich hier. Jetzt können wir fahren, oder was? Jetzt raten wir irgendwas und sind weg. Ich hatte gedacht, wir müssten dreimal hier rein und dreimal irgendwas finden. Nein. Ich sage in deinem Text, finde drei Items, bla bla bla, ne. Ja, finde drei Items. Das sagt er aber nicht, ich spiele drei Spiele, um jeweils ein Item zu finden. Ich sag, wir haben... Ein Stift nicht klauen, verdammt. Ich sag, ich gehe aufs Klo. Nee, das war kein Schild, das war eine Mimik. Eindeutig war das eine Mimik. Nein, der müsste nur einmal. Naja, ich hatte den Text halt anders verstanden, ne. Dreimal bla bla bla. Und jetzt gehe ich Pipi Klo. So, und jetzt haben wir ja irgendwie ein neues Item, oder sowas, ne? Ja, und ich stelle mal fortgeschritten. Haben wir jetzt hier schon irgendwas? Nee. Mach auf, bereit. Ich bin auf Klo. Ja. Und einen Drop muss ich auch machen. Und wer denn? Dafür hast du Mods. Das ist meine Mods. Ja, zack, hab ich das selber gemacht. Guck. Ja, Haupt ist schneller als du. Da, guck mal, jetzt haben wir hier neue Dinger liegen. Und damit müssen wir jetzt, äh... Zumindest wirst du die Schneebänder kaputt machen. Ich gehe Pipi machen, bis gleich. Warte mal, äh, YouTube Werbung machen und so, ne? Ist überhaupt noch jemand da? YouTube, äh, neun Leute, sieben Leute, okay. Und Twitch noch fünf, aber YouTube mache ich manuell in Mehrbung. Bis gleich. Pipi kurz. Bis gleich. Tschüss, tschüss. Habe ich den jetzt? Nee. Willst du? Ach, jetzt könnte ich wieder nicht so logisch sprinten. Habe ich die Arme, Hope, etwa verwöhnt? Ach. Ja, total. Müssen wir alle dieselben Schneebänder finden? Oder reicht es, wenn einer das macht? Was weiß ich, wenn einer das macht, du gedutsch? Ja. Aber... Wir brauchen noch... Äh, wir haben 8 von 36 jetzt. Die können wirklich überall sein. Aber bevor ihr alle abschießt, solltet ihr wirklich gucken, was für einen Geist wir haben. Ja, ja, ich renne hier schon mit EMF auch, ne? Wiegel hier? Was? Die Tür, die mir ging auf, hier, Hope, im Durchgangsbereich, Strom. Ja, EMF. 2, 3. Und ich habe kalten Atem hier in der Küche. Hier liegt ein Teller auf dem Boden. Ein UV. Hier haben wir auch den D&D-Spiegel. Hallo, Willi. Willkommen, willkommen. Okay. Ruhm ist an. Palin, Palin, war eben auf EMF 10. War schon eine Jagd, ne, ne? Klux. Aber das, äh, Aktivitätsplatz sieht interessant aus wie so eine Pyramide. Buch, Buch und Box. 0 auf 5, auf 2, auf 8, auf 10, auf 8, auf 5, auf 2. Buch und Box. Oh, Buch und Box. Buch und Box. Wir haben ein Grand-Org. Wir können jetzt nur, aufgrund der Waffe, nur ein Atem weniger, okay? Welcher Raum denn? Küche. Küche. Kann ich über so eine Decke kleben? Nee. Nee. Ähm, ja. Und da steh ich mal, ich steh mal in der Abtaschnalle oder was? Nee. Bin mir noch nicht gekommen. Nee, noch lange nicht. 30 von 36 haben wir. 30 von 36. In der Garage ist aber auch die Silikonflasche umgeschmissen. Und das Spiegel, habt ihr den Spiegel schon? Ja, um 3 Grad. Ja. 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 Hm. 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 Ja, dann bin ich ja mal hin, ne? Er singt. Du hast ne Hand? Keine Ahnung. Nein, das war ein Event. Okay, ich hab mich trotzdem im Schrank versteckt. Ich hab mich trotzdem im Schrank versteckt. Dann hab ich ja alles richtig gemacht mit dem ersten Foto. Ist das ne Hand? Ne, auch ein Event. Der war gerade im Wohlzimmer. Ach, ihr alle hier? Ich suche Schneemänner. Habt ihr Schneemänner gesehen? Ja, ich auch. Sorry. Wo steht denn 3036? Äh, wenn man einen abschießt, sieht man das, oder was? Hä? Ach. Ah ja, danke. Ich lauf zum Auto, will Auto ausmachen, weiße. Ist gar nicht Auto. So. Guck mal, Garage. Ich bin jetzt auch frei. Frei brauchen wir noch. Wo steht denn das? Da steht, ähm, Bord über sanity. Ach so. Also nicht im Buch oder sowas. Guck mal nach UV, bitte. Ich hab ja ein bisschen Salz ausgestattet. UV. Nö, nö, nö. Ich glaub auch nicht, dass wir einen haben. Ich glaub auch nicht, dass es ein Deogen ist. Weil meine sanity ist gerade eben so schnell runtergeknallt. Ich glaub das ist ein Moroi. Was war das? Niemand. Ich schalte. Haben wir Buch schon? Ja, hab ich doch fotografiert. Hi. Ah, hi. Du hier. Ah, kannst du schreien, ja, ja. Oh, gut, sie brennt auch. Alter, ich krieg grad die Panik hier. Krumm ist wahrscheinlich aus. Hallo Käthe. Guten Abend. Der Strom ist an. Ich trotz für die Panik gerade hier. Ich glaub wir haben, wir haben ja, ich glaub wir haben einen Moroi. Noch zwei. Poppy kommst du mal bitte raus und, äh, friss mal ne Pille. Ich bin noch... Ich bin noch... Ich bin noch... Ich bin noch... Ich bin noch 39. Hope ist auch noch 0, okay? Ja, hier, Hope. Sag mal bitte. Du hast die Kartoffel gefunden, jeee. Ich hab schon nie gesehen. Ja, ich auch nicht. Eine Küche im Schrank, ne? Ja, genau. Das vom Psycho, kennst du Psycho? Nein. Äh, doch. Psycho-D? Ne, äh, fast bevor wir auf YouTube Kotte Creator. Ja, genau. Was heißt der Psycho-D? Ja, Psycho halt, ne? Ja, und weil der immer so mit so Kartoffel, äh, wie heißt das dann? VTuber Dings da. Ne, da sieht man seine Augen und seinen Mund in so einer Kartoffel. Dafür hat der Entwickler damals diese Kartoffel ins Spiel gebracht. Okay. Hab ich gefunden. Ich weiß nur nicht, warum Instim so kein eigenes Item hat. Wann gibt's wieder LDOE? Voraus stehe ich am Wohntag. Ich hab die Woche schon dreimal gehabt. So hab ich gesagt. Freitags ist unser Metalsabend, morgenabend bin ich gar nicht da. Sonntag bitte kuseln. Sonntag wahrscheinlich dann The Evil Within weiter. Ich hoffe ich... Du vollst die hier raus, ne? Oh. Bitch. Fuck. Mein Herz. Du bist Altenpfleger, okay. Ja, ich kann das schon verstehen. Ich müsste eigentlich schon schlafen gehen, aber ich will... Äh, wir haben Minus-Temperaturen, ne? Ganz tiefe. Ich sag ja, wir haben Moroll. Ach, hast schon gesagt. Viel Spaß. Was? Was war das? Nein. Versteckt euch. Ich bin tot. Ich hab nen Schneemann gekillt. Ja, das ist das jemand. Was? Alle Schneemänner kriegst du nen Schneemanngeist. Oder hast du es beräumt? Wie ich das sagte? Tz. Wo ist meine Taschenlampe da? Wo ist meine Taschenlampe da? Ich hab schon ohne den dritten Hinweis gewusst, dass es ein Moroll ist. Bist du ja auch super Roman. Nee. Ich hab mir einfach nur meine Sanity angeschaut und hab gedacht, der Lutschkonsch nach mir rum. Ja, jeder hat so klein angefangen. Ähm. Ich hab mich am Anfang überhaupt nicht aus dem Truck raus getraut. Am Anfang hab ich wirklich im Truck gelebt, weil ich so nen Schiss hatte. Ich hab immer noch Schiss. Aber. Es wird halt besser, wenn du mit Leuten zusammen spielst, mit Leuten zu deinem Spaß hast, ab und zu mal Leute hast, die du ärgern kannst. Ne, Jimmy? Ich muss grad nase. Ich muss grad sagen, wenn du halt andere Leute hast, die Beweise sammeln gehen und dann sagen kannst, dass es der und der Geist ist, macht's immer einfacher, ne? Ich weiß nicht, wovon du redest. Nee, mach ich aber gerne. Solang es nicht mein eigenes Zeug ist, was drauf geht, mach ich nur mein Risiko. Mhm. Ich hatte auch gefressen beim ersten Mal. Okay, ich hab jetzt keine Ahnung gehabt. Aber was, jetzt haben wir hier aber auf der Karte alle Schneemänner gekriegt, ja? Ja. Wo steht das? Also wäre der Schneemann nicht aufgetaucht. Wo steht denn das? Ich hab's immer noch nicht raus. Guck doch mal hier. Unter dem Pfeil da. Da ist der Schneemann nicht vor. Ich seh doch nix, wo die andere davor steht. Ach da, okay. 36, 36, jetzt hab ich's auch. Ja, ist ja gut. Hier, Headshot. Headshot. Boom, Headshot voll ins Knie. Ich weiß. Guck mal fahren, da brauchen wir noch irgendwas. Wir brauchen noch Fotos. Ja, geh mal rein. Lass dich mal vor dem Schneemann jagen. Ist das Schneemann jetzt immer da oder was? Ja. Wir haben keine Sanity-Pillen mehr, weil 43 gehe ich bestimmt nicht rein. Da hat ein Buch geschrieben. Vielleicht hab ich mir noch ein zweites Buch dahingelegt, genau. Guck mal. Guck mal ein Foto von machen, wa? Ist auf der Kücheninsel, glaube ich, ne? Na ja, genau. Ach, liegen beide auf der Kücheninsel. Sorry. Ich hab das zweite mal eben dazugelegt. Oh, Kruzifix. Oh, Kruzifix. Hier auf dem Tisch, genau. So, Interaktion oder Kruzifix? Ist das jetzt Kruzifix? Dann ist das jetzt Buch. Guck. Noch zwei Fotos, hab ich Album voll gemacht. Haben wir das ganze Salz schon fotografiert? Alter, ich hab das Salz gar nicht fotografiert. Guck, hab ich noch andere Fotos gemacht. Hab ich doch, oder? Lass mal rauslaufen. Haha, guckst du mal. Ha. Ha. Lass mal fahren hier. Und dann hätten wir nur noch Kerze. Und dann haben wir es. Ach, kannst du auch noch? Okay, dann bist du halt ein bisschen mutiger wie ich. Weil ich hab mich immer erschreckt. Ich hab... Also... Ich brauch ne Windel, um dieses Spiel zu spielen. Hahaha. Wobei das nicht ganz so schlimm ist wie Labyrinthine. Also Labyrinthine ist meine Windel voll. Müsst du, während sie redet, rennt Stimi zu dritten mal rein. Macht Fotos, stellt Geisterlicht auf. Haha. Geht sterben. So. Spiegel nehmen wir auch noch mit, so. Hat er ausgepustet? Nee, wa? Ja. Könnt ihr Mädels auch schminken? Nein. Vollkommen überbewertet. Ist das Licht aus? Nein, immer noch nicht. Ja. Doch, ist aus. Siehste? Zack. Abfahrt. Juhu. Dann fahrt mal. Dann seh ich auch was. Und Todelzwillinge? Mhm. Herr Zwillinge? Du musst jetzt sagen, nein, Moroi. Nein. Meine Fresse, habt alle eingetragen. Ja. Er versucht uns gerade nur zu verwirren. Immer diese Leute, die es versuchen und dabei scheitern. mal gucken, ob ihr aufgepasst habt. Effect investigation. Dankeschön. 920, okay. Jetzt die nächste Karte, wa? Ja. Eine Runde und dann langsam Bettchen. Da müssen wir ja noch mal spielen, Lieblings, ne? Ist das die Frage, wie lang geht das Event hier? Das ist so gute Frage. Aber ich muss auch gleich schlafen, weil ich muss morgen früh zum Friseur. Gott. Ja. Meinst du das hilft? Also bei dir hilft es schon mal nicht, das weiß ich. Ich mach das selber. Ist sicher. 5 mm ab dafür. Ja, Käthe, das geht sehr schnell, besonders wenn man einen Hinweis nicht hinbekommt und denkt, was habt ihr denn jetzt? Was ist es denn jetzt? Und ich auf einmal fahre los und denkst dir so, wut, 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 wut. Das Schlampe wird vergessen. Achso, weiter brauche ich ja gar nicht. Ich bedenke mich genau hier. Hä? Und mein Aiming ist voll scheiße. Du musst doch treffen. Ich dachte, mein Aiming ist scheiße. Ich glaube, ich habe den Raum gefunden. Da macht's sogar... Fingerabdrücke. Ja, ich habe den Raum... Wo? Hier oben. Kann ich sein. Fingerabdrücke. Oben. Flur. Diese Tür. Ich habe unten im Waschstall auch kalten Arten. Ah, Tür. Ja, der hat auch ins Fenster geklopft. Was? Tür? Habt ihr schon Foto? Finger. Habt ihr schon Foto von dem Finger? Nein. Ja, jetzt habe ich ein Foto gemacht. Hier ist auch Foto... Äh, Quatsch. Finger an Tür. Den hab ich schon gemacht. Und am Fenster auch? Nö. Ganz genau. Genau das Käthe. Ist doch ein Fingerabdrück, oder? Ja, habe ich drei Sternchen. Wir wollen halt gerne beides zusammen machen. Das haben wir auch Ostern gemacht und das Halloween... War das gerade die Tür? Hat er gerade die Tür bewegt? Warte, ja. Danke. Eben, er fliegt da. Was heißt, wir haben immer fünf und Finger. Noch eine Tür zu? Das war ich. Das machen viele, die machen... Wieso war die Dusche jetzt nur zwei Sterne? Die machen Friendly Glows und Gips ihm. Ich kriege den jetzt abgeschossen hier. Shit. Jetzt. Mach mal Dusche. Willst du mich veralbern? Ich kriege ja durch einen Duschverhang was abgestellt hier. Achso. Miley, oba kegoyan chen. Miley, oba kegoyan chen, okay. Ich stehe das Buch! Was ist das für'n Geist hier? Miley. Miley. Der uns insidient hier alles gibt. Wir haben ein Buch. Warte mal, Buch und schau was nach. Niemma jetzt hier. Im in das 5? Äh, 25 von 38. 21 22 hier war ich gerade drin haben wir schon knochen und das item noch eins stehen man ich habe drei gerade gemacht der foto hat was wo muss hier vorne richtung treppe jeder ball in dem raum ja ich weiß vielleicht gemeinsam mit dem verstecken sie habe ich ja die liegt noch welche gestehen wir nach suchen habt ihr oben alles hoffe ja den brustkörper hat noch keiner gesehen hier knochen fotografiert angesammelt der war zu offensichtlich wieder was schön im keller nach schneemänner gucken wie viele fehlen uns doch da haben wir zwei draus guckt auch auf fensterrahmen auf lampen und bilder und hinter türen einer noch ein schnee mann ja das nachts sichtgerät ist echt geil guckt auch hinter gardien ich habe den letzten gefunden der klingelt ja wie der weihnachtsmann da klingelt ja wieder weihnachtsmann die kann sie nicht besser mit in der türen gehockt und nichts gesehen und war tot so gehört zu klingelingeling hier schneeglöckchen dann sagt doch bescheid wenn der letzten abschließt da kann man sich vorher verstecken ja ich habe den letzten gefunden super und los geht's ja wir haben ja gar keine sidequests gemacht witteschön shimmy jetzt habe ich nicht meine augen gebraucht mhm du warst jetzt die reihe wenn man sich vielleicht vorher mal versteck suchen könnte ich hatte glück dass ich in einem raum war wo man schrank offen war meine versicherung jetzt war das mein equipment du hast ich glaube zwei teile oder so drin gar keine ahnung 487 von der versicherung muss ein bisschen mehr gewesen sein ja ich kann nichts dafür wenn du automatisch hier drin hast ich glaube das kursifix und herr moment ist von der jetzt kommt gar nichts von mir und weißt du was ich mag an kurze fix tier 3 machst du mal bessere thermometer oder so level 1 thermometer weiß was ich jetzt mache ich gehe mit hob zusammen ins bett ach so drei uhr nachts mal weggeklingelt in vier stunden weil ich in fünf stunden beim friseur bin ja selber schuld ich mache jetzt selber komm kuscheln hobi kannst du viel sparen wenn du da wommst äh kete äh sisa sisa meinte nicht dich der meint mich ich bin gerne so böse ich bring gerne meine leute um bring mich auch selber um also ab und zu lasse ich es auch gerne machen jimmy achso deine haare ich ähm ich bin wortwörtlich manchmal die kleine hexe und das können selbst meine mitspieler gerade wohl ich verstehe die zustimmen genau zustimmen ähm und also jetzt hier also abgesehen von äh tarot karten und wiescherbrett und spiegel und äh affenklaue und wo kann man auch andere Leute umbringen vergiss die vergiss die spieluhr nicht das beste ist wirklich wir hatten die tarot karten ich glaub mir hope und ich glaub wir hatten in dem moment hatten wir einen anderen bei wir hatten nicht äh 7 bei wir hatten auch nicht wieder die beiden und ich sag sie beiden kommt mit kommt mit und wir sind in den schrank gegangen zu drittem schrank gesessen shimmy war im geisterraum und ich zieh die karten und sie ist mit death damit hat der shimmy überhaupt nicht gerechnet das war noch sehr am anfang äh ja bist du und du wolltest dass du gar nichts damit zu tun haben hob hob es hat krönchen jetzt hast du aber bei sowas muss man rechnen also das machen wir auch gegenseitig ich erinnere mich an den einmal wo shimmy mich umgebracht hat mit den tarot karten ja das nimmst ihm auch lange übel einmal weißt du einmal ja einmal und das reibe ich ihm immer noch unter die nase und das beste ist ja das karma das ich ihn immer umbringe das kam sehr schnell wieder zurück wir haben nämlich ein spiel gespielt das heißt demonologist ich stand außerhalb des gebäudes ja hab mal getestet ob man auch von außer da karten ziehen kann im eingangsbereich kannst du karten ziehen der geist könnte dich da zwar nicht töten aber du kannst trotzdem noch tarot karten ziehen ich ziehe eine karte also cool ich kann eine karte ziehen erste karte die ich ziehe geolotin also geolotin ist ein demologist die gleiche also das hat die gleichen effekte wie der hangman in phasmophobia haben auch beide so eine kleine chance gezogen zu werden aber wirklich die erste karte im deck die ich gezogen habe alter ist das gemein jimmy geolotin also ich habe mich selbst umgebracht und jeder ist so was ist mit dir passiert Fuxi ja ähm ich habe die falsche karte gezogen ich wollte Schimie umbringen habe mich selbst umgebracht ja das kann auch passieren wenn man nicht auch ne mit dem Aiming mit dem Ding ist aber so ein bisschen glanzwertig ne fraglich also wie gesagt manchmal kann das karma sehr schnell zurückschlagen hi baby machen wir erst mal strom an ist so viel strom gerade der ist im keller dann bin ich gerade wo ist wie so besser in der gleichen situation käte wie der chimie gerade nehm' mir das arme trollopfer schimie umgebrachte ich bin belegt ja oben auch alle beide du erzähl mir mal jemanden der als profi geboren wurde selbst ich kann das spiel nicht hundertprozentig selbst ich sterbe noch so schnell ich erkenne zwar viele geister aber auch mache ich fehler man lernt halt das spiel es ist es ist nicht einfach das ist wirklich so das spiel ist nicht einfach vor allem wenn du dann auch noch den schwierigkeitsgrad umstellst das heißt dass zum beispiel die geister im f5 in der küche die geister 50% schneller sind oder 50% langsamer du wenn du an das spiel von den normalen das ist sehr schwer herauszufinden also die richtigen profis die können das sowas wie insum und so dem spielst du den sound vor und der weiß was für ein speedgeister ich bin ja auch nichts anderes sie haben 4000 stunden spiel oder so ja die nachschnitt oder hier da muss ich eben sagt ja psycho die machen ja nichts anderes bei insum mache ich glaube viele andere so nebenbei ja insum spielt ja alle menge spiele ja aber auch hier das ist nicht also wenn du wenn du so leute nimmst da kannst du zugucken du kannst da so viel lernen ich habe auch gelernt davon dass ich dem ins ein bisschen zugeschaut habe ich habe dem psycho ein bisschen durchgeschaut aber ich bin immer noch am lernen du bist nicht in der küche im raum dahinter im schlafzimmer bist du dir sicher sieben grad im schlafzimmer 21 grad in der küche da musst du alles rüberbringen die ich bin dann mal raus aus dem boys joo machen's gut bis bald Gute Nachts, hoffentlich. Nächste Woche, denke ich, müsste auch noch mal glauben. Ja, ich glaube auch. Da müssen wir kurz rein achten. Aber übrigens, danke für den Follow gesagt? Ich glaube nicht, ne? Mann, bin ich schlecht erzogen worden. So, wir schreiten uns. Bestimmt, na gute Nacht. Ciao, ciao. Nacht, Dina. Geist, bist du hier? Gib mir ein Zeichen. Wie alt bist du? Bist du hier? Wo bist du? Gib mir ein Zeichen. Ah, ich muss rausgehen. Bist du hier? Wo bist du? Gib mir ein Zeichen. Wie alt bist du? Bist du hier? Ja. Bist du freundlich? Bist du nett? Ne, nett ist doch nicht. Und hier die Schuhe, das Glas, alles. Geist, bist du hier? Gib mir ein Zeichen. Handy. Bist du hier? Wo bist du? Gib mir ein Zeichen. Bist du freundlich? Bist du männlich? Handy. Bist du hier? In der Box. Immer fünf. Dreimal. Immer fünf und Box. Ey. Ey. Ach ne, wir spielen zu zweit. Das Treffen ist auch nicht nix für alle bei, ne? Was ist die Kamera? Da. Ja. Und? Bin ich tot? Ne, war nur ein Event. Okay. Hab ich gerade noch gesehen. Ne, war nur ein Event. Die Aktivität ist auf zehn. Das heißt nix. Hat mich gerade angehaucht. Na, Kasachin, was ist denn los? So. Ich bin blind, Hilfe! Hast du die gegen die? Helfe? Hab ich doch eben auch gesehen? Hast du im Orbs gesehen? Das, dass lernt man halt. Warte mal, ich muss mal kurz hin, diskoniert. Äh. Ne. Kann ich nicht sagen, aber endlich. Mö. Wann ich sagen aber endlich. Wann kein Orba? Ne. Mal kein Orba. Ne. jetzt habe ich gerade das buch aufgemacht haben das buch zu gucken ohne scheiß ich mach das buch auf und du schreist dort ist gerade durch gelaufen zur tür ohne scheiß ich mache das buch auf um nachzugucken was doch was doch sein könnte du schreist dort wenn es dort ist dann haben wir gespenst aber nutzt dir nix wir müssen ja noch ein paar stehmäler finden wir müssen jetzt die sanity ein bisschen hochdrücken wo ist dort ist kein dort erst pille futtern ja du bist bei 16 prozent weiß ich doch nicht warum der so viel an dir genascht hat wo ist dort äh wo war denn das jetzt tüche warum dahinter äh äh wo war denn das jetzt da hinten ja ich hab wieder ich kann schlecht gucken ja ich kann auch gerade schlecht so dort bitte ich will geisterfoto machen zählt ja als geisterfoto wenn du dir dort fotografierst ne gitarre hat er gespielt gitarre hat er gespielt zeig ein foto von der gitarre gemacht hat er gespielt foto unteraktion jawohl antrien unteraktion jawohl hat er rufen gergst du welche sie will ins bett jetzt drückt sie mich in die dicks was rein ja 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 das ist wohl die liebsten ne ich würd gern ein geisterfoto haben lauf doch durch die dots bitte bitte dankeschön bitteschön hallo dots ist der pencil lauf bitte durch die dotzer dusse habe ich auch lieb ja genau alles gut spiel uhr das futter parat wurde runter oder so die lüfte mir durch die treppe hoch gehst ganz hinten zum bad dieser raum hier da schneemann zwei drei stück zwei auf einmal lol die stimmen müssen wir auch noch suchen die menschen nicht abschießen den cd müssen wir ja nicht aufschießen mal Nach der Sanity gucken Der Geist ist ziemlich ruhig Wir müssen noch 5 Kruzi brennt Wir machen Foto Habe ich 2 Stück Einmal Interaktion, einmal verbranntes Kruzi fix Kruzi ist auch bei 48 Aber wir haben keine Spritzen mehr, ne? Ne Wir haben alle beide verbraucht Dann sollten wir vielleicht Lieber die Schneemänner suchen gehen Was ist das? Der Steakessen Im Keller waren wir auch schon, ne? Im Keller waren wir auch schon Hier nochmal gucken Da ist noch einer Ich glaube im Keller haben wir jetzt alle So ihr beiden Ich sag jetzt mal auf hier gute Nacht, ne? Bis zum Ur Gute Nacht Schönes Wochenende, schönen Advent Und auf Wiedersehen Ist schon weg Ja Nehmen wir nach 4 Stück sind noch da Ja, aber wo? Sanity 23% Ach du Scheiße Gut, sie fix brennt Haben wir noch eins? Nö Ne Alle beide sind drin Hier draußen ist nur einer Hier noch 3 Geh Nein Hm Ja, wir sind bei 16%, wir brauchen noch zwei. Naja, noch zwei? Ja. Tja. Orange. Das muss Garage sein. Boah, das Problem ist, wo willst du dich da verstecken? Nee, Schneemänner mein ich. Schneemänner, Schneemänner, Schneemänner noch sein können. Ja, ich hab oben alles abgegrast. Ich werde eine Hand und dann versteckt. Gut, sie brennt. Ja, du bist bei Null, pass auf. Boah, mein Hand an Hand. Da kannst du dich übrigens auch verstecken. Ja, da hab ich den Geisterraum, gute Idee. Ja, der Geisterraum ist doch vorne. Da war doch der Geisterraum. Da war das, äh, das Quatsch. Ey, was sind denn die kacken Schneemänner? Da war das, äh, das ist nicht mehr weit bis hin. Ich suche halt die Schneemänner. Ich suche halt die Schneemänner. Hm. Er hat was geworfen. Raya, vielleicht kannst du ja helfen. Hm, hm, hm. Oder dein Mann. was auf jeder karte alle 38 stimme da merkt dafür musst du auch dann suchen oben finde ich auch gar nichts mehr draußen auf dem dach ja geil hier ist der geisterraum gut dass ich mich hier versucht zu verstecken okay anscheinend ist irgendwo anders du musst noch einen suchen nach der hand wieso muss ich den suchen weil ich den auf dem draußen erwischt habe hast du dich versteckt war sie fast im geisterraum naja vielleicht ist er da nicht gespawnt wegen den gruzifixen auf dem dach da oben war einer oder was ja den habe ich gerade abgeschossen da eben war ja einer auf dem briefkasten hier kann ja keiner mehr sein hoffe ich doch mal ja einer fehlt noch ein einziger genau lampen und bilder habe ich eben auch durchgeguckt auf einem truck was bis nächste mit aus der hier hat hier her Ja, ja. Er ist hoch gegangen. Nee, runter. Ich bin unten. Ich habe geräuchert. Bücher. Achso, Hand vorbei. Ich habe geräuchert. Auf einer anderen Map ja wahrscheinlich. Ein Schneemann. Ein einziger Schneemann fehlt wieder noch. Ei. Na, ist ordentlich was geflogen. Ich habe schon alle Ecken geguckt. Ich habe schon alle Ecken. Ich habe schon alle Ecken. Okay. Hey, hab ich... ... bip 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 bip. Geh mir weg. Hier nochmal nach oben. Keine Ahnung. Und dreimal oben gewesen. Und? Man kann sich nur zu verstecken. Doch, in den Schränken. Das ein Schrank ist da frei. Ah, in dem Schrank. Vorbei? Ja, ne? Ja. So fliegt denn jetzt hier bei mir oben was, okay? Es hat nur ein Gespenst. Jetzt stehen wir nicht. Wir sind doch gerne hinter einer Tür, Eingang, Pant. Badezimmer. Er ist unten. Er geht Richtung Garage. Ich guck ja schon in alle Ecken. Ich könnte mir gut vorstellen, dass so, äh, da wo die Waschmaschine wieder ist. Aber ist da auch schon. Vielleicht ein Schneemann. Schneemann noch ist. Ja. Hast Maschine. Aber du, der fliegt hier ordentliche Sachen rum. Ich gucke schon auf den Lampen. Hast du mit der Hand? Ne. Ne. Nein, das ist der Event. Auf den Lampen, unter den Lampen, auf den Bildern, weiß ich wo. Ah. Hm? Ach so. Ja, dafür müsste aber Jimmy jetzt, äh, Videokamera an der Hand haben, sodass ich gucken kann. Ich bin wieder im Geisterraum, hab ich gar keinen Bock drauf, aber quasi hat er geschmissen. Da, nix, da, nix. Hier nix, da nix. Ne, hier ist definitiv nix. Oh, ich weiß was da aus, da. Themengeräusche hat. Aber wir sind beide bei Null. Ja, klar sind wir bei Null. Hast du die Tür zugemacht? Ja. Okay. Hier in den Schränken, nur so können die nicht sein, ne? Geräusche hat. Hand, 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 Hand. Geräusche hat. Ach so. Jetzt bin ich wahrscheinlich tot, bin ja, in der Garage. Ja, komm zu mir hin. Geh, geh bitte weg. In der Garage war ich eben safe. Braune Wandschrecke. Was ist denn für braune Wandschrecke? Du meinst die Kommoden? Jetzt brauche ich die Robots suchen. Schnee, man darf sich keinem erzählen. Mach auf die Tür. Oh, neues Räucherwerk. Ah, eins ist noch da. Ja, danach mache ich auch nix mehr. Musst du mir nochmal machen. Ich brauche die Kanone, ich brauche Feuerzeug und Räucherwerk. Ich kann keine Kamera mehr mitnehmen. Ich brauche mal länger, die Schnee-Männer zu suchen, als rauszukriegen, was für ein Geistes ist. Ich glaube, unter dieser Kommode ist unten ein Stehmann. Okay, mal gucken. Ja, Dotz. Hast du gesehen? Ja. Und rückwärts kann das sein? Nee, vorwärts. Ich glaube, dass da ein Schneemann darunter ist. Da war ich doch schon sicher. Komm mal zum Geisterraum, ne? Ja, ich bin mir aber nicht hundertprozentig sicher, weil das sieht halt so aus. Unten. Nee. Okay. Hand, 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 Hand. Oh, nein. Fuck nicht. Oh nein. Fuck mich nicht. Die ist wieder unten. den ganzen stress noch mal aufschwurm ist aus ich hab keinen bock mal rein zu gehen 37 37 von 38 doch nicht wahr sein oder ja das können wir ja nächstes mal bei der mediatruppe machen wir haben ganz viele fotos offen noch vier fotos ja scheiß mal auf die fotos wir haben die side quests haben wir erledigt wir wissen welcher geist es ist du bist noch knapp am leben genau gespenst und abfahrt das ist aber so nervig du hast 38 4 37 38 mal ja gut da sind ja noch ein paar karten auf ja deswegen ja nur um die patch zu kriegen das ist so alles dinge an den älmel kleben kannst was haben wir denn 1175 1175 und war kein kein tägliches ding dabei 1220 was vielleicht die tagesaufgabe oder so ich habe nur bei der tagesaufgabe erreiche nur geistige sanity ja da kann sein dass du extra geld für bekommen hast ja aber was für braune wandschränke ich konnte eben keinen weiteren schrank mehr aufmachen als ich aufmachen konnte hab ich alles aufgemacht da mach mal die willow aber ich glaube nicht dass du die großen da machen willst guck mal wo wir eben drinne waren ist schon abgehackt ja da haben wir alle gefunden tanglewood und atchwood haben wir gerade der witz view korte das haben wir nicht geschafft da ist der schneemann noch nie abgehackt so sind ja auch 38 wo die willow ist super klein sind ja auch 38 stehen wir da oder was 33 ok wo sind wir los für die schwediger ich glaube das hängt von der karte ab deswegen konnten die bei prüssen und bei high school nicht so viele schnee ja da hättest du ja keine ahnung 60 stück verstecken müssen oder so ja wegen performance und die dann alle finden wenn die auch noch wackeln 4 0 4 0 ei die scheiße hallöschön let's fans hallöschön dankeschön bin ich schon mal länger online als 4 0 guckst du mal hier auch mal weltpremiere hallo 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 klar die auch dabei moin sind genau hallöschön ja nett und ich sind immer länger wach als ihr ha ha danke fürs follow oh let's fans war noch kein follow was ist das denn rein da jo hallo 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 hast du Schlüssel noch gar nicht genommen nie ja fast bephobia kennt ihr noch nicht doch kennt ihr auch schon ne genau shoutout dankeschön ich wollte mal eine modarbeit machen haha Juliano hallo hallo oder Juliano keine ahnung warum ja keine ahnung jetzt machst du schon öfter hier ne du kannst dich der Schlüssel nicht nehmen beide schon items glaube ich in der hand hast ja items habe ich schon 80 gerät mf gefrier heute mal ne close beta ja hab ich gar nicht gelesen ja was close beta ja bones und äh äh wie hieß es das ist ich muss jetzt gucken ich muss gucken weißt du dann würdest du dir eine zigarette machen da liegt dann eine fertige zigarette ja siehst du mal warte mal viel ankündigungen äh wir haben den letzten tag ganz viel menge vorteil oder äh skull and bones hat er gezockt genau piraten game mhm ja gut ist das so wie aber nicht wie das eine da ne ne meiner hier draußen erstmal ab rießen bevor wir hier draußen sind genau so wir sind auf geisterjagd pass bevor wir auch schon altes spiel aber trotzdem spielen wir das hier am freitag im wohnzimmer kann man sich nicht verstecken hier liegt der knochen hast du jetzt habe ich aber kein fotoapparat dabei mitten in der küche liegt der knochen ja ich habe ich habe foto mitten in der küche liegt die hand weihnachtsevent wir müssten hier so äh schneemäher abschießen ich habe keine schneekanode mitgenommen haha dankeschön für ein follow und herzlich willkommen äh sea of thieves genau bessere grafik und mit story genau das spielprinzip an sich fand ich bisher auch nicht schlecht aber die grafik hat mich so ein bisschen abgeschreckt bei dem game garage ist kalt äh auf dem autodach sitzt ein schneemann wo bist du in der garage wie soll ich in der garage sein wenn ich gerade im wohnzimmer bin ich höre auf den fotoapparat deshalb hä nein du hörst die äh äh achso in der garage auf dem autodach und hier äh hier liegt die hand rechtschreibung ist schlimm gerade bin zu hungrig okay hahaha dann ess was und guck ein bisschen zu genau du musst wie callflakes futtern wir geben gute unterhaltung als tipp einen schneemann draußen überschlossen und die jagd geht ins leere stehend geile idee eigentlich warum gibst du den tipp erst jetzt ich habe draußen alle abgeschossen wenn man den letzten schneemann abschießt dann hier im keller ist auch ein schneemann hinter der ganze schaufenster puppe und in der ecke sich auch ein schneemann okay ich kann sie knall rein und das emf eine geister aktivität werbeunterbrechung wo wir haben werbung hier drin hat er auch schon gewünscht das glas hier kalt ist ja auch 1,6 grad ist ein schneemann auf der heizung ja sehr geil hier rollt der ball und habe ich die dort getreten ja hast du die da kommen wir hinter die vierste schneemann wir waren schneemann auf der heizung der ball ist eben gerollt aber ist das glaube ich zu spät zum fotografieren ist das der geisterraum hier keine ahnung 2,9 grad ja sagen wir einfach mal oh oh wo ist er oh da ja da hat er dich gekillt in den jagd neun hat er dich gekillt ich dachte das wird nie werden dachte ich auch doch nö wieso bist du jetzt schon tot ich wollte gerne das Foto machen ich bin auch schon auf 35% runter was geht äh ok ich nehme eine adrenalin spritze ja keine beweise gar nichts äh 19 von 33 schneemann will ich jetzt weiter machen oder machen wir abbruch machen wir abbruch und neu ja ja dann rate ich jetzt einfach mal dass das so ein Dämon war ich rate dass das ein Handtuch gewesen ein Abfahrt 3,2,1 haste ja eventuell ein Shade der jagt oft als Schatten der war eben erst Schatten und dann ist er erst gespawnt im Bett wir vertrauen da drauf ja wenn nicht dann egal haste ja hauptsache ich sterbe nicht das ist alles mein Zeug ich hab's bezahlt ja wo muss ich mir mal angucken habe ich jetzt eben keine Zeit gehabt hier nur noch mal rein zu gucken ich dachte ich könnte gleich wieder zu raiden und dann wieder da abchillen ne war ne Mare ja ich bin ja auch nicht bei allen Spielen auf dem Laufenden ich guck ja auch immer was als nächstes interessantes Game kommen könnte was ich äh lohnen würde zu spielen ne nicht Farmhaus Willow Street wollen wir nochmal machen ne ja es gibt so viele geile Spiele aber man müsste echt irgendwie 48 Stunden jeden Tag Zeit haben und nicht arbeiten gehen ne dann könnte man alles das spielen wo man Bock drauf hat ne und dann wirklich nur das Stream wo man Bock drauf hat und nicht das wo man irgendwie äh Geld verdienen kann hast du mitgekriegt was ApoRed abgezogen hat ey das ist unter aller Sau Nö Nö ApoRed sagt mir jetzt auch gar nix ApoRed oder ApoRed oder ApoRed oder ApoRed ist ein Streamer der Insolvenz ist und äh sich das aber nicht eingestehen will und richtige Gamble Scheiße macht Oh ok Was denn? Da oben am Dach Ich lass die da Die hab ich abgeschossen Zwei Stück hier am Dach ne? Da hier links auch Ne drei Drei Ich hab die hab ich abgeschossen Ach da ist auch noch einer da rechts Jo Dann lass die mal stehen Ja das das zählt nämlich neu Das heißt Naja er fängt über null jetzt an Wir müssen jetzt jedes Mal von null anfangen Das heißt äh wenn wir das nächste Mal auf dieser eine Map da wieder gehen Dann sind die ganzen Schneemänner wieder da Ja ja Das ist gut So die gucken wir hier grad noch Ops Ja hier ist ein Schneemann am Dach Die leuchten echt in der Kamera Ach ne der ist jetzt gar nicht doch am Autodach rund da oben Den haben wir eben gar nicht gesehen oder? Auf dem Tor hier Doch doch ich hab die Ich hab die hier abgeschossen Draußen sind drei Stück genau die haben wir grad gesehen Silence Hier auf der Waschmaschine sitzt auch einer Ne Aber mit Nachtsicht sieht man so halt nicht so geil ne? Mit Nachtsicht in der Kamera siehst du fast gar nix okay? Ähm Was denn? Derselbe Raum Er hat den Ball geworfen Oh ist die Kamera jetzt weggeschmissen Hinten rechts wieder Und wir haben Strom noch gar nicht an Ne Ich guck grad nach Orb aber Orb haben wir keinen Oder ist das ein Orb? Ne Aber das ist ein Schneemann Da oben auf dem Dach Was sagt das EMF? Drei Fünf Oh Okay Ja Ausschlag ist auf fünf Äh Roten Fingerabdruck hab ich Aber keine Kamera Ja ich komm hoch Ach grad Ich hab wieder kein Abschussding mitgenommen ne? Für die Schneemänner Wo bist du? Wo bleibst du? Hier am Fenster Leck die Kamera hier hin Hm EMF 5 fangen wir und Ultraviolett Was? Hä? 7 Grad Noch zu warm Da ist ein Schneemann genau Garage hast du auch alle bei dir ja? Hm Garage hab ich noch nicht Da am Dach Und da oben auf der Schiene Na da Und hier hinten drinnen auf der Waschmaschine dann auch noch Was sollst du da treffen? Hä was war das jetzt hier grad? Da haben wir noch welche Funken gesprüht Äh du hast da Okay das war Äh Du hast grad da hinten geschossen und hier haben diese komischen Funken gesprüht 4 sind draußen 1 2 3 Da hinten ist einer Da ist einer Da ist einer Ja 4 hier hier hinten Ach da 4 da ist noch einer okay Da auf der Hecke 5 5 sind draußen 5 sogar Silents 5 sind draußen 5 sogar Silents Hast du gesehen? Ja Ich hab da noch Da auf der Hecke Da 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 Und da Da Und keinen davon getroffen Hehehehehe Da oben tanzt auch noch ein Schneemann Im Geisterraum ist auch noch ein Schneemann ne? Mhm Er hat Radio angemacht Was haben wir denn noch? Buch Smiling Gefrier ist Gin Dodds ist Goyo Orb ist Obacke Und Box ist raus Okay die Box brauchen wir nicht mehr Seraya hat die draußen gemacht Ich hab dann Den am Licht Folge übersehen Was ich dann in dem stand Ja gibt's im Buch Mit Übersehen Da sind wir ja auch Wachmänner Das können wir ja auch ganz gut Sachen übersehen What the fuck Bist du doof? Ob du dumm bist Ja schön dass du jetzt da stehst So Geisterfoto Leck mich doch Ich bin tot Ob du dumm bist Guck mal auf Schwack ist auch noch einer Sechste sogar draußen So einen wollte ich stehen lassen Den lassen wir hier stehen Auf der Ecke Den nehmen wir noch mit Wie viel haben wir denn jetzt? Geil Interaktion Jetzt noch zwölf Also elf Kann man die als Geist sehen? Wieso bist du schon tot? Was gibt es dir? Er hat sich Er ist Im Flur gespawnt Er hat mir erst ein Event Reingedrückt Da hab ich das Geisterfoto gemacht Dann hat er sofort gehuntet Und ich hab das zu spät realisiert Wollte man mich eigentlich äh Parabol äh Dings machen? Die hier hab ich alle Na geh mal suchen als Geist Und ich nehme ihn als Geist Das ist jetzt die nächste Frage Unscharf Da oben Da oben Wir waren doch nicht im Keller, ne? Ach du Scheiße Im Farmhaus sind so um die 10 Stück draußen Eben 8, 2 Joa das war auch nächste Woche Ich glaub das ist doch Entweder die letzte oder die vorletzte Map Weiß ich doch nicht viel Oder viel nicht mehr Sonst könntest du mich ja wiederbeleben Tja wer ist das Pro wüsste ich wo ich gucken müsste Na im Schrank Im Schrank liegt auf jeden Fall die Affenfoto Was wo im Schrank? Na wenn du von der Treppe äh keller direkt den Schrank gegenüber Hand Ne Event So entweder lebst du jetzt und wir spielen zusammen oder du lebst und ich bin tot Ich wünsch mir Leben Ok Lebst du wieder? Ja Ich bin tot Ich bin tot Ich bin tot 50 50 Aber schön deine Beine zusammen zu haben Was meine Beine? Die sind so schön aneinander zusammen Überkreuz? Ja Bei mir sind die Überkreuz Ja Bei mir sind die Überkreuz So Ja ich hab hier Ich hab alleine die Aufgabe erreiche Durchschnittssanity auf 25 Naja Du warst auf 0 als du tot warst Naja Naja Du warst auf 0 als du tot warst Naja Naja Boxy Ist halt 50 50 Hätte jetzt eigentlich schon beide leben Wo ist meine Kupfe da drauf gegangen? Aber ich geh mal gucken ob ich als geist die Stimme da sehe Also draußen hab ich bis auf einen alle weg gemacht Hier draußen ist auf der Laterne noch Oder äh Lichtbeleuchtung nenns wie du willst Also wir haben eben F5 Wir haben äh Fingerabdrücke Genau Buch gefriert Dots oder Orbs Äh Naja Alter über Meter muss man jetzt drücken Kein Schatzgeist ja nicht Äh Buch Haben wir ein Buch hier drin liegen? Ne Ja Da liegt ein Buch drinnen Ich hab auch schon reingeguckt Das ist leer Wer wurde? Ähm Das liegt doch Da ist es leer Ich hab das Buch Aber da steht nix drin Ok Buch ist leer Ja mehr kann ich nicht gucken Ich kann nur das Buch gucken Ich kann nur das Buch gucken Dort sehe ich ja nicht ne Ja was muss das muss Woksi ne Zumindest versuchen die Mitspieler wieder ins Spiel zu bringen Wenn man halt selber mal drauf geht Gut bei mir ist das ein bisschen doof war Das war jetzt mein Equipment Das Ding ist wenn es ein Gin ist dann würde der Strom niemals ausmachen Meiling und Böcke Was bräuchten wir für ein Meiling? Buch Äh Buch? Ja und bei der Hand ist er halt sehr leise Dann schließe ich Meiling aus Was will ich im Steppen hören? Weil Meiling äh Die war zu laut Der Willi zählt genau Ich hab's versucht Ich hab alles gegeben Ich geb immer alles Ich geb immer alles Ich bin nicht drin' Ja Ich bin nicht drin' Aktiv? gemacht aber gar nichts an den raum gibt dann hat man raum gewechselt aus ihrem raum macht weil die gesamte die gesamte aktivität ist gerade auf 7 7 5 genau hier in dem raum wo die dort sind ist gar nichts passiert aber ich höre auch was fallen fliegen glaube er hat den raum gewechselt im keller ist er ja nicht gespawnt ist ja egal der kann jetzt den raum eben gewechselt haben weil du wenn du sagst aktivität auf 7 und ich stehe als geist im geister raum und da bewegt sich gar nichts können auch den raum wechseln ich habe auch zwischendurch sachen fallen aber die waren weiter weg wieso habe ich so eine komische ja ach klar immer noch so komisch so eine komische abgestufte ansicht ok das war jetzt aber da warst du bewegungsern so irgendwo hingetan ja ja der ist im raum ja den habe ich gerade gehört den habe ich selbst gehört obwohl ich noch nicht mal im truck war ich stehe jetzt zwar auch im raum aber ich bewege mich nicht das hier ne kann ich dich auch auslösen als geist ok ok da ist zum beispiel jetzt nicht ok da er sieht ja nichts als geist ne aber fast nichts zumindest gucken ob noch alles da ist wohin gehört jetzt ist nämlich die aktivität wieder auf null keine ahnung küche sieht auch ganz gut aus ich weiß es nicht aber eine tür super welche tür war das jetzt gerade am weg nach draußen höchste tür super ich kann sie nicht sagen mal strecken jetzt mal einen kaffee echt kaffee ein richtig kaffee kaffee ein fegt bier kaffee ja da kann sich dann wenigstens einer auf die dinge bekloppt badezimmertür badezimmertür sagst du hat die gerade bewegt jo und auch ist keine ahnung und wieder die tür welche wieder die tür ich sehe keine die sich bewegt ja die aktivität ist gerade auf acht ja 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 mal wieder eine tür ist die tür unten oder oben welche tür unten oder oben es gibt unten im keller zwei türen die man bewegen kann also schnell kann ich gucken wir sicher was bewegt sind aber immer noch offen habe ich eben aufgemacht ganz wichtig sie sich eben gesehen hat sich bewegt hat war die badezimmertür und jetzt hat auch nicht mehr ich höre halt nur das klick klack ne und das klagende tür ja das ding ist ich habe im wohnzimmer habe ich ne äh also zwischen wohnzimmer und küche da steht ne kamera weil ich halt gucken wollte ob da obs sind jetzt bin ich immer überlegen ob ich weiter ne kamera zwischen küche und teller aber eine taste oder ein teller irgendwas so in der küche auf jeden Fall und da ein dots noch hinstelle könntest du vielleicht nach dem strom in der garage gucken ob der an ist der garage moment äh der ist zu der schrank ist zu kann ich sehe also nicht ob der schalter an ist oder nicht haben wir überhaupt schon angemacht gehabt das ist nämlich die große frage wenn der nicht an ist dann ist es ein dschinn wir haben ihn ja noch nie angemacht wenn die klappe zu ist war doch noch nie jemand dran oder hast du ich habe ich habe eben nicht die sicherung reingemacht ich war mir hundertprozentig sicher dass ich sicherung angemacht habe ich kann halt nicht weil die ist fest zu die ist nicht nur irgendwie angelehnt oder was die ist fest zu in dem raum mit dem dots ist ein orb wo ich glaube sie war ja gerade in dem raum mit dem dots ist ein orb weiß ich was über die im stream gesehen oder was weiß ich nicht guckst du gerade auf den monitor ja ja ich guck auf den monitor wenn du das unter der lampe meinst das ist kein orb das ist vom ventilator die schnur ventilator ja die deckenventilator achso ja ich denke bestimmt dass das ein orb ist ja ich bin jetzt im stream gesehen und nun sehe ich sie nicht mehr ok aber sollte strom achso das ist ja geht doch einfach mal rein dann mach den strom an oder keine ahnung was jetzt sind wir eine halbe stunde im truck sitzen hilft uns auch nicht weiter oder oder UV licht oder weiß ich was erst mal hier oder oder das ist doch komplett zu der schrank also da war vor uns noch keiner dran und hat noch nie strom angemacht und klingt als in der kristille ich sehe halt fast gar nichts ja die aktivität war gerade auf 10 ich bin dran wollte kast aber nicht mehr dabei äh ohne auch nicht jetzt ich einfach testen figure prints bei obak ja wenn es 6 figure hat ne hast du gerade ein licht angemacht als du reingelaufen bist nein 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 ein licht angegangen im flur jetzt flackerts licht das für die badezimmertür ich hab die dort scheiße gesetzt ich war auf 92 jetzt bin ich auf 80 ist ja auch durch dunkle gelaufen das mache ich mir immer überall die lichter an wie hat die lichter angebracht ist schon stehen man übrigens einer nutzt auch nicht mehr viel kann ich das lutschen Wie denn Klong? Er schreibt ins Buch. Scheiße. Er schreibt ins Buch. Meiling. Doch, Meiling. Okay. Oh, alte Frau wird blind. Jetzt mir auch immer. War da jetzt was oder war da nix? Ja, Buch ist am Meiling. So, trotzdem ganze Schneebälle hatte ich aber, ist egal. Augen zu und durch natürlich. Da fehlen noch neun Schneemänner. Da muss ja acht, einer steht noch draußen. Ich finde das übrigens sehr lobenswert von euch, dass ihr mir keinen Dickspot reindrückt. Sehr lobenswert. Aber jetzt müsste ich die jetzt... Wieder ne Tür. Was machst du jetzt noch? Parabol, aber irgendwie klappt nicht. Egal, ich fahr ab. Dann kannst du mitspielen. Ist aber definitiv... definitiv... Definitiv letzte Runde dann jetzt. Okay. Ja, es ist jetzt viertel oder vier. Ja. Eingetragen? Na ja, Meiling. Gut, dann gehe ich mal schnell aufs Klöchchen. Jo. Okay, okay, geht doch weiter. Wo sind die ganzen Schneemänner? Ja. Da draußen sind vier, fünf haben wir jetzt festgestellt. Der Rest. Ja. Und dann eine andere Karte. Das haben wir noch. Biste vom Haus. Für Cap. Tumor. Der Arme hier. Der tut mir leid. Mit der Zuckerstange erstochen worden. Der ist auch drauf. Der ist auch drauf. Der guckt am Boden. Klingt gut. Mittelgroße Karte. Was ist denn eine mittelgroße Karte? Hm. Drei Sterne Fußabdruckfoto. Hä? Das ist alles für 30? Das war Drehbeleute. Drehbeleute. Wir haben noch eben ein Fußabdruckfoto gemacht, oder? Wir haben eine Knochen. 8 von 15. Muss zumindest 50 Runden spielen. Aufgaben. Graften. Farmhouse. Zwölf Stück. Oh, komm. Geil. Hallo Robin Hood. Hallöchen. So spät der Stunde noch da. Viertel nach vier. Wir machen grad die letzte, oder gleich die letzte Runde. Schön, dass du noch rein schaust. Ja, ja, ja. Hallöchen. Robin Hood. Sorry. Ah. Hallöchen. So. So. Du willst nochmal die Willow machen, oder? Nö. Eine andere Frage. Wie nö. Welche? Äh. Mit View haben wir eben auch nicht geschafft. Gerade von der Arbeit gekommen. Ach du Scheiße. Sonst hast du morgens um 5 Uhr nach hier. Tempfort? Nicht. Kannst du dein Country World singen? Nö. 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 Ach du Hemd. Hoffentlich ein schönes langes Wochenende. Viertel nach vier morgens zu Hause. Ich merke, dass dieser Schlafrhythmus, den ich zur Zeit habe, dass der nicht gut ist für meine Füße. Ja. Weil meine Füße sind enorm dick gerade geworden. Ich merke, dass man mich immer, weil das dann so anschwillt. Hm? Ich bewege sie, ja, die schwillen dann unheimlich an. Und dann fühlt sich das so an, als ob die Hehe kein Blut kriegen. Ich habe wieder keine Schneekanone mitgenommen. Ne. Hast du aber auch nicht. Erstmal Geistsuchen. Genau. Reacher Brett. Mach ich gleich ein Foto von. Auf dem Lagerfeuer. Der mutigste Schneemann der Welt. Wo ist denn das Mieterbrett? Hier vorne. Oh, hier war was. Mieterbrett ist hier. Hast du Mieterbrett? Ja. Hast du das Mieterbrett? Ja. Wir waren gerade irgendwie. Ist ja, wann... Geist, bist du hier? Gib mir ein Zeichen. Wie alt bist du? Bist du hier? Wo bist du? Gib mir ein Zeichen. Wie alt bist du? bist du hier wo bist du gerade roll den ball gibt mir ein zeichen macht das licht an bist du freundlich bist du alt bist du jung bist du hier wo bist du wir haben das ding gemacht die die gas kochplatte hier geist bist du hier gibt mir ein zeichen drei grad wo bist du bist du hier gib mir ein zeichen wie alt bist du bist du hier wo bist du das ist ja gut ganz wieder ohne dinge rumlaufen okay schnellmänner 34 ok ach du scheiße ich bin 65 über 71 sind viele hinter dem zaun da habe ich auch gesehen hier 1 auch so draußen und Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. 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 Ja, 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 ja. 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 hier heute eine dose das schmeißt sie ordentlich also mit das mit taschenloppen ist immer noch besser als mit dem nacht sich ding ich weiß eben schon gucken eine dusche war ich eben schon auf die tür oder stoff das leider das leider fotos im mond ich bin fehlen dann noch was geguckt noch drei gesagt einer sitzt oben auf uns am schlag dann machen wir also noch zwei die wir finden müssen ach ich hab den passt um so einer noch und was haben wir überhaupt ich bin hier hat weg gelaufen jetzt kommst du von der anderen seite ich bin schon wieder tot ich hab den doch von da gehört kaffee wasser ist alle machen wir doch ein bier auf ich hab den doch da gehört wieso kommt er denn an von da meine güte immer noch auf den zelt den auf dem bad den habe ich der war auf dem dach da lasse ich ein oder zwei auf den zelten aber doch weg gemacht ich muss sowieso aufpassen warum leckt denn jetzt den stream? ich weiß nicht was ihr für eine holzleitung habt alles tut die upload ist perfekt sogar mehr als perfekt 7000 jetzt 6200 steigert es jetzt wieder an einem schneemann ja hast du nochmal nachgefuttert was nachgefuttert sanity und keine hand kommt ach so nix mehr da vor der hand haben wir was genascht und das ding ist ich bin schon auf 30 da ist ja noch einer im versteck beim baum hinter den gestapelten kisten versteck beim baum hinter den gestapelten kisten ja da am blauen zelt nö leider nicht da ist aber keiner da quasi haben wir hier da guck Aasi ist hier hier drin auch ich guck hier Aasi und einer ist auch da oben da ist nur einer das war dann der letzte aber der vorletzte fehlt halt noch ne 32 von 34 da ist die Nummer 33 jetzt muss ich die Nummer 34 weil die Nummer 33 fehlt noch hier drum herum habe ich eben auch alles weggeschossen wo letzte Schneemann wo letzte Schneemann wo letzte Schneemann da oben hat Netti auch schon weggeschossen wo letzte Schneemann ich glaube auch Strom ist wieder aus nee der Motor läuft noch das schöne hier auf der Karte da hört man ja sogar ob der Strom an ist da 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 außen rum wieder vielleicht irgendwo da hab ich ja schon so 6 Stücke oder so weggeschossen Gucka extra gerade in deinen Stream rein da hab ich mich zum Beispiel versteckt da hab ich mich zum Beispiel versteckt du musst noch draußen ne nee da bist du da läuft der hinterher oh 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 nein schlechte Idee 3, 2, oh what jetzt hat er dich hä? wo bist denn du? ach dahinter lol der sieht sich da echt nicht hier hat er dich nicht gesehen wie blind ist der denn? wie blind ist der denn? alter der ist weg der hat dich da nicht gesehen der hat sich da nicht gesehen der ist ja so ein paar Schlafsäcken hier ok das Ding ist ich hab vor der Tür gestanden ich hab vor der Tür gestanden die Tür ist zugefallen zack naja ist dann ein Pixel der dich reinbackt guten Morgen ihr Lieben schöne Grüße aus Köln hallo René schöne Grüße nach Köln ja jetzt bin ich 17% ja ist jetzt auch egal ob jetzt 0 oder 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 50 40 auf der Lichterkette ist nichts Lichterkette ich schau nochmal an den Lichterketten lang oder hier am Klo hier am Klo das haben wir schon da war auch mal drauf oder was für Lichterkette ja der Ball du mich auch da ist der Orb wo ist das letzte Schneemänzchen? ja ich guck gerade unter der Kamera da rollt der Ball kein Schneemänzchen fehlt noch da ist endlich die Drohne fertig nach einem kleinen Aufenthalt im Bunker Bravo jaaa Bunker Bravo hilft da weiter ne für die Drohne? Drohne Bunker Bravo? ne ATV Bunker Bravo die Drohne? was hat denn da gefehlt? die Drohne? Bunker Bravo war ja jetzt grad die Wind gewesen ne? ja guck ich gerade Pavilion ist an der Decke innen da 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 quasi im Geisterzelt oben oh ne da ist er am Winken da ist er am Winken ja ich seh das in der Kamera da ist er am Winken 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 Und der Schneemann, der letzte. Und das soll ich jetzt machen. Das ist sie. Bin mit dir. Räucherwerk in der Hand und Feuerzeug und auch die Schneekanone. Wir haben Taschenlampe. Das ist so buff. Pass auf der Map, mappt euch hier nicht. So hell. Wo ist er jetzt? Hier, genau. Du musst halt nur richtig räuchern. Pfalzhand und so, ne? Foxy ist noch da. Ja, genau. So, alles nicht an dir, Netzi. Alles nicht an dir. Der letzte Schneemann. Rein. Lagerfeuer rechts vorbei. Da, wo es grün leuchtet. Abschießen. Mein Herz. Lauf, 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 lauf. Mein Herz. Nein, nicht getroffen. Nicht getroffen, nicht getroffen. Jetzt getroffen, wieder raus. Oh, oh, Halt. Räucherwerk. Na, er war zu früh. Okay, er ist betäubt. Er steht, er steht, er steht. Er läuft wieder. Er läuft wieder ins Leben versteckt wie eben, wa? Er kommt, er kommt, er kommt. Also, er läuft. Da hat er dich nicht gesehen, Dicker. Wie ein blind ist denn der? Dein Kopf, der ich sogar da drüber weggucken. Und deine Hand quer da durch. Achtung, er ist noch nicht weg. Er sucht dich. Jetzt hat er das aufgegeben. Jetzt hat er gesagt, scheiß Dreck, Netzi. Er ist so gut versteckt. So, jetzt doch den Schneemann auf dem Usser-Frag, ne? Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Leck mich. So, haben wir. Oh, jetzt fehlt noch einer, Netzi. Muss doch mal rein. Was? Bist du bestimmt, Netzi? Na? 4.30 für 4.30 haben wir alle. Das mache ich nie, nie wieder. Das mache ich nie, nie wieder. Vielleicht sind 3, 4. Ja, aber trotzdem. Der Netzi hat nur 3, 4 gebraucht. Dann hast du es geschafft. Perfekt. Was haben wir denn für einen Geist? Juraj. Äh, oh, oh. Was? Es sind noch... 7 Fotos im Fotoalbum frei. Vergiss es. Ich bin bei 0%. Die sind aber auch kacke versteckt, wa? Und ich habe sogar Reinigen den Bereich in der Nähe des Geisterraumes gemacht. Obwohl... Ja, da war die Behalte in der Nähe des Geistes. Ich habe 3 Aufgaben in einer Sekunde gemacht. Reinigen während der Geisterraume... Und dann kommen wir den Geist, jo. Aber hätte, hätte zum Beispiel, das hat letztendlich gesagt, hier mit dem Pöller oben. Ich glaube, den hätte ich auch nicht gesehen, dass da oben drauf irgendwie einer saß. Hier ist der echt kacke. Voll gemein von den Entwicklern. Na gut, wenn du alles first mal schaffen würdest, ne? Wäre ja auch doof. Aber guck mal. Ich bleibe konstant auf 2 jetzt mit der Aktivität. Gut, willst du ja gehen wir ins Bett, wa? Ja. Richtig. Dafür habe ich schlafen. Ich mache jetzt noch Bier austrinken, genau. Eingetragen? Ja, ja, Jurei, ne? Aber wir waren jetzt eh nebensechtig. Wir wollten ja die Schneemänner machen. Da müssen wir beim nächsten Mal damit den Mädels auch nochmal machen, ne? Schneefuchs und Hope. 188, wo ich gestorben bin, okay? Kein Knochen, das Knochen nicht gefunden. Nee, Knochen haben wir nicht. Oh no. Was haben wir jetzt noch? Eine Zeit, das Klaus, okay? Was, Klappstahl? Tickert noch. Klappstahl. Ohne Hilfe ist hier sicher, ohne sich du nicht. Ja, ist halt so. Die sind so krass versteckt. Ich meine, eben, das haben wir abgebrochen, weil wir letztes Schneemann nicht gefunden haben, ne? Ja. Gute Nacht, ich schaute den Stream von vorne. Dann von vorne. Yo. Wir haben erst ein bisschen Fassbuck gespielt, dann haben wir Labyrinthin gespielt und dann haben wir wieder Fassbuck gespielt. Wie lange ist immer schon wieder dran? Es ist halt um 9, ne? Ach du scheiße, ich bin ja 7 Stunden. Ja, ja. Wir haben dieselbe Zeit. 7 Stunden 42. Ja, dieselbe Zeit habe ich auch. Und davor habe ich auch noch gestreamt, also ein paar Stunden vorher. Ja, äh, Schneefuchs heute ja auch schon. Die hat ja auch schon, äh, immer was gemacht gehabt. Ich habe eine Stunde geschlafen vorhin. Äh, nutzt trotzdem nichts. Ich ist trotzdem gut. Ja, danach habe ich, äh, nach dem Stream habe ich auch ein bisschen geschlafen. So ist es ja nicht, aber trotzdem. Ja, aber morgen Abend sind wir wieder zur Weihnachtsfeier eingeleiden. Wird voraussichtlich spät und deshalb sage ich, morgen mache ich gar nichts, gar nichts. Oh nein, wir haben gar nichts gemacht morgen. Dann, dann, dann sagen wir morgen Bescheid und dann mache ich, äh, wenn du wieder da bist. Ich weiß halt nicht, wann ich wieder da bin. Ob ich erst um 11 oder wann? Das war doch ein Latte. Joa, aber jetzt war für heute Schluss aus dem Aus. Ich schließe mich dem an. Wissentliche Aufgabe, mittelgroße, ich wüsste noch eine mittelgroße Karte für 150 Dollar, aber ist das egal. Was haben wir hier noch? Wissentliche Herausforderungen, zwölf Aufgaben, Craft, Baumhaus, nö, keine Lust. Schlaf mal recht schön, träumt nicht von Backelschneemännern. Ja, das wird uns doch ein bisschen, es wäre jetzt das schönste, wisst du, wie lange das noch geht, wie lange wir noch Zeit haben, ne? Aber es sind jetzt noch ein paar Maps, wo wir auch noch welche finden müssen. Aber ich denke mal, bis spät zum frühestens nach Weihnachten, ne? Die können sich nur für eine Woche so ein Update machen. Ne, dafür haben sie sich zu viel nicht mehr gegeben. Wissentlich mal, mal gucken, wo das irgendwo steht, wie lange das geht. Zwei Wochen, drei Wochen. So, ich bin's mal nicht rich, 52 Karte. Naja, klar, weil ihr immer, äh, äh, das ist mir bezahlt und ihr geht mit. Ist das, äh, weißt du nicht, das Kruzifix updaten? Ähm, kostet 20.000, ich hab jetzt 21.600, dann wär ich ja quasi wieder blank. Dann, mach ich ein nächstes Mal. Wenn ich, hätte ich immer ein bisschen paar tausend verlieren würde, jede Runde, äh, Gute Nacht. Dann lass doch einfach mal Dixbar aus. Da liegt ja nicht nur Dixbar, äh, auf Dixbar war eben nur, äh, aber da ging's ja um nix, da hab ich ja nicht den Einsatz gehabt. Ich sterb ja auch ohne Dixbar, also ich krieg das ja auch ohne Dixbar hin, da brauch ich ja gar nix dafür. So, Stream, ich sag gute Nacht. Schlaf gut, ihr Lieben, danke fürs Feierabend, versüßt. Gerne doch, drei Wochen soll das Event. Drei Wochen, ja, dann haben wir ja hoffentlich noch ein bisschen Zeit, das zu schaffen, wenn's drei Wochen laufen soll. Wir spielen halt nur einmal die Woche, ne, wir spielen nur freitags. Sonst müssen wir vielleicht zwischendurch mal noch ein Ründchen zwischenschieben. Ich hab auch nichts gefunden, wo das steht. Warte mal, äh, verlassen. Es stand halt nur, wie es funktioniert, ne? Wir mussten erst Freitagsevent. Ich gieße die folgenden Aufgaben auf welches Jurischkeit ab, betritt Sunny Meadows und sammlet die drei mysteriösen Teile. Haben wir ja gemacht. Mach dich auf zu den Aufträgen, die mit dem Schneemänner Sticker versehen sind und schnapp dir dein neues, neu gebautes Gerät im Schwack. Haben wir auch gemacht. Zerstöre alle tanzende Schneemänner. Freu dich. Und ja, ich stelle auch nicht, wie lange das geht. Festtags Event 2023. Übrigens, ich werde den letzten Stream von Samstag nicht veröffentlichen auf Twitch, da der Stream komplett stumm ist. Er hat's gesagt, hast vergessen, den Tod anzumachen, ne? Ja, ich hab vergessen, Mikrofon anzumachen, das heißt, man hört nur in deinem Stream, was ich gesagt habe und in meinem Stream hört man gar nichts. Äh, wie doof. Gut. Boah, sei es drum. Vielen Dank, dass ihr da mit dabei war. The holiday 23 event is now active. The event will last around three weeks. Okay. Instruction can be found on there. Ist das Twitter beziehungsweise Excel, ne? Hab ich auch gelesen. Ja, das wird mit den drei Wochen waren wir nur entfallen wahrscheinlich. Ja, ja, wir müssen mal zusammen spielen. Ist die Magie. Ja, da steht's. Ich sehe es gerade. Holly, äh, 20, 23 geht drei Wochen. Äh, Topseite, ich bringe Shop, bist du doof? Ob du dumm bist? Topseite. Einfach weiter runterscrollen. Nee, in die Shop-Seite Community Hub ist das dann, ne? Nein, das siehst du direkt, wenn du auf FASMO klickst. Ja, äh, drei Wochen, genau. An error message will now show if you fail to connect to Unity Dimension. Updated Textures, Audio Effects, Flashlight 3 Upgrade now cost 3, okay, Flashlight 3 kostet jetzt 3.000 statt 2.500, okay? Spirit Box 1 range is only 3 Meter. If you blow the force 2,500, 3,500, 7,000, äh, Ghostwriting book, 4,000, 4,000, Fotos will now work consistently. There was Verting Book, Fairy Lights, Poles, Peer Traps, what? I moved fuck. I'm not fucking all the connections. Bestimmt die neue Map. Die Patchnotes ja nie durch. Deshalb fallen die ganzen Fixes immer, weil da sind dann Fixes dabei von Fehlern, die mir nie aufgefallen sind, weißt du? The players will now receive the investigation bonuses if earned in the contract, okay? Nightmare Difficulty now Nightmare Difficulty now unlocks at level 30 instead of 29, okay. Wenn ich im Jürgen oder Februar Urlaub mache, bestimmt auch mal Freitags mit euch zocken, ja. Weißt du, wenn ich Feierabend habe? Ja, das ist halt, in der Gastronomie ist es weißt du, ich würde gesagt, meine Frau haben die auch Gastronomie, die kam eben um halb zwei oder was? Manchmal ist es schon um halb eins da, manchmal ist es um vier. Kommt mir immer auf die Kultschaft an, ne? Wenn dann die Leute saufen wollen. Potential fix for Crucifix is not preventing Avance, potential fix for Dotscars removed Three random issues. Some walls don't longer teleport. Potential sensor. Keine Ahnung, was hier alles gefixt wurde. Ich hab die Fehler nie gehabt. Pressing the special key binding while you are holding a flash that will no longer play the toggle sound. Whatever sound, okay. Film grain and chromatical variation for night vision. No respect for Crucifix. Custom difficulty icon in the server list No display is corrected. Keine Ahnung, keine Ahnung. Ja, aber drei Wochen soll das Weihnachtsevent gehen. Ja, ist immerhin etwas sollte man, glaube ich, schaffen können. Lower the volume of Dotsproject with me. Spiritbox Okay. Okay. Judy, machen wir aber Schluss für heute. Machen wir aber Schluss. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass Gamm 40 Euro gekostet hat und gerade im Angebot ist für 19,99 Euro. Hä? Das hat ursprünglich für 23 Euro so gekostet. Es ist für 38 also normalerweise kostet es 38,99 Euro. Ja, stimmt. Das haben die irgendwann angepasst nach der 0.2 oder sowas, ne? Und jetzt ist es im Sale 50% für 19,49 Euro. Ja, und plus die ganzen die haben natürlich wieder zwei neue DLCs, ne? Ja, haben wir sehr Haarschnitt Haarschnitt und Tänze Alter, ja gut wer es braucht Vor allen Dingen die die Haarschnitte äh also die Tänze 40 Euro habe ich das 40 Euro Die sind abgeguckt von von Fortnite Ja Das ist kein Complete Bundle für 44 Euro Da hast du dein Scum Supporter Pack dabei Genau das ist Danny Danny Trejo Pack Ja, das sind die zwei Skins Jetzt neu Genau Herr Herr Deluxe Der eine kann nicht quatschen und der andere habe ich noch nicht gesehen Jetzt die zwei neuen Ne, wo sind die neuen Ich habe gesehen da gab es neue Neue Packs Ne Ja genau Female Ne Female Hair Packs Nein, nein Da gab es doch jetzt wieder neue Sind die doch gar nicht Ich habe auf Facebook gesehen dass es neue Packs gibt Ja, ja gibt's Wenn dir alle Packs noch dazu kaufen willst alle sieben durchsuchen Ja, ja Ja, das sind ja Cosmetik Packs Da bist du auch schon wieder in Huni fast quät, wa Und dann kannst dir ja auch noch diese Emojis Dinger an die Waffe ranmachen Diese Badges oder was es ist Ja Keine Ahnung ob ich das Spiel überhaupt irgendwann nochmal spielen werde Hier Charms Pack genau Weapon Skin Pack Ja gut Februar ist angekündigt dass es in die 1.0 gehen soll Februar soll der Release sein Ich? Für die Ich habe mal gespannt Nein Also nicht mehr hier Early Access sondern da ist gerade Early Access 0.95 Und dann soll dann die Version 1.0 kommen Im Release Wo habe ich denn das gelesen? Das ist ein Survival Game Was ist das für ein Game? Habe ich vor Ewigkeiten auch mal gespielt Du bist halt als Gefangener auf einer Insel mit Puppets Das heißt da nicht Zombies Das sind halt tote ehemalige Gefangene Du hast so einen Chip im Nacken Das heißt wenn du die Insel verlässt Den Chip kann man rausnehmen? Ja mittlerweile kann man dann auch ursprünglich war die Geschichte halt und sobald du irgendeine Grenze überschreitest explodiert der Chip in deinem Nacken Beziehungsweise wenn du dich selber umbringen willst ziehst du das Ding einfach raus und dir explodiert der Kopf Mittlerweile gibt es auch OP-Sets Und was bringt das wenn man sich das Ding entfernt? Kann man dann von der Insel flüchten Ja aber kann man dann von der Insel flüchten oder was? Ursprünglich gab es auch nur nee gar nichts Dann gab es die Autos Die Autos Dann gab es die Motorräder Dann gab es die Fahrräder Mittlerweile gibt es auch Flugzeuge Weißt du bist als Gefangener auf der Insel und kannst mit dem Flugzeug fliegen Weiß ich nicht Und Panzerfaust gibt es Ja ich habe gesagt ganz 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 als es ganz frisch rauskam das war ganz frisch als damals auch Green Hell in die Early Access Phase ging Da hatte ich mir überlegt ob ich entweder Scum oder Green Hell mir kaufe Da habe ich mir damals Scum gekauft vor Ewigkeiten wie gesagt das ja 18 29. August 18 und ich glaube September 18 habe ich zum ersten Mal gespielt mittlerweile 18 ich nehme mal vor ist auch schon 5 Jahre jetzt her ne ich habe es glaube ich 2 2 Tage 3 Tage nach Release oder so habe ich mir das damals gekauft und da habe ich echt auch hier gesessen weißt du noch die ersten Streams warst du schon da mit dabei ne wo ich mich in so einem Haus versteckt habe und voll die Panik hatte weil ein Zombie vor der Tür stand ne ich hatte ein Holzspeer gehabt ein Holzspeer gehabt und ich ich hatte echt ich saß hier und so scheiße ich komme hier jetzt nicht raus mittlerweile ein Zombie da lachst du drüber wobei jetzt mit dem neuen Update sollen die Zombies ja intelligenter geworden sein ja sind sie sie können jetzt durch Fenster springen und Türen aufmachen und sie hämmern auch dagegen du hörst richtig äh wenn du halt in einem Raum bist hörst du richtig wie sie gegen die äh Tür hämmern und danach ist die Tür auf und es gibt halt so Gruppen Puppets die halt rumlaufen und die halt wie sag ich jetzt mal The Walking Dead rumlaufen wie ist das mittlerweile mit dem Ernährungssystem Scum hatte ja mal den Anspruch gehabt das realistischste Survival Game rumlag zu werden aber ich finde ich finde sie immer noch realistischer die haben da ja mit Vitamin A Vitamin D Vitamin C Mangel und Cholesterin und weiß ich was hat mittlerweile aber immer noch keinen Einfluss oder wie viel Fett und wie viel Zucker dazu nimmst du klar du wirst halt fetter und läufst dann langsamer und so ein Kram das hat jetzt alles äh Einfluss gefühlt ewig her dass du das gezockt hast das ist genau Foxy ne ich hab schon nach dem ganz ganz kurz nach dem Release das ist damals gleichzeitig rausgekommen ungefähr gleichzeitig mit Grünhell ja da kannte ich dich noch gar nicht wann hab ich denn das erste Mal Scum gespielt da müsstest du ja schon Visage durch haben YouTube habe ich erst viel später angefangen Scum boah ewig schon ganz Scum gespielt war am 1.11.21 Operation Nichtsnutz ist auch schon vier Jahre her weißt du als ich Operation Nichtsnutz gemacht hab ja das das weiß ich Scum wir wurden ausgerauft Livestream 28.06.19 mal schauen was der Abend so bringt Livestream 28.10.19 Fahrzeug suchen umziehen Punkte sammeln 28.07.19 ewig her jo vier Jahre Scum Update 0.3 alles neu Livestream genau genau du hast das scheiße da habe ich noch eine Kack-Cam gehabt guck mal wie überblicklich ich da bin lachst du rum klar die seht ihr natürlich auch ja Traktor fahren genau ja den Traktor den gibt's ja nicht mehr was muss man so todleister machen Traktor fahren ja das war auch geil Traktor fahren ach warte mal ich blende ich blende mich mal gerade aus ich glaube ich gerade genau vor mir vor ne genau ich blende mich mal gerade aus ja das waren noch Zeiten aber du wenn du heute auf die Karte guckst die Karte ist so stochenschar genau Sprengsatz bauen bla bla ja ist halt so ja viel viel zeit aufbringen zum looten war das ne oder ist es immer noch ne ja warte mal ich habe das normale Messer noch ne kann ich auch mal werfen was habe ich hier eine zombie heute platt gemacht warte mal wir haben gerade zurückspulen hier ja wenn ich es sehe kriege ich wieder Bock drauf aber wenn ich daran denke wie viel Zeit bei dem Game drauf geht's boah weiß ich nicht und da konntest du dich ja noch auf dem Auto hinstellen jetzt geht es ja auch nicht mehr jetzt kommt die auf das Rad ja das ist halt dumm die stehen davor und tun nix ach du scheiße ha guck mal an hier ha 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 du mit der Hunter 98 geschossen hast ja hat ja jetzt auch einen eigenen Chally äh Magazine Oh ha 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 ne das kann man auch im Mehrspielermodus spielen pfff ich hab's halt im Singleplayer gespielt für mich allein es gibt natürlich auch Server wo man drauf spielen kann ja ich hab's im ähm lange Zeit im Singleplayer gespielt dann nachher auch auf dem Server gespielt mit anderen auch mit dem Gekromonger noch ach du scheiß, wie lange ist das her genau, du warst ja auch Gas Driver wie heißt da du warst ja auch auf diesem Server von hier sagt er schon D100, ja, ja D100 und auf dem anderen komm jetzt nicht mehr auf den Namen ich auch nicht, ja der dann aufgehört hat das kann ich aber nicht zu haben das sieht aus wie ein Parteitag in Berlin ja, das waren noch Zeiten das waren noch Zeiten man seht ihr hier 21.12.19 was hab ich denn was hab ich denn noch hier 18 Livestream 1, keine Ahnung von nix aber wird schon, hier, hier, genau, erstes Mal dass ich gespielt hab so und damit hallo und herzlich willkommen genau Charaktererstellung allein die Charaktererstellung ist ja schon wo man zwischen Werten entscheiden muss Ausdauer laufen und was wie du mit den Waffen umgehen kannst und wie du mit den Fahrzeugen umgehen kannst und 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 ich spür mal ganz musst du aber anfangen du fängst ja auch mit nix musst du erst mal Stöckchen pflücken Steinchen aufheben Speerschnitzen falls ich was ja, ja, ja Gammler treff das Gammler treff hab ich da gespielt Ja Guck mal, wie schmal ich da noch war Guck dir mal an mein Gesicht mein Gesicht Schatzsuche hast du gemacht vor vier Jahren Guck mal hier drei Holzspeere ach du scheiße bin ich verletzt bin ich nicht verletzt ja, mit dem Verletzten ist mittlerweile ja auch ganz anders man muss sich ja dann auch gezielt verbinden hast du eine Wunde am Arm Wunde am Tor Wunde am Bein weiß ich was ja, 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 ja und die Pappels Box ihn Box ihn Box ihn doch warum box ich nicht okay jetzt bin ich mit der Steuerung überfordert ja, ja, ja ja, es hat die Frage das ist Version 0.1 mittlerweile sind wir bei 0.95 kurz vor Release Modula Modula ja, ja, ja ach, das war ja, ja, ja jetzt habe ich du hast auf dem Modula Welt Modula Welt ja, ja, ja aber ich habe ordentlich viel Scum gespielt also ist nicht so dass das Operation nichts nutzt da habe ich einen Charakter erstellt ohne niedliche Skills da habe ich eine Videoserie gemacht gehabt da habe ich gesagt ich mache keine Skills ich will alles aber mittlerweile ist es so, du kannst dann wenn du das von vornherein nicht eingestellt hast kann ich mehr weiter bis auf 4,00 oder so hochkommen genau Squat zieht weiter heute Mecheln ey, wo ist mein Auto ja, ja wo ist denn die Playlist ich habe doch hier auch eine Playlist irgendwo na, ich habe einfach Jimmy Zockt Scum eingegeben genau Kanal wo ist denn mein Kanal mein Kanal äh mein Kanal ansehen Playliste äh Playlist das sind über 208 Videos von Scum ja wo ist mein Scum Playlist ich äh 200 Alter Fede oh der Scheiß ja ist lange her ist lange her und da ist alles da ist sogar PUBG Light dazwischen ok dann ist es das sollte so aber nicht sein ganz in den Mai geht ja nicht daneben Scum 30.4.21 ok irgendwie hängt es bei mir gerade wieder ok ach so wegen meinem Ding hier oh ja gemütliche Runde äh gemütliche Runde Scummeln kennt ihr noch Scum habe ich schon ewig nicht mehr gespielt erste LW dann Scum 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 ja jede Menge Scum jede Menge Scum ich habe Scum ganz viel gespielt ausgeraubt das ist auch bei mir in der Steam Bibliothek eins meiner meistgespielt da ist zum Beispiel auch ein ARC Live Stream drin 1000 Stunden 1032 Stunden habe ich Scum gespielt ich glaube fast alles im Stream oder im Video naja ich habe dem Spiel gerade mal 5 Stunden geschafft mehrfach Tutorial gestartet und immer was verbuggt wisst man ja doch was kann habe ich hier 1032 Stunden du hast fast einen Livestream der geht 7 Stunden und 44 Minuten also Scum war auch geil oder ist wahrscheinlich immer noch ein geiles Spiel wie gesagt ich habe dann auch so eine Videoserie mal angefangen gehabt wo ich dann so 30-40 Minuten Videos gemacht gehabt habe ja ja vielleicht bald nochmal ich weiß es nicht ich kann mich noch an die Szene erinnern wo du extra pinken warst und du warst auf dem Feld wolltest ach da hat der Gigi mich weggesnipert vom Maisfeld oder vom Kartoffelacker vom Kartoffelacker stehst du mit am Acker bis am Pinkel dann wirst du von der SVD weggesnipet ey wenn ich das nur rausfinde dann mache ich davon einen Clip hast du nur aufgeregt bist du ja am Pinkel da wirst du weggesnipet oder irgendwie sowas ne ja er war doch mit Lucifer unterwegs ja ja also das war wir hatten ja teilweise eine Gruppe gehabt mit acht Leuten oder was wo rumgelaufen sind ne ja wie heißt der Gästgiver Gästgiver ähm Gope Gope hieß er in 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 mit dem Geckromonga ganz am Anfang der war auch lange mit dabei und mit Lucifer Gigi Bärchen äh ich glaube Shadowfly teilweise auch ne na Shadowfly konnte dann haben wir ja auch mal RP Server gespielt weiß ich gar nicht habe ich RP auch gestreamt weiß ich gar nicht RP hast du nicht gestreamt da waren wir ja bei dem da waren wir doch hier ähm der Mafia Dings äh schön meinen Namen in der Liste zu sehen eben durchlief ja Foxy du bist nicht mehr grün ne bist leider leider nicht mehr grün genau vor Ewigkeiten schon kein Einmögliche gewesen genau 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 ach wie hießen sie ich weiß ich komme gar nicht mehr drauf wie sie alle hieß aber wenn ihr mir echt mal weg so ist das schon fünf Jahre her ist ich lasse es genau wie hier Life is Feudal da habe ich nichts von doch Life is Feudal ja da habe ich ein paar Streams gemacht Life is Feudal your own Platz 2 bei mir in Steam 2300 Stunden gespielt da habe ich kein einzigen Stream das war die Zeit wo ich meine Streampause gemacht habe da habe ich ja Life is Feudal wie bescheuert gesuchtet 2300 Stunden Myth of Empires habe ich glaube ich ein paar kleine Streams zu gemacht ne Platz 3 in meiner Liste 1900 Stunden dann kommt Scum Brotato habe ich glaube ich ein oder zwei mal gestreamt das spiele ich immer so nebenbei Platz 5 von mir in der Liste na gut dann kommt Phasmophobia schon wieder mit 454 Stunden 7 Days 7 Days to Die will ich auf jeden Fall auch nochmal ausspielen Rimworld habe ich glaube ich auch nur ein oder zwei Streams zu gemacht also die ganzen Spiele die ich gerne spiele irgendwie habe ich die nie gestreamt doch Rimworld hast du mal gestreamt ja ja ein oder zwei mal aber habe ich auch mitgegangen 163 Stunden gespielt da warst du noch mit Alpha Wolf nächstes bin ich wieder Mitglied danke Foxy jawohl na gut dann Sons of the Forest das soll auch bald released werden da ist auch der Release angekündigt ja da also das spiele ich dann will ich es auch nochmal spielen ja dann spiele ich das auch nochmal ja äh hey everybody today we are renouncing the Sons of the Forest 1.0 release 22. Februar 22. Februar 24 soll es dann released werden dann will ich mir das auch nochmal angucken von vorne vielleicht nochmal anfangen ob der Kelvin dann ordentlich funktioniert was mit der Dreiarmigen ist keine Ahnung aber steck mal dann werden wir uns das auch nochmal angucken ja das können wir ja dann zusammen daddeln was haben wir noch ja gut V-Rising Ghost of the Crystal Carp Force of Nature ist leider auch ja da kommen schon die anderen Spiele aber die ich richtig gesuchtet habe die habe ich irgendwie nie richtig gestreamt Life is Feudal Your Own so gut wie nee gar nicht habe ich gar nicht gestreamt das habe ich nur für mich selber gedacht das war in der Zeit wo ich gar nicht gestreamt habe dann Life is Feudal MMO haben wir ja ein bisschen was gestreamt gehabt Myth of Empires glaube ich auch fast gar nicht Magst du Zwerge? wie Zwerge? Zwerge das ist eine Frage magst du Zwerge zum Frühstück oder im Bett oder wo? einfach ein Zwergenspiel was machen die Zwerge kämpfen die bauen die was auf gestricken die merken die Kühe pass auf ich habe von von einem Freund äh Zuschauer von mir ähm habe ich ein Spiel geschenkt gekriegt ähm dieses Spiel Moria denkst du oder was ja äh weiß ich nicht Herr der Ringe Herr der Ringe in dem Universum bin ich genauso wenig drin wie bei Star Wars oder sowas das hat nichts mit Herr der Ringe oder äh sonst was zu tun doch Moria ist das der Herr der Ringe Welt das sind die Zwerge aus Herr der Ringe äh äh nicht Mortal wieso ich gebe es Lock an Moria wie hieß denn das ne das gibt es doch nur auf äh auf Epic achso war das da genau irgendwie sowas ne aber das ist das ist was im Herr der Ringe Universum ne the lord of the lord of the rings ja Herr der Ringe genau return to Moria oder sowas ne oder keine Ahnung genau ja das ist das sind die Zwerge von Herr der Ringe das ist ne ist halt wieder so ein so ein Spin-off davon aber weiß ich nicht ich habe mir das Gameplay angeguckt das sah halt auch so 115 mäßig aus ne Destiny 2 im Angebot was denn los ja ja aber das Upgrade Pack 60 Euro wert aber du musst halt Destiny 2 dafür besitzen ne ein paar viele geile Angebote aber wenn ich so viel Geld hätte und so viel Zeit hätte weißt du die Zeit ist es halt ne wo kann man denn hier durchsuchen da Moria das ist halt die Rückkehr nach Moria das ist das spitzleut die Zwerge von Moria das kannst du holen Destiny 2 kostenlos und das Gameplay weiß ich die hat mich jetzt nicht so angesprochen hier was kann ich holen Destiny 2 ja du musst aber dann das die voll wenn du hier drauf klickst jetzt kostenlos steht dann da du musst erfordert das Basisspiel ja das Basisspiel habe ich eben geholt ach so auch kostenlos oder was ja ok und dann kannst du die 60 Euro weiß ich nicht du willst auch so ein Spiel was mich nicht wirklich interessiert aber ich muss das Mädchen jetzt gehen scroll ein bisschen runter da ist es auch kostenlos ach so ach so da ist er er schreibt auch gerade äh warte mal Destiny 2 das ist das hier und da muss man runterscrollen und das gibt es auch kostenlos genau da steht äh da drunter steht hier äh klick hier und hol euch das Hauptspiel kostenlos wo bei äh bei der hoch 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 stopp da unter Destiny 2 unter dieser weißen schrift äh ich bin ja blind Ich stelle auch eine Hüte und dir ein Filmreife Story, blablabla. Ach so. Was ist denn los? Dann holen wir uns jetzt das hier. So. Dann bestellen wir das für 0 Euro. Ja, okay. Ja, ja. Alles gut. Das ist echt so geschenkt. Das ist echt so geschenkt, ne? Ja. Weiterstöbern. Und jetzt kannst du dir das andere da holen. Jetzt kostenlos? Guck mal. 60 Euro geschenkt. Und in vier Tagen kommt ja das nächste Spiel. Es soll ja jetzt so ein Adventskalender-Ding mal kommen, wo jeden Tag was kostenlos sein soll. Ich habe mir schon so viel kostenlos bei Epic geholt, wenn du hier die Bibliothek mal guckst. Ich habe noch keins von den Spielen gespielt. Doch, ich habe auch viel. Doch, Alien Isolation muss ich auch mal weiterspielen. Amnesia will ich spielen. Habe ich Amnesia Machine for Picks und Rebirth habe ich. Will ich auch spielen. Assassin's Creed, okay. Batman, okay. Blablabla. Interessiert kein... Für Assassin's Creed... Blair Witch will ich auch spielen. Brothers and Tales for Two will ich auch spielen. Hier, Control. Aber nicht das Remake. Control habe ich auch. Evil Dead. Oh ja, kann ich auch noch alle spielen und streamen. Hitman, okay, ist ein total altes Spiel, aber scheißegal. Inside ist auch so ein melancholisch Grusel-Ding da, ne? Hast du dir auch The Hunter Call of... Er ist auch vier bei der Teile. Also ich habe noch so viele, die ich alle mal spielen will. Metro. Das habe ich sogar mal gespielt. Prison Architect habe ich sogar installiert. Genau. Das habe ich auch mal gespielt, aber es ist nicht so toll. Alien-Spiel habe ich auch. Hier, Evil Within spielen wir ja gerade. Danach kommt noch Evil Within 2. Das habe ich. Ja, ich habe... Evil Within bin ich ja gerade dabei. Bin ich ja gerade dabei. Es gibt es am Sonntag voraussichtlich Spieler, wenn ich am Sonntag spiele. Ja, ja, ja. Wolfgang State. Ja, ja, ist doch so viel Geist-Zeug dabei. Ich habe mir sogar kostenlos Star Wars Battlefront 2 geholt. Ach, das habe ich auch damals gespielt, als es rauskam. Da habe ich, glaube ich, sogar noch dafür bezahlt. Das war ja aber erst ein Bezahlspiel und dann war das ein Free-to-Play-Spiel. Ja, ja, da habe ich, glaube ich, sogar noch 30 Euro oder so was für bezahlt. Damals mit... ...meine ehemals WoW-Mitspieler, ja, ja. Okay, aber sei es drum, Leute. Ich muss ins Bett. Jetzt haben wir schon wieder 20 nach 5, okay. Meine Frau hat mir immer noch was erzählt. Ich habe gesagt, ich mache es sowieso um 2, 3 Uhr. Vielleicht machst du ja mal im Monat nur ein Game. Ich lasse vielleicht ein bisschen was. Ja, das wäre mal was, Foxy. Aber ich mag die Abwechslung. Ich will Last Day on Earth auf keinen Fall komplett dran geben. Vor allen Dingen nicht, weil ich jetzt Partner bin. Ich bin quasi verpflichtet, jeden Monat mindestens 8 Streams oder Videos zu Last Day on Earth zu machen. Dann zwischendurch mal ein paar Tage Pause. Jetzt kommt Weihnachten, ne. Das ist ja auch ein bisschen schlecht mit der Zeit und so. Müssen wir auch gucken, wenn wir zurechtkommen. Dann halt den Freitag will ich nicht aufgeben. Mit den Mädels hier Gruselding machen. Freitag? Du meinst bei, ja. Hä? Alles gut. Wir gucken, so Freitag, unseren Freitag Mädels Abend, ne. Ja, und dann, äh, mittwochs habe ich Orchesterprobe. Da fällt jetzt zwischendurch auch mal aus. Äh, ja. Also ein Monat ein Game durchmachen. Muss halt ein Game sein, was so lange Spielzeit hat. Aber ich mag auch noch die Abwechslung. Mal das, mal das, mal das, mal das. Und vor allen Dingen auch, denke ich auch für die Zuschauer, ne. Der eine guckt gerne das, der andere guckt gerne das. Dass man da so ein bisschen Abwechslung bietet. Och, mach mal schon, kriegen wir hin. Aber wenn ich halt, ne, wenn ich davon leben könnte, zu streamen und meinen Job kündigen könnte, was weiß ich, fängst jeden Nachmittag um 16 Uhr an zu streamen bis um 22 Uhr oder so. Schön sechs Stunden streamen jeden Tag. Mit jedem Stream 200 Euro verdienen. 300 Euro. Och, warte mal, wenn ich jeden Tag streame, wir müssen schon 300, 400 Euro sein. Mit Abgaben und Steuer und den ganzen Scheiß, ne. Genau, und dann Kompromiss finden, ne. LOL verpflichtet. Wer? Wie LOL verpflichtet? Meinst du das League of Legends oder ist LOL als Lachen gemeint? Ja, wie gesagt, wenn ich in der Frau, Job, ein paar Hobbys nebenbei noch, dann will ich nächstes Jahr wieder anfangen, ein bisschen was mit meiner Gesundheit zu tun. Also, ich habe mittlerweile wieder ganz viel Fett am Leib. Der wieder weg oder das wieder weg will. Ach, L, D, O, E verpflichtet. Ja. Also, dadurch, dass ich Partner bin, muss, in Anführungszeichen, muss ich jeden Monat acht Videos und oder Streams machen. Ich könnte natürlich auch mal einen Tag mich hinsetzen und drei Videos am Stück oder sowas aufnehmen, ne. Würde auch zählen. Aber um den Partner-Status zu behalten, muss ich im Monat mindestens acht Videos und oder Streams machen. Und zur Zeit macht es mir halt auch immer noch Spaß, ne. Also, ich habe jetzt mal letztes schon gesagt, die Luft ist ein bisschen raus. Weil ADV ist fertig, aber Transportzentrum und Siedlung, da gibt es auch noch genug zu tun. Und reden natürlich nebenbei noch. Und, ne, wenn Events sind, wenn es zunächst wieder Weihnachts-Update kommt, wo wir wieder drauf achten müssen, dass wir uns vielleicht ein bisschen Bären-Tee bei sein können. Seite legen und ein bisschen Dörrfleisch. Vielleicht noch ein paar Waffen, die, äh, brennen. Leuchtpistolen, Fackeln und so ein Scheiß. Bei meinem, ohne Bauch, ist ein Krüppel. Jaja, aber ich bin schon doppelt, wenn du das so siehst. Ja, bin ich ja auch. Ne, aber es hat mittlerweile 105 Kilo, Sarah, ja. Das ist bei einer Körpergröße von 1,78 ein bisschen zu viel. Dann hab ich das doch, bitte. Was? 210 Kilo. Also, wenn du es so nimmst, dann hab ich mehr auf den Rippen als du. Ja, aber du hast eben die Videos gesehen, wo du gesagt hast, guck mal, wie schlank ich da im Gesicht bin. Da hab ich, glaub ich, meine 85 Kilo gehabt. Ja, aber, äh, ja, ein bisschen was für den Anfang zu bewegen. Vielleicht ein bisschen die Hand durch die Gegend schmeißen und, weiß ich was, ne? Bin auch zu klein für mein Gewicht. Genau, mein, mein BMI wird nur dadurch vermiest, dass ich, äh, so klein bin, ne? He, 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 he. Ne, aber jetzt lass uns Schluss machen für heute, Leute. War schön, war schön, war wirklich schön. Schöner Abend wieder gewesen. Aber alles Gute muss mal zum Ende kommen, ne? Genau. Wie gesagt, morgen bin ich wieder auf einer Weihnachtsfeier. Mit der ganzen Familie, keine Ahnung, wann man rausgekommen. Ich denk mal so frühestens 23 Uhr, dann will ich aber auch nicht mehr streamen. Weil ich weiß nicht, was für, wie schön da vorher war, ne? Dann bin ich wahrscheinlich live. Ja, dann komm ich vielleicht mal nett mal vorbei, guck, da macht sie vielleicht mal ein bisschen. Ja, hast du mal schlau gemacht, wie das alles funktioniert? Ich meine immer noch, du musst den Hammer aus der Garage holen. Hä, ich bin im ersten Kapitel. Ja, war bei mir da auch damals. Nee. Das war Dolores Kapitel. Ich hätte dir ja so ein Text geschickt gehabt, was du tun solltest. Aber ja, wir werden es schon noch rauskriegen. Aber fuck dir die gute Nacht. Du warst weg, die Kapitel. Nee, Dolores war das mit dem Hammer aus dem Auto ziehen. Ja. Ja. Aber bei Lucy doch nicht. Du hast gerade gesagt, du bist bei Dolores, okay? Nee, ich bin bei Lucy. Ja, wie gesagt, das wurde ja auch alles geändert. Ich habe es ja auch damals. Das ist ja auch ein Spiel, was ich im Early Access gespielt hatte und dann wurde es geändert. Ich musste das ja damals auch noch von vorne wieder anfangen, weil es geändert wurde mit dieser Videokassetten-Thematik und so. Das war ja auch ein Spoiler. Das war ja auch ein Spoiler. Guti, 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 guti. Aber ich sage, guten Nacht, Nelly, die auch. Ich sage, sie sind im Chat und im Stream, gute Nacht. Alle, die noch dabei sind, ich weiß nicht, so fast keiner war dabei. Gute Nacht, Chat! Und dann einen schönen Advent, falls wir uns nicht mehr wieder sehen und erhören. Aber ich denke, Sonntagabend bin ich wieder da. Und ansonsten, ja, macht's gut, bis dahin. Achso, ich winke in die Cam wie ein Bescheuerter. Da kann ich reinwinkeln, wie ich will. Ich sag dir, schöne, gute Nacht, aber ich hab die Cam eben ausgeblendet, genau. Ja, danke schön. Machen wir Schluss für heute. Bis dahin.